Ja, liebe Referentinnen und Referenten, liebe Moderatorinnen und Moderatoren, liebe Mitwirkende, meine Damen und Herren. Ich habe in meiner bisherigen Zeit als Vorsitzende der Historischen Kommission zu Berlin schon einige Tagungen eröffnet, darunter drei Veranstaltungen zur neuen Mitte Berlins, in denen es um die historische und um die zukünftige Gestaltung der historischen Kernzonen der Stadt um Mollenmarkt, Mühlendamm und Neuenmarkt ging. Hier befasste sich die HIKO also mit der historischen Perspektive auf aktuelle Fragestellungen. Die heutige Tagung reiht sich in gewisser Weise hier ein, hat aber dann doch einen ganz anderen Hintergrund. Berlins Weg in die Moderne reift ein Thema auf, das man, wie ich das gerade neulich bei einer Veranstaltung gehört habe, als Zeitgeistthema betrachten kann. Aber dies wird der Problematik nicht gerecht. Er ist es eine neue Perspektive auf geschichtliche Entwicklungen, die bis in die Gegenwart hineinwirken. Jedenfalls aber ist es ein Thema, das derzeit sehr stark in der öffentlichen Debatte und Diskussion steht. Dabei kommt erst zunehmend zu Tage, dass Kolonialismus ein Thema ist, das auch für Preußen relevant ist. Sei es aufgrund der überseesischen Unternehmungen oder sei es, wie die Forschungen von Agnieszka Pofelska zeigen, auch innereuropäisch, zum Beispiel im Verhältnis zwischen Deutschland und Polen. In beiden Kontexten spielt die preußische Seehandlung eine Rolle, wie gerade letztes Wochenende anlässlich des 40. Jubiläums der Stiftung Preußische Seehandlung thematisiert wurde. Dies ist ein Beispiel für Projekte, Tagungen und Ausstellungen, die sich mit dem Thema Preußen und Kolonialismus befassen. So zeigt das Preußenmuseum in Minden unter dem Titel Schwarz-Weiß, Preußen und Kolonialismus erst kürzlich eine entsprechende Ausstellung. Auch für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, zu der das geheime Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, das ich leite, gehört, ist das Thema in vielfältiger Hinsicht wichtig und präsent. Ebenfalls in Westfalen veranstalteten dieses Jahr das Stadtarchiv Iserlohn und die Fernuniversität Hagen eine gut besuchte Vorstellungsvortragsreihe zu Iserlohn und der deutsche Kolonialismus, die bereits zeigt, dass Kolonialismus auch für die Stadtgeschichte eine wichtige Rolle spielen kann. Dieser Ansatz liegt auch der heutigen Tagung zugrunde, die aber natürlich aufgrund der Bedeutung Berlins, der Größe und der historischen Rolle noch eine ganz andere Dimension hat als am Beispiel Iserlohn. Ich möchte Sie daher heute hier herzlich im Mittelhof begrüßen, in einem Gebäude übrigens, das von dem Kolonialunternehmer Wilhelm Mertens in den Jahren des Ersten Weltkrieges 1914 bis 1918 erbaut wurde. Der Architekt des Hauses war kein anderer als Hermann Mutesius. Sie sind eingeladen, am morgigen Freitagmittag im Anschluss an das Mittagessen an einer kurzen Führung teilzunehmen. Und dank des Tagungsreaders wissen wir, dass sich Herr Ostermann sich mit Wilhelm von Mertens auseinandergesetzt hat und wir also darüber mehr hören werden. Und damit sind wir bereits mitten im Programm der Tagung angelangt. Berlins Weg in die Moderne war geprägt, so die These der Tagung, von den kolonialen wirtschaftlichen Verflechtungen hiesiger Unternehmer, Verbände und politischer Akteure. Die Moderne und der Kolonialismus werden als zwei Seiten ein und derselben Medaille interpretiert. Unter dem Stichwort Warenströme bildet dieses wirtschaftliche Themenfeld ein Segment der auf einen Gleichklang ausgerichteten Tagung. Zunächst zielt das Erkenntnisinteresse darauf und ich zitiere jetzt aus dem Call for Papers, die materiellen und immateriellen Verflechtungen Berlins mit den kolonialen Räumen seit der frühmodernen Globalisierung zu untersuchen. Über Brüche und Kontinuitäten vom späten 18. bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein waren die Modernisierungen Berlins mit dem europäischen Kolonialismus und Imperialismus verknüpft. Nicht immer ist es leicht, die in einem Call for Paper formulierten Tagungsziele in einer Veranstaltung dann auch tatsächlich umzusetzen. Man ist ja darauf angewiesen, wer auf den Call for Papers reagiert. Aber in diesem Falle ist es der Vorbereitungsgruppe gelungen, diese Facette durch spannende Vorträge in einem ersten und zweiten Panel abzubilden. Die Einbildung Berlins in die kolonialen Räume, ohne dass Preußen zu diesem Zeitpunkt bereits selbst Kolonien besessen hatte, bereits im 18. Jahrhundert ist ein noch wenig erforschtes Feld und ich freue mich sehr auf die Einblicke, die wir hier heute erhalten. Die Ambiguität der frühen Neuzeit wird hier eindrucksvoll deutlich. In einer Zeit, in der in Europa die Aufklärung sich präsent war und sich immer weiter verbreitete, hat man zugleich immer mehr koloniale Räume, also immer mehr andere Weltregionen noch stärker mit den sogenannten Mutterländern zu verzahnen versucht. Hier zeigt sich natürlich bereits ein Gefälle. Während des 19. Jahrhunderts, während im 19. Jahrhundert die kolonialen Güter aus den exklusiven Bereichen der adeligen Höfe in die Bürgerhäuser wandelte, also die kolonialen Güter weiter verbreitet wurden, avancierten sie dann schließlich unter dem Namen Kolonialwaren mit dem beginnenden und fortschreitenden Kapitalismus zu Massenwaren. Exotische Sehnsüchte erfassten immer größere bevölkerungsschichten Edeka-Märkte, entstanden in der Breite Berlins und bedienten den Bedarf nach Südfrüchten, Kaffee und Schokolade. Warum Edeka da so eine Rolle spielt, werden wir heute auch hören. Panel 2 widmet sich diesem Themenfeld und spannt zugleich den Bogen von der materiellen zur immateriellen Sphäre, die wir dann in Panel 4 aufgreifen, in denen nicht nur Nahrungsmittel die Genusssucht der Menschen stilten, sondern auch exotische Imaginationen. Damit ist ein zweiter Block angesprochen, der in der Tagung verfolgt werden soll, das Thema Sehnsüchte. Wie so oft hängt auch hier alles mit allem zusammen und es fällt schwer, die materiellen Begehrlichkeiten, die sich in den wahren Strömen niederschlagen, immer den ideell geistigen Sehnsüchten zu trennen. Vielmehr flossen wirtschaftliche, kulturelle und intellektuelle Interessen ineinander, wie die Beiträge in den Panels 3 und 4 aus nachdrücklich zeigen werden. Als aufmerksame Zuhörerinnen klingt Ihnen in Ihren Ohren wahrscheinlich noch das eben angesprochene Dreiklangwort nach, das ich bewusst gewählt habe, um auf den dritten wichtigen Aspekt der Tagung hinzuweisen, auf die gegenwärtigen gesellschaftlichen Verantwortungen, die wir in Berlin mit Blick auf die koloniale Verflechtung der Stadt uns stellen müssen. Übrigens auch und gerade in den Kultureinrichtungen wie den Museen. Die koloniale Vergangenheit Berlins kritisch aufzuarbeiten, sie bestenfalls weniger eurozentriert zu erforschen und innerhalb der Stadt deutlich zu machen, stellt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe dar. Denn der umstrittenen Frage, wie wir mit dem belasteten kolonialen Erbe, sei es in musealen Sammlungen, in Straßennamen oder Denkmälern im Berliner Stadtraum umgehen wollen, können wir nur multiperspektivisch gemeinsam und Transparenz uns nähern. Einen dahingehenden bescheidenen Versuch wagen wir heute Abend in der Podiumsdiskussion, an der neben Albert Guafo und anderen auch Ibo Diop teilnehmen wird. Herr Diop erhielt vom Berliner Senat den Auftrag, zusammen mit der Zivilgesellschaft ein Erinnerungskonzept zu erarbeiten, wie Berlin an die Kolonialzeit erinnern soll. Es wird erkennungsreich sein, davon Nuancen zu erfahren. Wovon wir leider nichts erfahren werden, ist der Beitrag von Julia Binter und Jan Hüsken, der ausfallen musste. Aber es ist uns gelungen, kurzfristig Richard Zogang-Vossey aus Kamerun für einen Vortrag zu gewinnen. Er wird uns Missionsgesellschaften als Akteure der Kolonialmoderne, das Beispiel Deutschland und Kamerun, vorstellen. Und wir danken ihm sehr herzlich, dass er so kurzfristig eingesprungen ist. Sie sehen also, uns erwartet ein dichtes, erkenntnisbringendes und innovatives Programm. Und ich möchte nicht versäumen, der Vorbereitungsgruppe um Klaus Weber sehr herzlich zu danken. Junge Wissenschaftlerinnen von der Europa-Universität Viadrina, angesiedelt am Lehrstuhl vergleichende europäische Wirtschafts- und Sozialgeschichte von Klaus Weber, entwickelten die Idee zu dieser Tagung. Wobei Felix Töppel, der Impulsgeber und Samuel Elasar-Wendt, sowie Lilia Ruben-Wove ihn inhaltlich und fachlich unterstützten. Christina Flör brachte sich in der Anfangsphase in die Gruppe ein und Erik Schneeweiß als Sprecher des Arbeitskreises Moderne des Netzwerks HIKO 21 begleitete das Vorhaben in bewährter Weise. Klaus Weber als Lehrstuhlinhaber steuerte seine Expertise bei und die organisatorischen Fäden liefen in gewohnter Weise bei Ellen Franke zusammen. Die historische Kommission ist allen Mitgliedern der Arbeitsgruppe zu großem Dank verpflichtet und sieht dieser Tagung mit großer Spannung entgegen. Doch eine Tagung, das wissen wir alle, steht und fällt mit den Referentinnen, Kommendatorinnen und Moderatorinnen. Ohne ihre wissenschaftlichen Beiträge wäre das vor uns stehende Programm und denkt. Vor diesem Hintergrund gilt mein besonderer Dank allen, die heute hier aktiv mitwirken. Danken möchte ich auch der schon erwähnten Stiftung Pölzische Seehandlung, die die Tagung finanziell unterstützt hat. Bestatten Sie mir dann am Ende noch ein paar Worte in eigener Sache. Ich hatte bereits auf die Führung durch den Mittelhof am morgigen Mittag hingewiesen. Ein Infoblatt zum Gebäude liegt in der Tagungsmappe. Ebenso finden Sie in der Mappe eine Übersicht zum Netzwerk HIKO 21. Dieses Netzwerk HIKO 21 ist von der Historischen Kommission 2014 ins Leben gerufen worden, um eben den Bogen von der etablierten Wissenschaft, die sich in den Historischen Kommissionen widerspiegelt, eben in die Universitäten und zu den Nachwuchswissenschaftlerinnen herzustellen. Und das funktioniert nach meiner bisherigen Erfahrung aus den letzten Jahren wirklich sehr, sehr gut. Und ich möchte Sie anregen, für diejenigen, für die das in Frage kommt, sich dieses Netzwerk einmal anzuschauen. Und die Aufnahmeanträge liegen in der Mappe. Und damit genug von meiner Seite. Und ich übergebe dann an Herrn Professor Weber, einen der zentralen geistigen Autoren dieser Veranstaltung. Vielen Dank. Ja, herzlich willkommen an alle und im Namen der Europa-Universität auch noch mal herzlichen Dank für diese Kooperationsmöglichkeit mit der Historischen Kommission und auch für die finanzielle Unterstützung von Seiten der Kommission und von Seiten der Preußischen Seehandlung. So ist das Ganze hier möglich geworden. Und natürlich auch für die Gastfreundschaft, mit der wir hier am Sitz der Historischen Kommission aufgenommen werden. Dank auch noch mal an Lilia Fugel, Samuel Eleazar-Wendt, Felix Töppel und Christina Flohr, also dieses Quartett, auf deren erste Ideen diese Veranstaltung überhaupt zurückgeht. Und ich will korrigieren, nicht das gesamte Quartett wird oder wurde von mir betreut. Und Lilia Fugel ist von dem Kollegen Professor Asendorf betreut worden und Christina Flohr von Herrn Benecke, wenn ich das richtig sehe. Also ja, ich versuche jetzt mal ganz grob und in der Kürze der Zeit eben auch sehr knappen, überblickende Skizze zu geben des historischen Kontexts und des Forschungskontexts, in dem die Veranstaltung hier einzuordnen ist. In den letzten 20 Jahren, das beginnt wirklich so 2004, 5, 6, das kann man relativ gut fassen, haben zwei oder hat ein Schub neuer Forschungsarbeiten eingesetzt, den man allerdings in zwei Stränge aufteilen kann. Und die sind bis heute, wie wir finden, noch nicht in der wünschenswerten Weise miteinander verbunden. Der eine Strang zielt auf das wilhelminische Kolonialreich, also auf die formellen Kolonien, die Deutschland dann besessen hat und die freilich nur wenige Jahre existierten. Sie kennen alle die Namen, die dort dazu gearbeitet haben. Sebastian Konrad, Jürgen Osterhammel, Rebecca Habermas in Hamburg-Dieter Zimmerer und unter den Jüngeren könnte man Kim Totsi oder auch Samuel Eleazar-Wendt nennen. Und der andere Strang, der zielt auf weniger offensichtliche Verflechtungen zwischen deutschen Ländern und den kolonialen Räumen. Oder auch einigen Städten in Deutschland und diesen kolonialen Räumen, Iserlohn, der Name ist eben gefallen. Und da man eben damals noch keine eigenen Kolonien besaß, liefen diese Verflechtungen in die kolonialen Räume der übrigen westlichen Seemächte. Und dieser Strang der Forschung zielt eben auch auf einen anderen Zeitraum, auf das lange 18. Jahrhundert. Also da würde ich nennen, die Kollegen und Kolleginnen Margret Schulte-Beerbühl von der Universität Düsseldorf, Jorun Pötterin in Hamburg, meine Wenigkeit, dann unter den jüngeren Kolleginnen Anne-Sophie Overkamp oder Anka Steffen. Die haben dann bilateral Beziehungen zwischen deutschen Territorien und Großbritannien oder Portugal oder Frankreich und Spanien untersucht. Oder haben die Sophie Overkamp die Bandweberei in Elberfeld und Bahmen, dem heutigen Wuppertal, untersucht, stark exportorientiert. Oder Anka Steffen hat zu den schlesischen Laien gearbeitet. Die Verflechtungen in der wilhelminischen Zeit verbanden Deutschland ganz offensichtlich mit den Kolonien Deutsch-Ostafrika, Deutsch-Südwestafrika, Kamerun, Togo und kleineren Besitzungen im asiatisch-pazifischen Raum. Aber neuere Forschungen und auch diese Autoren und Autorinnen haben gezeigt, wie dicht auch die wahren Ströme und die Wissensströme zwischen den verschiedenen Kolonialimperien waren, gerade zwischen dem niederländischen, britischen und deutschen Kolonialimperium. Es gab also sehr viele Kooperationen. Und dieses Transnationale ist ein zentrales Strukturmerkmal besonders der früheren Zeit, also des 17. und 18. Jahrhunderts, also die Zeit vor der modernen Nation. Und das reicht zurück bis zum Beginn der kolonialen Expansion im Spätmittelalter. In der Zeit waren die Italiener eben sehr prominent. Also vom 15. Jahrhundert bis um die Zeit des Umbruchs um 1800. Da man in dieser frühen Zeit über keine eigenen Kolonien verfügte, setzte man die eigenen Exportgüter, vor allen Dingen Textilien und Metallwaren, zu den Metallwaren möchte ich dann wieder Iserlohn nennen, das war unglaublich wichtig, in den Kolonialgebieten der westeuropäischen Nachbarn ab. Und mit den erzielten Erlösen importierte man von dort eben die auch hier begehrten Kolonialwaren, Genussmittel wie Kaffee, Zucker, Tabak, Rohstoffe wie Baumwolle und Indigo, das ist Ihnen alles bekannt, oder auch Medizinaldrogen wie Sassaparille oder China-Rinde. Die Deutschen waren Produzenten und Kaufleute und das waren häufig dieselben in Personalunion. Die kannten also die überseeschen Märkte für ihre eigenen Fertigwaren und die tropischen Bezugsräume für Rohstoffe wie Baumwolle oder andere schon sehr gut und sie waren schon im 17. und 18. Jahrhundert global vernetzt. Und genau das war einer der Gründe, weshalb dann das wilhelminische Kolonialreich ab den 1880er Jahren so schnell etabliert werden konnte. Also dies ist nur eine ganz grobe Skizze des historischen Kontexts und der Forschung, in dem wir uns hier verorten wollen. Und unser Ziel ist es nun, Warenströme und auch die Begehrlichkeiten der Konsumentinnen und Konsumenten beiderseits der Epochenschwelle 1800 einzubeziehen und so die rapide Modernisierung Berlins im 19. Jahrhundert besser zu erfassen und zu verstehen. Das wäre die temporale Dimension beiderseits der Epochenschwelle. Und wenn wir uns die räumliche Dimension, in der wir uns verorten oder irgendwie positionieren müssen, die bisherigen Studien haben meist bestimmte Warenketten. Ich hatte schlesische Leinen erwähnt oder zum Beispiel Kupferwaren aus dem Raum Aachen-Stuhlberg in den Blick genommen. Oder sie haben in umgekehrter Richtung Zucker in den Blick genommen oder auch ein bestimmtes Unternehmen. Aber kaum einmal ist eine bestimmte Region oder auch eine größere Stadt im deutschsprachigen Raum als Ganzes untersucht worden, wo diese verschiedenen Aspekte zusammengefasst werden. Eine Ausnahme wäre Hamburg. Dort betreiben Dieter Zimmerer und Sebastian Tozzi zurzeit ein größeres Projekt. Aber auch das fokussiert, soweit ich das sehe, vor allen Dingen das 19. und 20. Jahrhundert. Und mit unserem Fokus auf Berlin hoffen wir also die historische Tiefe an einem Ort bis ins 18. Jahrhundert, wenigstens ins 18. Jahrhundert auszuloten und die Wirkung der Verflechtung auf eine werdende Metropole im tiefen Binnenraum aufzuweisen. Es ist eben auch keine Hansestadt, sondern eine Stadt ohne direkten Zugang zur See. Und wir nehmen all diese Aspekte in den Blick. Frau Hörold hat das eben schon aufgerissen. Handel und Industrie, die Wissenschaften, der Konsum, aber auch die Sphäre des mit den Kolonialwaren und kolonialen Räumen verbundenen Imaginariums. So viel zum Kontext. Und auf die Stadt Berlin selbst wird unser Gast Professor Albert Guafou in seinem Eröffnungsvortrag eingehen. Ja, also wir freuen uns, dass Albert Guafou von der Universität Giang zu Gast ist. Er kommt eigentlich aus den Kultur- und Literaturwissenschaften im weiteren Sinn, aber hat sich sehr intensiv gerade mit diesen kolonialen Dimensionen in Deutschland und auch speziell in Berlin beschäftigt und ist ein ausgewiesener Experte, um uns, wie gesagt, mit Berlin speziell als Ort in diesem Kontext vertraut zu machen. Herr Guafou, bitte. Ich danke Ihnen zunächst mal für die Vorstellung. Ich danke den Organisatorinnen und Organisatoren dieser Tagung für die freundliche und lustige Einladung. Es ist mir eine sehr große Freude und Ehre zugleich hier als Gastredner auftreten zu dürfen. Der Gedanke, den ich mit Ihnen heute teilen möchte, ist, dass Brandenburg-Preußen eigentlich die Grundlage gebildet hat, auf die das spätere Kaiserreich zurückgreifen konnte, um den eigenen Kolonialismus zu entfalten und zu implementieren. Ich habe deshalb diesen Vortrag so betitelt Berlin, eine Ratshauptstadt, Kolonialmetropole, Akteure, Medien, Selbstdarstellung, Muster und die zwischen 1683 bis 1918. Ich möchte zunächst mal nochmal zum Kontext einiges sagen. Obwohl Berlin als Hansestadt Residenz der Prostischen Könige und später Denkfabrik der Wilhelminischen Wellmark keine Hafenstadt wie Bremen Hamburg war, hat sie seit der Frühmoderne eine verflockene Geschichte, die durch den kolonialen Warenhandel und die damit verbundenen übersehlichen Warenströme entstanden ist. Imperiale Sehnsüchte der Stadt Berlin reichen bis ins 17. Jahrhundert zurück. Dies wird kaum in der postimperialen oder postkolonialen Gegenwart der Stadt wahrgenommen. Seit dem 18. Jahrhundert und sogar früher gelandeten über Seehäfen Kolonialprodukte und Männchen aus Afrika nach Berlin. Dies stimulierte Sehnsüchte und Erinnerungsprojekte des Kurt-Badenburg-Porsischen Staates. Dazu kam, dass Berlin besonders unter dem 30-jährigen Krieg gelitten hat. Seine Bevölkerung sank infolge von Epidemien und Kriegen und der transatlantische Handel kam als Anlass, die Stadt und das Land wirtschaftlich zu entwickeln. Der Kurfürst Friedrich Wilhelm gründete 1683 an der Goldküste Afrika, heute Ghana, seine Kolonie Großfriedrichburg, die er wegen Misswirtschaft nach über 30 Jahren an Holland 1717 verkaufen musste. Damit waren die Fundamente der ersten kolonialen Bestrebungen der Hohenzollern für eine damalige noch regionale Markt festgelegt und nach der Gründung des Deutschen Reiches im Jahre 1871 infachte wieder Berlins Gier nach Wellmacht. Die frühe Metropole verfügte also über eine koloniale Tradition, auf die sie zurückgreifen konnte. Berlin wurde zum Zentrum der imperialen Weltordnung, indem sie die Kongo-Konferenz 1884-1885 beherbergte, die den Wettlauf und Afrika, sogenannte Scramble vor Afrika, zur Folge hatte. Dank der Kolonialpolitik, die in Berlin entworfen und implementiert wurde, wurde das Deutsche Reich in Kürze mit seinen Kolonien neben England und Frankreich zur drittchristen Kolonialmacht. Also Berlin als Kolonialmetropole. Kolonialismus ist eine Politik, die darauf abzielt, ein fremdes Gebiet zu erobern und unter dem Gesichtspunkt seines wirtschaftlichen und politischen Nutzen für das Mutterland auszubeuten. Das Mutterland braucht nicht nur Naturressourcen von der Kolonie für die Aufrechterhaltung des eigenen Wohlstandes, sondern es braucht auch Arbeitskräfte, die bei der Extraktion der Ressourcen aus der Kolonie behilflich sein sollen. Seit der Errichtung der Kolonie Großfriedichburg im Jahre 1683 kamen Männchen afrikanischer Herkunft nach Berlin, die zunächst vornehmlich in der prussischen Armee dienten, aber auch als sogenannte Hofmoorenverwendung fanden. Der große Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg legte nur den Grundstein zum brandenburgisch-prussischen Macht in Mitteleuropa, sondern war durch sein Engagement im Übersee auch Vorbild der durch merkanzlichen Wirtschaftsvorstellungen geprägten Handels als Vater der deutschen Kolonialpolitik zu bezeichnen. Friedrich Wilhelm I. aus dem Haus der Hohenzollern war 1713 König in Preußen und Kurfürst von Brandenburg. Durch seine Reformen in Armee und Stadt wurde er Soldatenkönig genannt. Das Militär bildete das Rückgrat Preußens und der König legte den Grundstein für die preußischen Tugenden nämlich Disziplin, Treue und Bestechlichkeit und Ehrlichkeit, die später bei der Durchführung der Zivilisierungsmission nach 1884 in den Kolonien den Verhaltenskodex der Deutschen in Übersee bestimmt haben. Von der Kolonie Großfriedrich kam Elfenbein Gold Kautschuk. Da dieser Handel nicht sehr ertragreich war, wechselte die brandenburgisch afrikanische Kompanie zum Verschleppen von Sklaven in die Karibik, die als Plantagenarbeiter eingesetzt wurden. Man kann von 10.000 bis 30.000 afrikanischen Menschen ausgehen, eine Zahl, die im Vergleich mit anderen europäischen Konkurrenten wie England, Frankreich gering ist, aber es bleibt eine Unzahl von afrikanischen Betroffenen im transatlantischen Handel. Als Gewaltmonopol, so weit sind wir noch nicht, als Gewaltmonopol geht es, geht die koloniale Ausbeutung mit Fremdbildern des eroberten Raumes einher. Berlin als Residenzstadt prussischer Könige hat Bausteine für die Wahrnehmung von Afrika und Afrikanern gelegt. Afrikaner, die im Kontext des brandenburgisch-prussischen Kolonialismus an der afrikanischen Goldküste nach Berlin kamen, wurden Mohren genannt, habe ich gesagt. Es galt damals als Heeren, die gekauften beziehungsweise mitgeschleppten Sklaven als Diener oder Schaulustobjekte die eigenen Zimmer zu zieren. Kaffee, Tabak und Afrikaner waren wie zwei Seiten derselben Medaille. Sie bezeichneten nicht nur die Region, woher die konsumierten Kolonialwaren kamen, sondern sie waren Prototype von Menschen, leiteigenen, kann man sagen, die in den eroberten Gebieten lebten. Brandenburg-Preußen brachte aus seiner Kolonie an der Goldküste nicht nur Tabak, Elfenwein, Farbstoffe, sondern er explizierte auch Brandwein dorthin. Um den damaligen Sklavenhandel zu legitimieren, wurden Afrikaner schon als Halbwilder behandelt, die erst zum Männchen erzogen werden sollten und ihr Männchsein ihren jeweiligen deutschen Heeren verdankten. Als sie in Berlin ankamen, wurden sie als erstes getauft und als Eigentum mit dem Namen des Heeren domestiziert. Rassistische Bilder der Berliner von Afrikanerinnen und Afrikanern, die vor dem Ende des 17. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts erreichen, sind insofern kolonial geprägt. Berliner träumten von Herrenmännchentum, diesem Gegenbild sie auf Afrikaner und Afrikanerinnen projizierten. Die Wahrnehmung von Afrikanern als tiernahes Männchen lässt sich an der folgenden Abbildung jetzt aus der Porzellanfabrik im 18. Jahrhundert ablesen. Sie sehen, der Afrikaner wird als fortgeschrittene Affe dargestellt. Besonders geprägt ist seine dunkle Hautfarbe und seine exotischen Kleidungen, die im Kontrast zu den normgerechten Kleidungsarten der Deutschen steht. Deutlich Muster des afrikanischen Fremden wurden somit beim deutschen Betrachter der Zeit eingetrichtert und sedimentiert. Der holländische Sozialpsychologe und Theoretiker der interkulturellen Kommunikation Gerd Hofstebe wird hier vom Collective Programming of the Mind sprechen. Diese rassistischen Bilder, die seit dem ersten Kontakt Berlins mit Afrika durch diesen transatlantischen Handel existieren, prägen in gewisser Weise noch die Gegenwart. Die ersten Afrikaner und Afrikanerinnen, die durch Segelboote der brandenburgisch afrikanischen Kompanie nach Berlin kamen, wurden als Arbeitskraft und Statussymbol in Haushalten der Berliner Aristokratie ausgebeutet. Die beiden folgenden Gemälde von polsischen Hofmalern Antoine Pessner und Karl Leihgeber spiegeln diese Fremdbilder der Berliner Kultur und der Berliner Kultur des späten und 18. Jahrhunderts wieder. Beim Tabakkollegium vom König Friedrich I. Im Gemälde müssen drei Hofmooren die da in der zweiten Abbildung zu sehen sind ich meine links wir müssen als Hofmooren dienen. Die Erinnerung an die Präsenz der Afrikaner als Untertanen der Berliner hängen mit der Berliner Verstrickung im Kolonialhandel der Frühmoderne zusammen. Im heutigen Bezirk Mieter Wirtz wurde bereits Ende des 17. Jahrhunderts ein unbefestigter Weg als Mohrenstraße bezeichnet. Also den Namen hatte die nicht allzu lange Straße den Umstand zu verdanken dass hier eine Delegation afrikanischer Repräsentanten aus der damaligen Brandenburgischen Kolonie Großfriedrichburg aus dem heutigen Ghana in einem Gatshaus vor den Toren Berlins ein Quartiert war. Und jetzt komme ich zu meinem dritten und zweiten wichtigen Argument. Also Ende des 19. Jahrhunderts wurde Berlin zum Knotenpunkt europäischer kolonialer Bestrebungen. Dass Europa das Europäer es geschafft haben den afrikanischen Kontinent von mehr als 10 Millionen Quadratmeilen und über 100 Millionen Einwohnern damals in mehr als zwei Jahrzehnten unter ihre Herrschaft zu bringen verdanken sie dem technologischen Vorsprung. Maschinengewehren, Kanonen, Schiffe, Eisenbahnen, Telegrafen und die Erkenntnisse der Medizin. Die Chinien gegen Malaria waren wirkungsvolle Werkzeuge für die Durchsetzung ihrer Herrschaft. Als 1884 Verstärkte unter den europäischen Mächten Frankreich und Belgien am Kongo auf der einen Seite Engländer und Portugiesen wegen Handelsvorteile auf der anderen Seite entstanden war, rief der deutsche Reichskanzler Otto von Bismarck als Vermittler zu einer Konferenz nach Berlin, die in der Geschichte als Kongo- oder Afrika- Konferenz bekannt ist, die von 13 europäischen Mächten sowie die USA und das Osmanische Reich vertreten war und vom 15. November bis zum 1864 bis zum 16. Februar 1885 im Reichskanzler Palais in der Wilhelmstraße 77 stattfand. Diese Konferenz sicherte verträglich freien Zugang für Handel und Mission in Afrika und in kolonial diplomatischer Konvenienz legten die europäischen Mächte in Berlin wie mit einem lineal gezogene Demarkationslinien in Afrika fest, die heute die 45 Staaten des afrikanischen Kontinenten bilden. Das vor Kolonial Afrika wurde als herrenlos bezeichnet, erklärt und nunmehr als Kronland beziehungsweise als Eigentum europäischer Staaten an Kolonialgesellschaften, an Konzeptionäre und Sittler vergeben. Gleichzeitig machte der Organisator der Kongo-Konferenz Otto von Bismarck aus einer Not, einer Tugend. Das deutsche Kaiserreich erwarb von 1884 bis 1885 vier Kolonialgebiete in Afrika. Kamerun, Togo, Deutsch-Ost-Afrika, Deutsch-Süd-Süd-Afrika. Die Kaiserstadt Berlin wurde somit zum Zentrum des deutschen Imperialismus in Afrika. Die Stadtgeschichte ist also mit einer Globalgeschichte oder mit der Geschichte der europäischen Expansion eng verbunden. Bismarck nutzte die Berliner Afrika-Konferenz, um sich deutsche Handelhäuser unter den Reichsschutz zu stellen. Damit begannen erneut die kolonialpolitischen Ambitionen Berlin als Reichshauptstadt, die außenpolitisch betreut werden sollten. Als Struktur und Ort der verwaltungsmäßigen Abwicklung der deutschen kolonialen Geschäfte zählte in erster Linie das Reichskolonialamt. Im Auswärtigen Amt wurde schon 1890 vom Reichskanzler Leo Graf von Caprivi eine eigenständige Kolonialabteilung gegründet. Nochmal Zitat mit der Aufnahme einer eigenständigen Kolonialpolitik durch das Deutsche Reich wurde es notwendig, eine Zentrale für die Verwaltung der Überseegebiete im Regierungsviertel der Reichshauptstadt zu errichten. Die neue Behörde veröffentlichte ein Amtsblatt, das Deutsche Kolonialblatt, in dem systematisch über die Aktivitäten in den Kolonien berichtet wurde. Der Kolonialabteilung des Allwärtigen Amtes oblag und unter der unmittelbaren Verantwortlichkeit des Reichskanzlers die gesamte Verwaltung der in Afrika die Aufsicht über die Behörden und Beamten. Die Aufwertung der Kolonialabteilung des Allwärtigen Amtes zu einer öbersten Reichsbehörde erfolgte durch den allerhacksten Erlass betreffende Errichtung des Reichskolonialamtes vom 17. Mai 1907 mit Bernhard Denburg als Staatssekretär. Das Reichskolonialamt gliederte sich in vier Abteilungen. Die Abteilung für Allgemeine sowie Politische Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten die Abteilung für Bau und Verkehrswesen sowie technische Angelegenheiten und Finanzen die Abteilung für koloniales Militärwesen. Letzteres fungierte unter der Leitung eines Generals als Oberkommando der in den Kolonien Südwestafrika Kamerun existierten sogenannten Schutztruppen. Die Schutztruppe war in den Kolonien die Zentrale der kolonialen Großmacht und des Überlegenheitsdenken des Deutschen Kaiserreiches. In ihrer Rolle als koloniale Chauvinisten und Nationalisten fanden sie bei der Durchführung der deutschen Gewaltsmonopol in den Kolonien einen fruchtbaren Boden. Aufgaben der Schutztruppe war es die öffentliche Ordnung und Sicherheit in den afrikanischen Schutzgebieten aufzuhalten sowie die Schutzgebiete gegen fremde Mächte zu verteidigen. Zusammengesetzt waren die Truppen aus Offizieren Sanitäts- und Veterinäroffizieren und Unteroffizieren ferner wurden afrikanische Söldner für den Militärdienst angeworben. 1913 waren rund 430 Offiziere in den deutschen Kolonien abkommandiert, etwas ein Prozent des Offizierkorps des Reichsheeres. Als beratendes Gremium stand der Regierung der Kolonialrat zurate. An der Nahtstelle zwischen Entscheidungsträgern in Berlin sowie wirtschaftlichen und politischen Kolonialinteressen satz der deutsche Kolonialrat der zwischen 1891 und 1907 und noch einmal in den Jahren 1911 bis 1913 zusammentrat. Als beratendes Gremium beeinflusste der Kolonialrat hat ein breites Spektrum kolonialpolitischer Entscheidungen. Er besatzt das Vorschlagrecht berät in der Regel Vorlagen der Kolonialabteilung. Ihre Aufgabe sollte es sein, die neu gegründete Kolonialabteilung zu sachgemäßen und den Interessen genehmen Entscheidungen zu verhelfen. Ein Rittel von den 20 Mitgliedern verfügte über zumindest zweijährige Erfahrung in den Kolonien. Hinter dem Kolonialrat standen die Finanzhäuser der Diskontobank, der Berliner Handelsgesellschaft und des Schaffensvereins. Im Kolonialrat der Kolonialpropagand der politischen Vereine wie der deutschen Kolonial Gesellschaft sind unbestreitbar vor allem bei der Entscheidung in den Kolonien im Bau Missions Errichtung von Plantagen und See Als herausragende Kolonial beschloss sich die 1807 Gesellschaft auf viele Gebiete und Aktivitäten gehalten der Kolonial Durch die Schrift der Bildung Schriften und Zeisschriften sollte der Kolonialgedanke im Volke gefestigt und andere Interessengruppen für das Kolonialabenteuer gewonnen werden. Die deutsche Kolonialgesellschaft stellte didaktisches Material für die Lehrerschaft um Einfluss bereits um Einfluss auf Schuljugend zu entnehmen. Zu den kolonialen Verwerbemaßnahmen gehörten auch weiterhin die Durchführung von Kolonialkongressen oder die Organisation von Kolonialausstellungen. Ein besonderes Augenmerk galt die Förderung der Auswanderung in den deutschen Kolonialgebieten. Dem Auswärtigen Amt und der deutschen Kolonialgesellschaft standen wissenschaftliche Einrichtungen als wichtige Akteure der Kolonialverwaltung zur Seite. Diese Einrichtungen waren Reservoirs für die koloniale Espektive und viele von ihnen hatten ihren Sitz in Berlin das Seminar für orientalische Sprachen in Berlin im Oktober 1887 feierlich geworden war. Wissentliche Aufgabe des Seminars war die Vermittlung von Sprachen für die Sprache in Berlin. Das Seminar sollte geeignete Dolmetscher ausbilden, die das Auswärtige Amt für das handelspolitische Engagement des Deutschen Reiches in Asien und Afrika brauchte. Wir haben die kolonialen Medien die Rolle der Akteure gestaltet und die Verkörperte und verbreitet. Medien beten Berlin ein geeignetes Dispositiv an, um Berlin als Knotenpunkt der deutschen Kolonial- und Machtpolitik öffentlich zu artikulieren. Als Reichsstadt einer späteren Nation wollte sich Berlin als Akteur der Wellmacht gegenüber anderen Metropolen wie London Paris behaupten. Denn das Deutsche Reich war schon längst eine zivilisierte Nation. Viele Medien standen zur Verfügung, Presse, Literatur, Gewerbeausstellung, Völkerschauen, Lichtvorträge, koloniale Werbung, Fotografie, Architektur und Denkmäle. Aus diesem Dispositiv werde ich nur drei Formate auswählen und analysieren, die aus meiner Sicht massenwirksam waren und die Denkmuster der Berliner im Hinblick auf den Kolonialismus besonders geprägt haben. Es geht um Kolonialausstellungen beziehungsweise Völkerschauen. Koloniale waren Werbeanzeigen wie Kolonialliteratur, also Belestristik, die von Berliner Schrifttalen geschrieben worden war. Diese Medien übernahmen die Rolle der Vermittlung des Wissenswerten über die Kolonien und vor allem die Gestaltung der eigenen nationalen Identität im sozialen Raum. Die Frage war, wie verkaufen wir wir Kolonialakteure mental koloniales Handel in Afrika vor unseren eigenen Bürgern. Koloniale Ausstellungen und Völkerschauen als Freizeitaktivitäten waren geeignete visuelle Medien für die mentale Erörberung des kolonialen Fremden in der deutschen Öffentlichkeit. Besonders Besucher sollten sich afrikanische Fremde nicht nur imaginieren, sondern auch sie sollten sehr hartnah betrachten. Kolonialprodukte, die zum alltäglichen Frühstück wie Kaffee zu Tisch bekannt, wurden in einer inszenierten exotischen Umwelt mit Afrikanern selbst in Verbindung gebracht. Berlin wurde zur Projektion Fläche des völlig kolonialen Anderen. Die Berliner Gewerbe Ausstellung von 1897, die mit einer Kolonial Ausstellung verbunden war, wurde zu diesem Zweck ausgenutzt. Die Ausstellung folgte dem Programm von Welt Ausstellungen. Sie gliederte sich in zwei Teile, einerseits einen ethnologischen Teil, in dem Eingeborenen der deutschen Kolonien mit ihren Industrien, also die Erzeugung aus der Industrie, in Gruppen und Anzeln dargestellt wurden. Und andererseits einen wissenschaftlich kommerziellen Teil. In diesem Teil wurden in einer Kolonialhalle die Agitationsverbände, Missionen und für die Kolonialindustrie typische Produkte ausgestellt. Von der Besitzungsfläche, also 60.000 Quadratmeter und den Besuchenzahlen, also über zwei Millionen ausgehen, kann die Kolonialausstellung in der Berliner Gewerbeausstellung mit Weltausstellungen anderer Kolonialmächte wie Frankreich und England nicht verglichen werden. Wenn aber der spezielle Deutschland als verspätete Nation und die Intention der Organisatoren der Berliner Kolonialausstellungen berücksichtigt werden, dann kann man von einem symbolischen Nachholbedarf im Vergleich zu den erwähnten Nachbarländern die Rede sein. Die Ressertion der deutschen Kolonialzeitung berichtet, Zitat, Die deutsche Kolonialpolitik hatte, als wir die erstbenannten Ausstellungen beschickten, wenige Jahre vorher eingesetzt. Die Grundlagen wirtschaftlicher Zufkünstiger Blüter waren zum Teil eben erst untersucht, zum Teil war man sich noch gar nicht einig, wo man zuerst den Hebel ansetzen sollte. Das hat sich nun aber in den letzten Jahren ganz bedeutend geändert und es war deshalb ein glücklicher Gedanke im Anschluss an die Gewerbeausstellung eine Kolonialausstellung zu veranstalten. Der Gegensatz zwischen der großartigen Entwicklung unserer Industrie und Technik und der Urwüchsigkeit der Erzäunisse unserer Landsleute hat an sich etwas Fessendes. An den Ufern des Karpenteiches werden Eingeborene aus Neupommen ihren heimlichen Beschäftigungen nachgehen, welche eben aus der Steinzeit in die Eisenzeit gekommen sind. Zitat Ende. Die Zeit der Versuche oder des Ausprobieren ist vorbei. Deutschland sitzt am Heben und hat sich langsam zur kolonialen Großmarkt entwickelt. Wenn bisher die Festigung der inneren Stabilität des von den hochentzollern militärisch errichteten Nationstaates im Mittelpunkt stand, so gilt es jetzt nicht nur diese Stabilität nach außen zu tragen, sondern diesen neuen Nationalstaat um einige Kolonialerwirkungen reicher zu machen. Die Ausstellung mobilisiert das Volksbewusstsein, reaktiviert dessen historisches Vorwissen über die Fremde, das wesentlich als Stereotypen besteht. Es kommen keine neuen Sichtweisen, keine neuen Erkenntnisse zustande, weil die Ausstellungsstücke auch nach dem Publikums Geschmach bearbeitet werden. Eine Schaulust und Wohlfeile Unterhaltung der Besucher wurde dann angeboten. Die nächste Abbildung zeigt eigentlich das Cameruner Dorf als Teil des Neudeutschlands dar. Die Werbung gehörte an erster Stelle zur Sichtbarkeit Berlins als Waren, als Wirtschaftszentrum der Wilhelminischen Kaiserpolitik. Die Werbung diente vor allem als Sympathieträgerin der Kolonialwaren in der Öffentlichkeit. Betroffen waren nicht nur Produkte, die aus den Kolonien kamen, aber auch Fertigprodukte, die daraus gemacht wurden, oder auch materielle Infrastruktur, die der Kolonialkontakt hat entstehen lassen. Infrastruktur für das Leben und Reise in die Kolonien, wie Zelte fertig waren, Arbeitsgeräte für die Truppen. Ein Beispiel, eine Werbung, die für den Export in die Kolonien bestimmt war, bietet die folgende, also die nächste Folie, die eigentlich aus dem deutschen Kolonialblatt von 1901 geholt wird. Kolonialwaren benutzen die Werbung für den Verkauf ihrer seltenen tropischen Produkte, Kaffee, Kakao, Bananen. Es wird in der Werbung auf die Qualität der Produkte hingewiesen, also die Erzeugnisse aus den deutschen Kolonien. Mit Grundbuchstaben und Verdruck wird auf die Herkunft der Produkte hingedeutet. Jede Kolonie hat ihre Spezifizität und Lieblingsprodukte, wie zum Beispiel der Usambara Kaffee aus Deutsch-Ostafrika oder der Kamerun-Kakao aus Kamerun. Die folgenden Werbeanzeigen der deutschen Kolonialhauses im Jahre 1902 legt so wenig davon ab. Zur Konstitution der Fantasie von Herrnmännchentum gehört auch die Literatur. Sie bestand aus Tagebüchern, Reiseberichten, aber auch Kolonialromanen, die sowohl von deutschen Reisenden in den Kolonien geschrieben waren, als auch von Schriftlern, also Berliner Schriftlern, die sich nie in den Kolonien aufgehalten haben, die aber viel Literatur und Presseberichte von Reisenden lasen oder Museen und Kolonialausstellungen besuchten. So ist der Fall des Berliner Schriftlers Leo Constantin von Puttkammer, der 1908 seinen Roman Das Duale Mädchen veröffentlichte. Der Autor entszeniert im Roman die Gefahr der Rassenmischung in den Kolonien und warnt vor den Folgen dieser Rassenmischung für deutsche Kolonialheren. Der Protagonist Sven Becksmann, der neue Faktoralleiter, kommt gerade aus Deutschland, um seinen verstorbenen Vorgänger zu ersetzen. Er stellt vor Ort fest, dass Kowa, der kamerunischen Mitarbeiter der Faktorallei, dessen Arbeit darin bestand, für die Faktorallei Rohprodukte wie Öffnbeinkau bei den Bakquerien im Hinterland anzukaufen, das Kapital der Faktoralle nach dem Tod seines Chefs veruntreut hat. Da der schuldige Kowa nach Drohungen Beckmanns das vergeudete Kapital der Faktoralle nicht in Naturalien, das heißt Rohstoffe, zurückbezahlen kann, lässt er seine Tochter Nyamna als Wirtschaftlerin bei Beckmanns einstellen. Durch ihren Lohn bezahlt Nyamna die Schulden ihres Vaters. Für den im Kamerun unerfahrenen deutschen Faktoralleiter ist die Tochter Kovas gleichzeitig Mutter, Mitarbeiterin, Köchin und Freundin. Sie wird am Ende zu seiner Frau. Hier setzen die inneren Konflikte bei Beckmanns ein. Als Europäer verstößt er gegen seine Heirat mit Nyamna wegen Normen der kolonialen Ordnung, sie weder Rassengleichheit bildet noch Rassenvermischung zulässt. In seiner kolonialen Umwelt ist der Roman Protagonist Opfer von Verlandungen, die bis zum Verlust seiner Arbeit führen. Arbeitlos geworden will Beckmanns in seine Heimat zurück, um persönlich die Sache bei seinem Hamburger Arbeitsgeber zu klären. Aber dies ist der Moment der ewigen Tränen, weil seine schwarze Frau mit ihrer gemeinsamen Tochter ertringt, als sie versucht, mit einem Kanon an Bord des Dampfers nach Deutschland zu gelangen. Jetzt komme ich zum Schluss. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Berlin als koloniale Metropole und Reichshauptstadt ihren Anteil am globalen Extraktivismus Afrikas seit Ende des 17. Jahrhunderts gehabt hat. Dies tat die Stadt zunächst durch den Kurfürsten Friedrich Willen von Preußen Brandenburg durch den Import von Kolonialwaren wie Tabak Elfenbein Kautschuk nach Berlin aber auch durch den Export von Breinwein durch die afrikanische Kompanie in die damals einzige afrikanische Kolonie Groß Friedrich Burg als an der Gold Küste Medien wie Malerei Architektur Straßennamen geben noch heute Auskunft über diese vergessene Geschichte der Stadt und des Landes die Malerei reflektiert das damalige Bild von Afrika als Reservoir für Rohstoffe und von Afrikanern als Objekte im Eigentum des Berliner Adels und Besitzbürgertum dies entspricht dem Kontext des transatlantischen Sklavenhandels in Europa und veranschaulich die Doppelmoral der europäischen Aufklärung als Philosophie der Menschenrechte Afrikaner verdienen keine Werte der Aufklärung das heißt Menschheit Freiheit Gerechtigkeit Rationalität seit Ende des 19. Jahrhunderts und gerade nach der Reichsgründung zwang die blühende Industrie den Reichskanzler gegen Willen nach Rohstoffen aber auch nach Absatzmärkten für die Fertigprodukte zu suchen Berlin wurde wieder im Zentrum der neuen Weltordnung die durch die zusammengerufene Kongo-Konferenz eingeleitet war die Annexion Teilung und Extraktion von Naturressourcen Afrika wurde mit einem Zivilisierungs- und Entwicklungsdiskurs Afrika begleitet der als heutige Sicht als Feigenblatt des europäischen Entwicklungsdiskurses gedeutet werden kann der Diskurs bestand in der Abwertung von Europäern als Weißeräte der Menschheit und Afrikaner als Schwarze zurückgeblieben die zur Arbeit und zum Christentum erst erzogen werden sollten dieses Selbstbild der Eroberer haben sich die Berliner Akteure das heißt Kolonialbeamte Offiziere Koloniallobby Institutionen zu eigen gemacht und ein eigenes mediales dispositiv entworfen das bei der eigenen Bevölkerung die gutmeinenden Absichten der Kolonisation afrikanischer Gebiete rechtfertigen sollte bis heute noch bestehen noch viele Einrichtungen dieser kolonialen Erinnerungen wie das Afrika und Asien Afrika und Asien Afrika und Asien Wissenschaften die aus dem Seminar für orientalische Sprachen hervorging der Zoologische Garten der Tiere aus Afrika während der Kolonialzeit erhielt der Botanische Garten mit seiner Botanischen Zentrale für die deutschen Kolonien das Ethnologische Museum das jetzt einen neuen zusätzlichen Namen Humbold Forum trägt andere Orte der Kolonialen Erinnerung in Berlin sind Avron der Amnesie und der Aphasie der Berliner verschwunden oder bleiben unmarkiert was ist zum Beispiel aus der Kolonialabteilung des Auswärtigen Amtes als Zentrale der deutschen Kolonialekonisation geworden die heutige Tagung wird aus verschiedenen Perspektiven diese koloniale Dimension der Stadt Berlins näher beleuchtet und die Verflochtenheit ihrer gegenwärtigen Identität mit Afrika herausstellen ich bedanke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit Applaus Ja, vielen Dank Herr Guafo für den Eröffnungsvortrag Keynote-Lectures sind in Stein gemeißelt die werden hier nicht zur Diskussion gestellt aber Sie bieten sicher Anknüpfungspunkte für ein informelles Gespräch in der Pause die sich gleich anschließt noch mal vielen Dank an Sie alle Herzlich willkommen zum ersten Panel dieser Tagung Berlin in kolonialen Netzwerken der Frühmoderne Mein Name ist Felix Töppel ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Europa Universität in Frankfurt oder und ich werde dieses erste Panel heute moderieren die Panels oder auch das erste Panel wird folgendermaßen ablaufen wir werden die drei Vorträge hören es wird im Anschluss eine gebündelte Kommentierung geben und nach dem Kommentar wird es eine gebündelte Diskussion aller drei Vorträge geben also es werden keine Vorträge einzeln kommentiert und es wird keine einzelnen Fragerunden geben nur dass das klar ist und wir würden auch die ReferentInnen bitten die 15 Minuten einzuhalten ich habe hier auch solche streng Zettel vorbereitet da wird dann auch noch mal darauf hingewiesen dass nur als Vorwarnung dass niemand irritiert ist ansonsten nach 20 Minuten wird dann der Sound abgedreht zum ersten panel ich möchte ganz herzlich Herrn PD Dr. Sven Trakuhuhn als Kommentator des Panels begrüßen ich möchte aber auch Frau Dr. Jutta Wimler Sophia Spielmann und Herrn Dr. Weisbrich begrüßen Ich möchte zunächst Herrn Trakuhuhn und Frau Wimler vorstellen Dr. Sven Trakuhuhn ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Asien-Afrika Institut der Universität Hamburg Zudem ist er Privatdozent an der Professur für Allgemeine Geschichte der Früh Neuzeit an der Universität Potsdam Von 2017 bis 2020 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter Angestellter im DFG Projekt Christian Missions and Refashioning of Buddhism in Southeast Asia an der Universität Konstanz Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der europäischen und asiatischen besonders aber der thailändischen Geschichte Im Vordergrund stehen dabei die wechselseitigen Aneignungs- und Abgrenzungsprozesse in Politik, Kultur und Religion vom 16. bis zum 19. Jahrhundert Ich möchte noch zwei Monografien erwähnen einmal Asiatische Revolution Europa und der Aufstieg und Fall Asiatischer Imperien von 1600 bis 1830 erschienen im Campus Verlag 2017 was zugleich auch ihre Habilitationsschrift war und Siam und Europa das Königreich Ayutaya in westlichen Berichten von 1500 bis 1670 erschienen in der Reihe Formation Europas im Werharden Verlag 2006 Sven Zentralkuhlen ist auch Herausgeber von vier Sammelbänden und nicht zu erwähnen sind die zahlreichen erschienen Aufsätze Schön, dass Sie heute hier sind Vielen Dank, dass Sie sich dazu bereit erklärt haben dieses Panel zu kommentieren Ich möchte nun die erste Referentin des Tages vorstellen Frau Dr. Jutta Wimler Jutta Wimler ist Forschungsgruppenleiterin im Exzellenzcluster Beyond Slavery and Freedom der Universität Bonn Sie hat Geschichte und Religionswissenschaft an der Universität in Graz studiert und dort zur Bedeutung Westafrikas und der Karibik für Frankreich unter Ludwig dem 14. promoviert Von 2011 bis 2020 war sie als Postdoc am Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Europa-Universität Viadrina beschäftigt und hat dort mit Klaus Weber das DFG-Projekt The Globalized Periphery Atlantic Commerce Socio-Economic and Cultural Change in Central Europe from 1680 to 1850 geleitet Sie war Fellow am Internationalen Forschungszentrum für Kulturwissenschaften in Wien an der Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel und am Deutschen Historischen Institut in Paris Ich möchte noch einige Aufsätze von Frau Wimler erwähnen Troublemakers in the state-run Enterprise Conflict Management and the Limits of Social Disciplining in der Königliches Lagerhaus Berlin 720 to 760 in dem von Werner Stangel und Veronika Hirtenhandschuh herausgegebenen Sammelband Formative Modernities in the Early Modern Atlantic and Beyond Zudem möchte ich auch noch den Sammelband erwähnen den sie mit gemeinsamen Teil mit Klaus Weber herausgegeben hat das ist das Ergebnis dieses DFG-Projekts 2020 bei der Bordel & Brewer erschienen Globalized Peripheries Central Europe and the Atlantic World 1680 to 1860 Ja vielen Dank dass du heute hier bist ich freue mich auf deinen Vortrag ich glaube wir alle dürften sehr gespannt sein und ich übergebe dir jetzt das Wort Ja danke Felix für diese freundliche Einführung und für die Einladung hier zu dieser Tagung Ja wer an Preußen im 18. Jahrhundert denkt der denkt vermutlich sofort an das hier das Militär bekanntlich wurde Preußen in diesem Jahrhundert zu einer kontinentalen Großmacht ganz wesentlich durch eine Reorganisation und Ausweitung militärischer Strukturen überall in Preußen wurde ein gewisser Prozentsatz an jungen Männern zur militärischen Ausbildung verpflichtet und für jeweils drei Monate im Jahr weitergebildet um in Kriegszeiten rasch eingezogen und eingesetzt zu werden und die Kriegszeiten auch das ist bekannt die kamen auch ich möchte ihre Aufmerksamkeit aber heute auf einen Aspekt dieser Militarisierung lenken der bisher eher wenig Königbeachtung gefunden hat denn was doch ins Auge fällt wenn wir uns so eine stolze preußische Uniform ansehen und wir sehen auf der Powerpoint ein noch existentes Exemplar König Friedrichs des Zweiten sind doch ganz klar die schönen bunten Farben die elegante Kombination von Blau, Rot und Gelb um so schöne haltbare bunte Farben zu schaffen braucht es nicht nur ein ausgeklügeltes technisches Know-how sondern auch die materielle Basis um dieses Know-how für die massenhafte Produktion von Uniformen nutzbar machen zu können denn Uniformen sollen ja wie der Name schon sagt Uniform also einheitlich sein um ein solch einheitliches Textilprodukt für eine breite Gruppe an Konsumenten in diesem Fall Soldaten produzieren zu können braucht es große Mengen qualitativ hochwertiger und doch möglichst kostengünstiger Farbstoffe und hier kommt Amerika ins Spiel das genau das liefern konnte zum einen begannen europäische Siedler im 17. Jahrhundert systematisch Farbstoffe auf Plantagen anbauen zu lassen insbesondere den bereits aus Asien bekannten und auch in den Amerikas beheimateten Indigo vor allem auf den karibischen Inseln schufteten zunehmend afrikanische Sklavinnen und Sklaven auf einer wachsenden Anzahl von Indigo-Plantagen in Amerika holzten europäische Unternehmer außerdem systematisch Farbhölzer ab unter Einbezug vor allem lokaler Arbeitskräfte und später afrikanischer Sklavinnen und Sklaven auf der Yucatan Halbinsel wurden so die Maya zunehmend von Teilen der Küste verdrängt um dem Verlangen der europäischen Textilindustrie nach dem neuartigen und bisher gänzlich unbekannten Blauholz nachzukommen ein Holz das verwirrenderweise rötlich aussieht und vor allem in der Schwarzfärberei zum Einsatz kam hat tatsächlich die Schwarzfärberei in Europa regelrecht revolutioniert im Süden Amerikas war es das rotfärbende Brasilholz den Europäern bereits aus Asien bekannt und namensgebend für das Land Brasilien das systematisch nach Europa verschifft wurde ebenfalls aus Amerika kam der luxuriöse Rotfarbstoff Cochinille ein Produkt einer Schildlaus leicht potent und kostbar kurzum der Zugang zu Amerika brachte nicht nur neue Farbstoffe nach Europa sondern erhöhte auch die Verfügbarkeit von bereits Bekannten und diese Farbstoffe waren deutlich erschwingbarer als ihre asiatischen Pendants und machten auch europäischen Alternativen erfolgreich Konkurrenz also wenn wir diese wunderbar bunten Uniformen europäischer Armeen und Preußen war da ja nicht alleine im 18. Jahrhundert betrachtet ist es durchaus angezeigt nach der materiellen Basis ihrer Herstellung zu fragen An einem sehr konkreten Beispiel nämlich dem Farbstoffhandel des königlichen Lagerhauses Berlin kann die zunehmende Durchdringung Preußens mit Produkten aus Übersee fassbar und in ihrer zentralen Bedeutung sichtbar gemacht werden Preußens größte Wollzeugfabrik mit dem irreführenden Namen königliches Lagerhaus wurde auf Betreiben von König Friedrich Wilhelm dem 1. 1713 gegründet Der Soldatenkönig wollte hier die Produktion der Uniformen für seine wachsende Armee bündeln 1723 24 ging der Betrieb erst an den König über dieser wiederum übergab ihm den Militär Waisenhaus Potsdam der der neue Eigentümer wurde Nach dem Siebenjährigen Krieg wurde es dann an einen Unternehmer aus Aachen einen Herrn Heinrich Schmitz verbrachtet und wechselte damit nochmals den Besitzer Die Periode die ich Ihnen heute etwas näher bringen möchte ist die in jener der das Waisenhauseigentümer der Manufaktur war es sich also de facto um einen Staatsbetrieb handelte und für diesen Zeitraum gibt es eine große Menge an Quellen im geheimen Staatsarchiv preußischer Kulturbesitz hier in Berlin die bisher noch nicht ausgewertet wurden und diese Quellen zeigen auf dass in den frühen Jahren in denen das Lagerhaus dem Militär Waisenhaus Potsdam unterstand also in den 1720er und 30er Jahren die Versorgung des Lagerhauses mit Farbstoffen alles andere als unproblematisch war und dazu muss ich gleich erwähnen dass zur damaligen Zeit auf brandenburg-preußischem Territorium kein einziger Farbstoff kommerziell produziert wurde das heißt Preußen hatte de facto keine lokalen Farbstoffe es sind Versuche belegt Krab Weid- und Wauplantagen in Preußen auf die Beine zu stellen das war aber nicht besonders erfolgreich mit der Eroberung Schlesiens kam dann Mitte des Jahrhunderts ein großes Krab Anbaugebiet im preußischen Besitz aber nie ersetzte irgendetwas davon den Import das heißt auch in Europa grundsätzlich hergestellte Farbstoffe wie eben Weid oder Krab konnte Preußen nur durch Handel erwerben und so wurde auch grundsätzlich kein Unterschied gemacht zwischen der regionalen Herkunft europäische asiatische amerikanische und afrikanische Farbstoffe erreichten Preußen alle so ziemlich auf demselben Weg und zwar wie folgt der Einkauf erfolgt direkt in Hamburg und Amsterdam wo zwei Individuen deren Briefwechsel mit dem Lagerhaus teils dokumentiert ist die Farbstoffe für das Lagerhaus einkauften der Kontakt in Amsterdam trug den Namen Varin in Hamburg saß ein Herr Detino der Kontakt in Entschuldigung wenn Varin in Amsterdam Farbstoffe besorgte schickte er diese zu Detino nach Hamburg und der wiederum versandte sie von dort per Schiff die Elbe hinauf Richtung Magdeburg und dann über die Havel nach Berlin Detino Cochernille Cochernille ist eben nicht gleich Cochernille es gibt Unterschiede in der Qualität die auch daher rühren dass Farbstoffe oft verfälscht oder gestreckt wurden und das konnte aber nur eine fachkundige Person tatsächlich erkennen der Scharlach Färber des Lagerhauses schlug dann auch vor dass er die Qualität erst überprüfen möchte bevor gekauft wird das heißt er verlangt dass ihm Proben geschickt werden und das wiederum war unrealistisch weil das viel zu lange gedauert hätte diese Proben von Amsterdam oder Hamburg nach Berlin zu schicken dann zu überprüfen Nachricht zurück zu schicken dass gekauft werden darf oder nicht bis dahin ist das Produkt weg so das waren die 1720er und 1730er Jahre die nächsten Quellen habe ich für die 1750er und 60er Jahre und da sieht plötzlich die Lage ganz anders aus und dazu möchte ich aus einem Bericht des Lagerhaus Direktors Bastinella aus dem Jahr 1764 zitieren dieser Bericht ist das Resultat einer groß angelegten Untersuchung über die Machenschaften des Lagerhauses die der neue Besitzer dieser Entrepreneur Heinrich Schmitz aus Aachen eingeleitet hat Schmitz wollte bei seiner Übernahme genauestens über jegliche Aspekte von Ankauf und Produktion unterrichtet werden und er stellte zu diesem Zweck einen Fragebogen mit 74 Fragen die der arme Herr Bastinella beantworten musste und darunter gab es die Frage woher kommt die Koschenille und darauf antwortet Bastinella Zitat so haben seine königliche Majestät beschlossen dass die beim Haus zur Konsumtion nötigen Farbematerialien wie auch Baumöle und Fischleim von deren hiesigen Kaufneuten genommen werden sollte hierunter hat das Lagerhaus auch nicht gelitten in dem sich erstmals solche Evenements ergeben haben dass man hier die Farbematerialien Baumöl und Leim wohlfeiler erkauft hat als selbiges in Holland und Hamburg nach dasigen Preiskuranten hätten können erkauft werden folglich die Transportkosten gewonnen Zitat Ende was heißt das in den 50er und 60er Jahren kauft das Lagerhaus seine Farbstoffe in Berlin ein bei Berliner Kaufleuten und nicht mehr in Amsterdam und Hamburg und das kann nur möglich gewesen sein weil zu dieser Zeit genügend Berliner Kaufleute existierten die Farbstoffe verlässlich besorgten und auf Lager hatten so dass das Lagerhaus eben direkt in Berlin einkaufen konnte und das war definitiv vorher nicht der Fall sonst hätte man nicht umständlich in Amsterdam und Hamburg eingekauft Bastinellas Aussagen bestätigen auch die sogenannten Hauptkassenrechnungen das ist die Buchhaltung des Lagerhauses in den Kassenbüchern werden Farbstoffeinkäufe pro Monat verzeichnet es wird Farbstoff eingekaufte Menge Preis und Verkäufer angegeben und diese Kassenbücher liegen leider nur für fünfeinhalb Jahre vor aber man kann aus diesen fünfeinhalb Jahren durchaus interessante Dinge ablesen zum Beispiel Aussagen über die Palette von Farbstoffen und die eingekauften Mengen Tätigen und Sie sehen hier meine Auswertung von diesen existenten Kassenbüchern und was man sofort sieht ist die Palette an Farbstoffen die eingekauft wurde also so ziemlich alles was in der Wolf-Färberat damals zum Einsatz kam kauft auch das Lagerhaus an und die mit dem roten Pfeil das sind überseesche Farbstoffe wir können anhand der Kassenbücher auch Bastinellas Aussage bestätigen dass vornehmlich von Berliner Materialwarenhändlern gekauft wird das sieht man unter anderem auch schon in dieser Grafik über das Jahr 1755 worum es mir aber in der Grafik eher geht ist dieses kleine Tortenstück ganz oben 653 Pfund die auf der Frankfurter Messe an Farbstoffen eingekauft wurden und ich nehme an in diesem Umfeld hier muss ich nicht betonen dass das nicht Frankfurt am Main ist sondern Frankfurt an der Oder ist hier gemeint und damit komme ich auch zu meinem letzten Punkt der uns auch nochmal zu dem Bericht Bastinellas zurückführt denn man fragt sich doch wie es möglich sein konnte dass Farbstoffe in Berlin sogar günstiger waren als der Einkauf in Hamburg oder Amsterdam und das behauptet Bastinellas 1764 und die These die ich dazu verfolge ist es hängt mit der preußischen Wirtschaftspolitik zusammen vor allem mit der Förderung des Ostseehandels 1720 erwarb der Soldatenkönig für zwei Millionen Reichsthaler den Ostseehafen Stettin und Westpommern von Schweden durch Infrastruktur Maßnahmen und Zollpolitik versuchte der preußische Staat in den folgenden Jahrzehnten den preußischen Seehandel von Hamburg weg und Richtung Stettin zu ziehen für den Import von Farbstoffen wurden im ganzen Land extrem niedrige Zölle erhoben zum Teil bestand sogar Zollfreiheit aber für die Handelsschifffahrt auf der Elbe wurden Hürden eingerichtet um den Handel aus Hamburg generell zu erschweren gleichzeitig wurde massiv in die Infrastruktur des Stettiner Hafens und auf der Oder investiert Die Oder wurde entschlammt und teilweise umgeleitet alte Kanäle saniert und neue geschaffen In Stettin wurde die Swine vertieft um auch größeren Schiffen die Einfahrt in den Hafen zu ermöglichen Und in der Sekundärliteratur wird meistens betont dass diese Maßnahmen nicht erfolgreich waren weil das Hauptanliegen nicht erreicht wurde nämlich den schlesischen Leinwandhandel über Stettin zu ziehen und aus Hamburg weg Aber ich behaupte bei den Importen von Farbstoffen sieht die Angelegenheit anders aus und da sieht man durchaus einen gewissen Erfolg Es sind leider kaum noch Unterlagen zum Stettiner Handel dieser Zeit erhalten aber indirekt kann man grobe Tendenzen durch eine Analyse der Sund Zoll Register ausmachen Denn wer in der frühen Neuzeit mit einem Handelsschiff in die Ostsee und ins Baltikum fahren wollte musste notwendigerweise durch den Sund fahren und den sogenannten Sund Zoll an Dänemark entrichten Diese Register sind fast vollständig erhalten geblieben und wurden 2010 im Rahmen einer Datenbank online zugänglich gemacht Und was Sie hier sehen ist meine Auswertung für die beiden Farbhölzer Brasil und Blauholz das im Englischen im Übrigen Lockwood heißt Und was wir hier schon sehen ist dass in der Tat ein Aufschwung am Anfang der 1750er zu beobachten ist der durchaus mit diesen Infrastruktur Maßnahmen parallel geht also diese Maßnahmen die ich erwähnt habe Das ganze bricht freilich dann gleich ein bisschen ein mit dem Ausbruch des siebenjährigen Krieges geht dann aber noch mal stärker hoch danach nach Also ich ich meine es verdichtet sich doch die Beweislage dass die handelspolitischen und Infrastruktur Maßnahmen in und um Stettin sowie an der Oder zumindest ein Faktor waren der erklärt wieso Anfang der 1750er plötzlich alle möglichen Farbstoffe in Berlin günstig zu bekommen waren Ein kurzes Fazit Brandenburg Preußens Versuch vom globalen Handel zu profitieren beschränkt sich nicht auf die in diesem Kontext oft erwähnten und relativ kurzlebigen Überseekompanien Wir müssen auch Importe von Produkten wie Farbstoffen in den Blick nehmen die preußisches Territorium erreichten und dort vertrieben und weiter verarbeitet werden mussten wofür eine gewisse Infrastruktur notwendig war und diese Themen in den Fokus zu rücken ist eine Möglichkeit die preußische Geschichte des 18. Jahrhunderts um eine global historische Perspektive zu erweitern und damit vielen Dank Vielen Dank für diesen wirklich sehr spannenden Vortrag Nun folgt der Vortrag von Sophia Spielmann ist Doktorantin der Wissenschaftsgeschichte an der Technischen Universität Berlin Ihr akademischer Schwerpunkt liegt in der Sozial- und Kulturanthropologie Ihr Lizenziat erwart sie 2020 an der Universität Buenos Aires in Argentinien Frau Spielmanns Forschung beschäftigt sich mit den Prozessen der Aneignung und Transformation indigenen Wissens in kolonialen Kontexten insbesondere im Bereich der Botanik Pharmazie und Naturgeschichte der Titel Ihres Dissertationsvorhabens lautet A Fair Trade of Knowledge As an Example of Practices of Knowledge Exchange between South America and Europe 1550 to 1850 Paraguay Paraguay 17th to 18th Centuries Centuries dieses Kapitel ist wohl noch in Bearbeitung und es ist ein Band der vermutlich und voraussichtlich noch dieses Jahr erscheint und an der Universität von Buenos Aires angesiedelt ist ich freue mich dass Sie hier sind ich bin sehr auf Ihren Vortrag gespannt und ja ich würde Ihnen jetzt das Wort übergeben Applaus Vielen Dank für diese Einführung. Der Titel von meinem Vortrag ist Lokalflora und exotische Gewächse. Karl Ludwig Wildenow und der königliche Botanische Garten Berlin-Schöneberg zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Wie der Titel auch schon sagt, geht es in meinem Beitrag um das Werk und Wirken des Botanikers Karl Ludwig von Wildenow. Ich möchte diese in den Kontext damaliger kolonialer Expansion und botanischer Expeditionen und Netzwerke stellen. Wildenow war nicht nur Botaniker, sondern zeitweise auch Apotheker, studierter Mediziner, Lehrer und Gärtner. Und von 1801 bis 1812 war er Direktor des Botanischen Gartens Berlins, damals noch in Schöneberg. Zu diesem Zeitpunkt war der Garten bereits das Zuhause tausender Arten aus verschiedensten Teilen der Welt. Unter Wildenow wuchs der Bestand des Gartens dann enorm, von ungefähr 1300 Pflanzenarten auf über 7000. Auch Berlin im weiteren Sinne war tief geprägt von neuen und nicht mehr ganz so neuen ankommenden herbeigeschafften Pflanzen. Ob Zierpflanzen wie Tulpen und Dahlien, Gehölze, Grundnahrungsmittel wie Kartoffeln und Mais und unzählige Arzneipflanzen. Was passierte hier mit diesen ankommenden exotischen Pflanzen? Mein Beitrag befasst sich jeweils sehr kurz mit vier Themenblöcken. Diese umfassen erstens Wildenows Frühwerk in einem besonderen Genre der Naturkundeliteratur, dem der sogenannten Lokalfloren. Zweitens soll es dann um Wildenows Haltung zu exotischen Heilpflanzen und Arzneimitteln in seiner Rolle als Apotheker gehen. Danach möchte ich kurz auf Wildenows botanische Netzwerke eingehen, seine Korrespondenz und Tauschpartner. Und zuletzt auch auf die Veränderungen, die der botanische Garten unter seiner Leitung erfuhr. Sehr kurz zu Wildenows Biografie. Er war 1765 in Berlin geboren, machte eine Apothekerlehre und studierte Medizin in Halle. Zeitweise führte er die Apotheke seines Vaters an der Kreuzung unter den Linden Friedrichstraße. Dann wurde er Professor der Naturgeschichte in Berlin und kurz vor seinem Lebensende auch Professor der Botanik der damals neu gegründeten Friedrich-Wilhelms-Universität. Zu seinen zahlreichen Publikationen gehörten unter anderem Lehrbücher, botanische Studien und als besonders wichtig gilt seine Neubearbeitung von Karl von Linnés Spezies Plantarum. Auffallend ist aber an Wildenow, dass er im Vergleich zu anderen Botanikern seiner Zeit sehr wenig reiste. Oder nur begrenzt. Und damit komme ich zu meinem ersten Thema. Wildenow hatte zunächst ein ganz besonderes Interesse an der Berliner Flora. Dies kann man sehr gut in einem seiner frühen Werke sehen, der Flora Berolinensis Prodromos, auf Deutsch Vorbote einer Flora Berlins. Dieses Werk zählte zum Genre oder Format der Lokalflora, die besonders seit dem 17. Jahrhundert im deutschsprachigen Raum verbreitet waren. Lokalfloren waren Bücher über die Pflanzenwelt eines bestimmten Ortes oder einer Region. Sie waren Inventarlisten von endemischen oder zumindest lokal vorkommenden Pflanzen dieser Region. Dies sieht man hier rechts auch in Wildenows Werk. Er führte die lateinischen lineischen Namen, also Gattung und Art auf Latein an, sowie eine sehr kurze Beschreibung und dann die Ortsbezeichnung, wo die Pflanze zu finden war. Hier zum Beispiel Rummelsburg, Tiergarten, Jungfernheide, Grunewald. Eine solche pflanzliche Landeskarte, Landkarte, erfordert unzählige Wanderungen und Spaziergänge und zeugt von einer besonderen Aufmerksamkeit, die in diesen Büchern dem Lokalen geschenkt wurde. Abgesehen von dem offensichtlicheren Nutzen des Wo gehe ich hin, um eine bestimmte Pflanze zu finden, kann man hier doch auch feststellen, dass mit der lokalen Pflanzenwelt auch das Unsere einer Gemeinschaft mitdefiniert wird, welches immer einem anderen gegenübergestellt wird. Dies fängt beim Nachbardorf an und nahm im Laufe der frühen Neuzeit zunehmend größere Dimensionen an. Außerdem beschäftigten sich die Lokalfloren mit einer Welt, die sich seit jeher im Prozess des Wandels und der Verflechtung befand. Die Grenzen wurden also nicht um Räume einer unberührten Natur gezogen, sondern vor allem eben zwischen menschlichen Gemeinschaften, deren Identität in Bezug auf die von ihnen belebte natürliche Welt durch die Lokalflora mitdefiniert werden konnte. Man kann das Genre also auch als ein Verorten innerhalb einer zunehmend globalen Geografie von lokalen Mikrokosmen sehen. An zweiter Stelle möchte ich jetzt über Wildenows Umgang oder Haltung zu importierten pflanzlichen Heilmitteln sprechen. Die Materialien dieser pflanzlichen Heilmittel auf dem Apothekertisch waren oft in einer so veränderten Form, dass sie keiner konkreten Art zugeordnet werden konnten und ihr Ursprung blieb auch oftmals fragwürdig. Wildenow veröffentlichte hierzu verschiedene Studien in Fachzeitschriften wie dem Berlinischen Jahrbuch der Pharmazie. In einem Artikel aus dem Jahr 1795 bemühte er sich, die Pflanzenart der Ipecaquane Wurzel oder Brechwurzel zu bestimmen. Seine Materialien hat er rechts abgebildet. Vieles könnte man hier über Wildenows Wissensstand zur Herkunft und den lokalen Bedingungen der Produktion und des Handels von solchen Heilmitteln sagen. Zusammengefasst, er wusste nicht ganz so viel. Ich möchte aber auf einen anderen Punkt eingehen. Wildenows grundsätzliche Haltung gegenüber der Einfuhr von Heilmitteln aus anderen Teilen der Erde. So schrieb er. Es ist aber ein unverzeihlicher Fehler unserer Landesleute, dass sie auf Sachen, die aus anderen Ländern aus fremden Welt teilen oder übers Meer zu uns gebracht werden, einen weit größeren Wert als auf einheimische Produkte legen, die man wohl feiler, besser und mit leichterer Mühe haben kann. Nicht zu gedenken, dass wir durch einheimische Produkte mehrere Leute in Tätigkeit setzen und das Geld dafür im Lande behalten. Diese Haltung ist, könnte man sagen, in der wirtschaftlichen Logik des Kameralismus und in einem wachsenden Patriotismus verankert. Gleichzeitig war eine solche Ablehnung fremdländischer Produkte nicht neu. Diese hat es bereits seit dem 16. oder 17. Jahrhundert gegeben. Sein Gegenvorschlag war also, wir haben doch Heilpflanzen zu Hause. Er skizzierte eine Forschungsagenda, bei der heimische Ersatzstoffe für importierte Drogen gefunden und getestet werden sollten. Aber tatsächlich war er ja dann den Rest seines Lebens damit beschäftigt, immer mehr Pflanzen aus allen Erdteilen für seine Sammlungen, sein Herbarium und für den botanischen Garten zu beschaffen. Und damit möchte ich jetzt zu wildernusbotanischen Netzwerken kommen. Wie ich schon sagte, wuchsen die Bestände während Wildernusamtszeit von ungefähr 1300 auf über 7000 Pflanzenarten und dazu über 20.000 getrocknete Arten in seinem Herbarium. Dies wäre ohne ein ausgedehntes, nahezu globales Bekannten- und Korrespondenznetzwerk unmöglich gewesen. Auf dem PowerPoint führe ich nur eine kleine Liste seines Netzwerkes an. Wildernus stützte sich auf zahlreiche Kontakte an Universitäten und botanischen Gärten in Europa. Und er korrespondierte mit Handelsgärtnern und anderen Sammlern, bot ihnen Pflanzen an und bat um Saatgut, lebende oder getrocknete Pflanzen. Sein Verhalten war also typisch für das anderer Botaniker seiner Zeit. Auf diese Weise kam er an Pflanzen, die aus anderen Erdteilen stammten, viele davon zu diesem Zeitpunkt durch Kolonialmächte besetzt. Auch vor Ort hatte er Kontakte, zum Beispiel im Rahmen von Reisen und Forschungsexpeditionen in Kolonialräumen. Aber auch interessierte Laien wie Beamte, Missionare sowie Militär- und Marineangehörige schickten ihm pflanzliches Material. Unter seinen Kontakten ist zum Beispiel, besonders vielleicht, Alexander von Humboldt zu nennen, auf den er auch großen theoretischen Einfluss im Bereich der Pflanzengeografie ausübte. Humboldt und Bonpland sandten ihm aus verschiedenen Teilen Nord- und Südamerikas tausende Herbar-Exemplare zu. Links ein Herbar-Exemplar aus der Sammlung. Ein weiterer Kontakt war José Celestino Mutis der Spanischen Botanischen Expedition in Neugranada, heute Kolumbien. Rechts sieht man hierzu die Liste der Gattungen von Samen, für die Wildenow sich interessierte und bezüglich derer Ermutes um Information und Material bat. Es ist leicht ersichtlich und nicht überraschend, dass Wildenows Sammlungen zu großen Teilen von seiner Verankerung in kolonialen Netzwerken von Gelehrten und Sammlern abhängen. So nutzte er die koloniale Infrastruktur und damaligen Forschungsexpeditionen anderer europäischer Länder wie England, Holland, Dänemark und Spanien. Wie wurden diese Sammlungen dann in den Botanischen Garten integriert? Und damit komme ich zum vierten Punkt. Wildenow gestaltete den Garten stark um und baute zahlreiche permanente und mobile Gewächshäuser, um den Bedürfnissen der verschiedenen Pflanzen gerecht zu werden. Unter seiner Leitung wurde auch untersucht, welche Pflanzen für Landwirtschaft und Handel verwendet werden könnten. Auf dem Foto ist das Viktoria-Regier-Haus und das Palmenhaus abgebildet. Die sind allerdings nach seinem Tod erbaut. Es gibt leider kein Bildmaterial über die Häuser, die er gebaut hat. Sehr deutlich werden die Veränderungen an den Gärten anhand der Pläne von 1801 und 1810. Man sieht, dass die Gestaltung sich von streng geometrischen und rechtwinkligen Formen abwendet und das Raumkonzept stattdessen von Rundwegen geprägt ist. Für uns ist interessant, ist dann aber die Verteilung der Pflanzen im Garten. Hierzu auch die Beschriftung der Pläne, die man leider nicht gut sieht. Der frühere Plan von 1801 war deutlich von der Abgrenzung der Einheimischen von den exotischen Pflanzen geprägt. Diese waren bei der eindeutigen Arealen zugewiesen, sowohl in den Häusern wie auch auf den Freiflächen. Der spätere Plan traf dann hier keine Unterscheidung mehr. Stattdessen wurden die Pflanzen nach Klima, Licht und Bodenbedürfnissen gruppiert und diese Bedingungen sollten in den Gewächshausern reproduziert werden. Über nationale und andere politische Grenzen und die kulturellen Assoziationen der Pflanzen, also wo kamen sie konkret her, setzte sich diese Umordnung also hinweg. Auch wenn man sagen muss, dass bei jeder Pflanze eine kleine Informationstafel angebracht war. Diese geografische Einteilung ist also abstrakt und wenn man den Begriff vorausnehmen will, ökologisch geprägt, denn sie zielte in erster Linie auf ein universelles Verständnis der Erdkugel und der Prinzipien, nach denen die Vegetation auf ihr verteilt ist, ab. Er war also geprägt von seinem Konzept der Pflanzengeografie. Was kann man also aus diesen vier Punkten schließen? Ich habe vorher von Spannungen zwischen dem Lokalen und dem Fernen gesprochen. Diese machen sich bemerkbar, wenn es um die systematische Erfassung der lokalen Flora einer Region geht, ein Festhalten gerade, als diese Region sich stark veränderte. Oder auch in dem Versuch, importierte Produkte wie Heilmittel durch Einheimische zu ersetzen. Die Erweiterung der Sammlung des Botanischen Gartens unter Wildenow konnte nicht ohne den Austausch mit anderen Gärtnern und Sammlern im Kontext der europäischen kolonialen Expansion und innerhalb kolonialer Netzwerke geschehen. Hiervon hing seine Arbeit ab, auch wenn er selbst Europa nie verließ. Und schließlich kann eine Spannung zwischen den exotischen und heimischen Pflanzen auch darin sichtbar werden, wie diese räumlich in den Botanischen Garten eingegliedert werden. Wiederholt lässt sich feststellen, dass Wildenow also seinen Blick zwar in die Ferne richtete, dieser jedoch bald in das ihm nahe zurückkehrte. Dieses nahe war jedoch nicht unbedingt mehr vertraut. Stadt und Landbild Berlins veränderten sich während seiner Lebenszeit erheblich, auch durch sein eigenes Zutun. Es handelte sich also nicht um eine abstrakte Dichotomie, sondern um eine für ihn trügerische. Für Personen wie Wildenow ging es nicht nur um eine Eingliederung des Neuen und Fremden, sondern vor allem auch um eine Neuordnung des bereits bestehenden und lokalen. Und damit schließe ich auch schon ab. Und ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Spielmann, für diesen wirklich sehr spannenden Vortrag. Und ich möchte nun auch den dritten Referenten dieses Panels vorstellen, Herrn Dr. Thomas Weisbrich. Thomas Weisbrich studierte neuere deutsche Literatur, alte Geschichte und Kunstgeschichte in Freiburg, im Breisgau und München. Er promovierte 2007 als Stipendiat des Graduiertenkollegs Transnationale Medienereignisse der Justus-Liebig-Universität in Gießen mit einer Studie zur Höchststadt 1704, eine Schlacht als Medienereignis. Erschienen im Schöning Verlag im Jahr 2015. Seit 2011 ist er Leiter der Sammlung Militaria für Uniformen, Fahnen, Orden und Ehrenzeichen am Deutschen Historischen Museum in Berlin. Er war Mitkurator der Ausstellung Friedrich der Große, verehrt, verklärt, verdammt aus dem Jahr 2012 und arbeitete mit an weiteren Sonderausstellungen, zuletzt an einer Plakatpräsentation zur Geschichte des Berliner Zeughauses. Im Rahmen der Neukonzeption der Dauerausstellung des Deutschen Historischen Museums befasst er sich derzeit mit dem Mittelalter und der frühen Neuzeit. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören preußisch-deutsche Militärgeschichte sowie Museums-, Sammlungs- und Ausstellungsgeschichte. Hier möchte ich noch zwei Publikationen nennen. Eine aus dem Jahr 2020, Feldherrn bei der Arbeit zur Ikonografie militärischer Entscheidungen, erschienen in dem von Christoph Nibel und Martin Klaus herausgegebenen Sammelband Militärisches Entscheiden, Voraussetzungen, Prozesse und Repräsentation einer sozialen Praxis von der Antike bis zur Gegenwart. Des Weiteren ein 2022 erschienener Artikel, From Spalls of War to Gifts of State, Chinese Boxerflex and German Conceptions of History, 1900 to 1955, erschienen in Transferzeitschrift für Provenienzforschung und Sammlungsgeschichte. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Ja, Herr Töppel, auch meinerseits vielen Dank für Ihre Vorstellung. Die Vortragszeit ist knapp bemessen, da die laufende Sonderausstellung im Schloss Charlottenburg die Situation von Afrikanern am preußischen Hof im 18. Jahrhundert bereits beleuchtet. Wenngleich Sie das meiner Meinung nach mit guten Zwecken, aber in den Kommentaren bisweilen doch sehr modern tut, möchte ich mich im Folgenden auf die Rolle afrikanischer Militärmusiker im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert konzentrieren. Für die Wahrnehmung und Behandlung von Menschen, das sei vorausgeschickt, kann nicht nur ihre Hautfarbe, sondern auch ihre Kleidung von großer Bedeutung sein. Als zweite Haut ist sie wichtiger Teil der äußeren Erscheinung, die sie positiv oder negativ beeinflussen kann. Kleidung ist Ausdruck von historischen, kulturellen und gesellschaftlichen Verhältnissen. Sie kann einschließen und ausschließen und ordnen. Das tun militärische Uniformen, von denen im Folgenden auch die Rede sein wird, in spezieller Weise. Zum Schluss des Vortrags möchte ich noch den Blick von der Metropole Berlin in die Peripherie werfen, und zwar anhand von Uniformen in Afrika. Im frühen 18. Jahrhundert dienten im Königreich Preußen Afrikaner als Musiker, Trommner und Pfeifer in mehreren Regimentern. Das mag heute überraschen, entsprach damals jedoch den Gegebenheiten vieler europäischer Armeen. Von besonderer Bedeutung waren die afrikanischen Musiker in der in Potsdam stationierten königlichen Leibgarde, den sogenannten Langen Kerls. Insbesondere ihr Schöpfer, der Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I., kümmerte sich persönlich um diese Stellenbesetzungen. Sie stammten vor allem aus dem britischen und niederländischen Sklavenhandel. Der König bestellte mehrmals bei seinen Gesandten in London bzw. Den Haag, wobei hier zu erwähnen ist, dass die Leibgarde insgesamt aus sehr vielen jungen Männern bestand, die durch Druck und Zwang zu ihr gekommen waren. Als sogenannte Mohrenpfeifer oder Mohrenpauker dienten die Afrikaner in der Armee, waren jedoch auch ins höfische Leben fest eingebunden. Sie standen in enger Verbindung zur damals sehr geschätzten sogenannten Janitscharen-Musik, eine Musik, die aus dem Osmanischen, von der Osmanischen Armee adaptiert wurde und sich im Gegensatz zur damals gegen Europäische eine sehr starke Rhythmik auszeichnet. Und sie waren so fester Teil der Vorstellung vom Osmanischen Kulturraum, den man sowohl bewunderte als auch als Kriegsgegner fürchtete. Während die afrikanischen Musiker in den meisten Armeen, die nur gelegentlich in Erscheinung traten, wurden ihre Stellen in Preußen bis um 1800 kontinuierlich immer wieder nachbesetzt. Zeitweise waren das bis zu 30 Mann. Das ist so der absolute Höhepunkt in den 1730er Jahren. Ihre besondere Rolle zeigte sich auch in der vom König festgelegten Uniform. Sie sehen dort ein Gemälde aus dem von 1736 im Hintergrund einer der Musiker aus dem königlichen Regiment. Sie hob sich von denen der anderen preußischen Soldaten durch markante Details ab. Die Pfeifer im Leibregiment hatten einen mit Dressen reich geschmückten Rock. Sie sehen das an den Ärmeln. Besondere Kennzeichen waren jedoch ein silberner Halsring, Perlenohrringe und ein weißer Turban mit Federschmuck. Wobei der Turban eher aus der osmanischen Mode inspiriert war und diese Kleidungsstücke auch nicht streng militärisch waren, sondern sich zeitgleich in der höfischen Mode, höfischen zivilen Mode fanden. Also diese Kleidung exotisierte zum einen, war aber zum anderen auch fest eingebunden in ein fein differenziertes Zeichensystem, zu dem eine Vielzahl weiterer Kleidung mit Signalwirkung gehörte. Also Stichwort Kleiderordnungen. Wir müssten uns ja auch immer so den historischen Kontext für gegenwärtigen. Die aufwendige und kostbare Kleidung sollte letztlich auf die Macht des Herrschers verweisen und dazu dienen, dessen Ansinnen zu steigern, dass sich wiederum in einer Vielzahl von solchen Kostümierungen niederschlug. Von der Beachtung, die man am Hofe den Musikern schenkte, zeugen nicht zuletzt auch die Gemälde, auf denen sie zu sehen sind. Also eine Auswahl davon sehen Sie in der erwähnten Ausstellung Schlösser Preußen Kolonial im Schloss Charlottenburg. Nur wenige Nicht-Adlige der höfischen Gesellschaft waren bildwürdig. Von den allermeisten Männern, Frauen und Kindern dieser Zusammenhänge besitzen wir gar keine bildlichen Darstellungen. Das also noch mal allgemein zur Problematik auch der Quellenlage. Das 18. Jahrhundert erwies sich insofern als folgenreich, als es im späten 19. Jahrhundert zur Projektionsfläche imperialistischer Politik wurde. Hinsichtlich des Besitzes von Kolonien bestand für den 1888 auf den Thron gekommenen Kaiser Wilhelm II bekanntlich großer Nachholbedarf. Der den Kurs lange Zeit prägende Reichskanzler Bismarck hatte sich wegen politischer und finanzieller Risiken immer wieder gegen den Erwerb von Kolonien ausgesprochen. Deutschland war also ein Neueinsteiger, der nach seinem oft bemühten Platz an der Sonne zwischen den etablierten europäischen Imperialmächten wie Frankreich und Großbritannien suchte und entsprechend hartem Konkurrenzdruck ausgesetzt war. Zwischen 1884 und 1889, das wurde bereits in der Keynote erörtert, brachte das Deutsche Kaiserreich Gebiete in Afrika und Asien unter seiner Kontrolle und stieg innerhalb weniger Jahre zur flächenmäßig viertgrößten Kolonialmacht auf. Dieses imperialistische Agieren bedurfte nicht nur der außen- und innenpolitischen Absicherung, etwa durch die Flottenpolitik, sondern auch einer geschichtlichen Begründung. Der Kaiser versuchte, die ihm und seinem Reich im Vergleich zu den anderen europäischen Mächten fehlende imperiale Tradition, jetzt kommt ein Zitat von Isabel Hall, Zitat, durch Erfindung oder Wiederherstellung von altscheinenden Gebräuchen, Zitat Ende, auszugleichen. In diesem Zusammenhang sah der geschichtsbewusste Kaiser Wilhelm II im Rekurs auf die afrikanischen Musiker offensichtlich ein Mittel zum Zweck. Als oberster Kriegsherr und Chef mehrerer Regimenter konnte er Einfluss auf die Stellenbesetzung nehmen und das tat er zu Beginn des 20. Jahrhunderts gleich mehrfach. Die Premiere gab ein beim Leibgard-Husaren-Regiment in Potsdam, einer in der militärischen Hierarchie weit oben stehenden Einheit, Hier besetzte er 1901 die Stelle des bislang von einem Weißen, besetzte prestigeträchtige Stelle des Kesselpaukers mit einem Afrikaner namens Arara. Wie genau dieser an die Stelle kam, ist bislang unklar. Zuvor war Arara Diener in einem adeligen Hause gewesen. Ich habe bislang keine einschlägigen Quellen dazu gefunden. Wir können also hier nur spekulieren, auf welchem Wege, ob er, wir wissen das nicht. Arara führte jedenfalls bei den großen Paraden das Trompeterchor an. Militärmusik genoss hohes Ansehen. Sie war nicht nur bei solchen Gelegenheiten des öffentlichen Auftretens sehr publikumswirksam, sondern auch bei den regelmäßig stattfinden öffentlichen Konzerten oder sogar Konzertreisen. Es wurde also auch Unterhaltungsmusik von diesen Militärkapellen aufgeführt. Insgesamt dienten bis zur Auflösung der preußischen Armee fünf afrikanische bzw. afrikanisch-stämmige Musiker in der preußischen Armee. Drei von ihnen nahmen als Soldaten am Ersten Weltkrieg teil, namentlich Josef Mambo, Elu Wilhelm Sambo und Ben Aischer. Ein solches Phänomen, also den Rückgriff auf das 18. Jahrhundert, gab es, soweit ich sehe, in keinem anderen europäischen Land. Kein weiteres Revival. Im Laufe des 19. Jahrhunderts hatte sich die preußische Armee, vor allem aufgrund der Einführung der Wehrpflicht, entscheidend gewandelt. Ebenso das Aussehen der Uniform und ihrer Bedeutung. Sie waren in gewisser Weise nationalisiert und ethnisiert worden. Afrikanische Musiker trugen nun die gleiche Uniform wie alle anderen Regimentsmusiker. Ausgezeichnet waren sie wiederum durch einen besonderen Ärmelschmuck. Uniform bestimmter Regimenter waren mit historisierenden Elementen versehen, um das Alter und die Herkunft zu betonen und so ein Geschichtsbewusstsein zu schaffen. Ein Beispiel für die, sagen wir, vestimentäre Integration der afrikanischen Musiker in das preußische Militärgeschichtsbild bietet der aus Marokko stammende Ben Aischer. Als Angehöriger des 1. Garderegiments zu Fuß, auch dies eine Eliteeinheit, trug er zur Parade eine hohe Grenadiermütze, die wie kein anderes Uniformteil für den Historismus und die Tradition des preußischen Militärs unter Kaiser Wilhelm II. steht. Die Mütze hatte der Kaiser dem Regiment nämlich 1894 selbst verliehen. Ihre Gestaltung griff auf das der Grenadiermützen des 18. Jahrhunderts zurück, wobei es deren ursprüngliche Höhe bei weitem übertraf. Diese Mützen schlugen so den Bogen zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Ob die afrikanischen Musiker ihre Uniform nun gern trugen oder nicht, ob sie den Militärdienst als Qual empfanden oder sich in der soldatischen Gemeinschaft aufgehoben fühlten, das lässt sich mangels autobiografischer Quellen leider nicht in Erfahrung bringen. Dem wilhelminischen Historismus liegt ein zeitgenössisch bedingtes Missverständnis zugrunde. Mit den sogenannten Mohrenpfeifern des Soldatenkönigs verbanden sich im 18. Jahrhundert keine großen kolonialen Ambitionen. Im Gegenteil, Friedrich Wilhelm I. verkaufte den unrentablen Handelsstützpunkt Großfriedrichsburg an die niederländische Handelskompanie. Ihm dienten die afrikanischen Musiker hauptsächlich zur Aufführung der Janetschalmusik und zur Steigerung seines Ansehens innerhalb der europäischen Monarchen. Die preußischen Herrscher sehnten sich, um eines der Tagen Stichworte aufzugreifen, vor allem aus Macht- und staatspolitischen Gründen nach Anerkennung. Friedrich Wilhelm I. darum, um einen Platz des randständigen, jungen Königreiches, erst 17.1 Königreich, unter den bereits etablierten Monarchien zu bekommen. Dazu entwickelte er eine spezielle militärische Repräsentationskultur. Wilhelm II. hingegen sehnte sich nach Anerkennung des Kaiserreichs als global agierender Macht, wobei er vom aktuellen kolonialen Besitz ausgehend eine koloniale Vergangenheit erfand und in angeblich militärischen Traditionen Anschauung verlieh. Der britische Historiker Eric Hobswam macht für die Zeit um 1900 hinsichtlich der Konstruktion sozialer und politischer Identitäten treffend The Invention of Tradition aus. Der Erfolg war in Preußen wohl eher bescheiden. Wonach sich die nach Preußen gebachten afrikanischen Musiker sehnten, wissen wir nicht. Identitätskonstruktion des 21. Jahrhunderts unreflektiert zu übertragen, scheint mir etwas fragwürdig zu sein. Doch erahnen können wir etwas. Der Kessel Pauke Arara ging, schwer erkrankt, 1907 zurück nach Togo. Der Schellenbaumträger Ben Aisha nach dem Ersten Weltkrieg vermutlich zurück nach Marokko. Josef Mambo und Edo Wilhelm Sambo hingegen blieben nach dem Krieg in Deutschland. Das Militär war, im Frieden wie im Krieg, ihre Heimat geworden. Konsequenterweise trat Sambo in die 1921 gegründete Reichswehr der Weimarer Republik ein. Als deren einziger afrikanischer Kesselpauker, der stillschweigend in die Republik eine monarchische Tradition fortsetzte. Ausblick Das Uniformtragen war kein europäisches Phänomen. Militärische Uniformen gab es auch in Afrika. Mehrere preußische waren als diplomatische Geschenke, wenn sie sie wollen, als Warenstrom dorthin gebracht worden. Ein Beispiel bietet der in einem Teil der deutschen Kolonie Kamerun herrschende Sultan oder König Ibrahim Noya. 1905 erhielt er zur Ausstattung seiner Leibgarde zwölf preußische Kürassierhelme sowie der zugehörige Kürasse und Palasche. Bereits zuvor war Noya auf preußische Uniformen bzw. die der Schutztruppe aufmerksam geworden, als Macht- und Herrschaftszeichen und hatte nach ihrem Vorbild Uniformen für seine Soldaten anfertigen lassen. Der Herrscher ließ sich, um seine Gleichrangigkeit mit dem ihm von Gemälden bekannten deutschen Kaiser zu demonstrieren, in gleicher Haltung wie Wilhelm II fotografieren. Noya hatte das in Europa jahrhundertelang entwickelte Zeichensystem von Uniformen sofort verstanden und übernommen. Und er nutzte es in den folgenden Jahren gegenüber beim Nachbartenherrschern, als auch gegenüber den deutschen Kolonialmacht zur Durchsetzung seiner Interessen. Also im Grunde das, was König Friedrich Wilhelm I. seinerzeit auch versucht hat. Um 1900 wurden also nicht nur in Preußen Afrikaner in Uniform gesteckt, um koloniale Ansprüche auszudrücken, sondern afrikanische Herrscher zogen sich selbstbewusst preußische Uniform an und betraten damit ihre politische Bühne. Mehrere dieser Helme und Curaça von 1905 sollen heute als Erinnerungsstücke im Palastmuseum Fum Bam aufbewahrt werden. Und auch das ist ein Teil einer gemeinsamen, vielschichtigen, deutsch-afrikanischen oder genauer preußisch-kamerunischen Geschichte. Vielen Dank. Ja, ich möchte jetzt gar nicht viel sagen. Herr Trakoholm wird jetzt den Kommentar, also die Kommentierung des Panels vornehmen und anschließend wird circa eine halbe Stunde zur Verfügung stehen, um Fragen zu stellen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, schönen guten Tag und auch ich danke ganz herzlich für die freundliche Einladung und die Möglichkeit, diese drei doch sehr interessanten und spannenden Vorträge zu kommentieren. Obwohl ich also jetzt, was meine räumliche Orientierung betrifft, eigentlich wenig mit Afrika zu tun habe, sondern vielmehr, wie Sie sagten, Südostasien und insbesondere Thailand. Das gibt mir aber andererseits die Gelegenheit, an dieser Stelle vielleicht das eine oder andere, also prinzipielle, vorauszuschicken, was meiner Ansicht nach, also Gesichtspunkte, die meiner Ansicht nach eine Rolle spielten soll, bei der Erforschung kolonialer Verknüpfungen in der frühen Neuzeit. Und ich möchte also diese allgemeinen Bemerkungen, also einerseits beziehen auf den Titel der Tagung und zum anderen auf die Epoche, über die wir sprechen selbst, also die frühe Neuzeit oder die vormoderne oder frühmoderne, wie es hier heißt. Und dann anschließend auf die Vorträge selbst natürlich einzugehen. Nun fangen wir mit dem Titel an. Also ich bin sehr froh darüber, dass die Berliner Stadtgeschichte nun auch in globalen Kontexten und im Zusammenhang mit der kolonialen Vergangenheit Deutschland und Europas hier diskutiert wird. Das ist vor ein paar Jahrzehnten oder auch nur vor einem Jahrzehnt vielleicht ausgesprochen unüblich gewesen. Deswegen finde ich diese Form der Entprovinzialisierung, wenn Sie so wollen, der Berliner Geschichte, also sehr begrüßenswert. Zumal gerade auch die preußisch- oder brandenburgisch-preußische Geschichte selbst ja lange Zeit ein bisschen verkapselt gewesen ist und erst in einem ersten Schritt erstmal also den Bezug zur Reichsgeschichte finden musste, um dann von der Reichsgeschichte in die europäische und schließlich dann jetzt auch in die globale Geschichte überführt zu werden oder zumindest in diesem Kontext gelesen zu werden. Nun ist es so, also der Titel der Tagung, Berlins Weg in die Moderne, eine Stadt im Schnittpunkt kolonialer Warenströme und Sehnsüchte. Also mir sind zwei Begriffe aufgefallen. Der eine ist der Begriff der Moderne und der zweite der Begriff des Kolonialismus. Also in dem Titel steckt, was Geschichtsphilosophen eine Teleologie nennen würden, nämlich die Teleologie der Moderne. Ja, und was das ist oder sein soll, ist wahrscheinlich allen Anwesenden hier klar. Also es gibt sozusagen eine Verlaufsgeschichte Europas, müsste man erstmal sagen. Ja, also die irgendwann, also eine Geschichte der Moderne, die in der frühen Neuzeit beginnt. Irgendwann zwischen 1500 modernisieren sich die Staaten Europas. Amerika wird entdeckt, in Anführungszeichen. Die Welt wird erschlossen, der Buchdruck erfunden und all das. Also alle diese ganzen Basisprozesse der Moderne, die in Europa stattgefunden haben, führen dann also sozusagen zum gegenwärtigen Status des westlichen Zivilisationsmenschen. So. Gleichzeitig finden wir den Begriff des Kolonialismus im Titel. Ja, und es scheint so zu sein, und Frau Professor Hörold hat es ja auch angedeutet, dass dies zwei Seiten derselben Medaille seien. Ja, also Moderne und Kolonialismus sind zwei Seiten der einen Medaille. Das heißt, es gibt eine vormoderne oder frühmoderne mit wenig oder keinem Kolonialismus und dann gibt es eine moderne oder hochmoderne und da ist der Kolonialismus dann sozusagen da. Ja, also beides scheint irgendwie gleichzeitig geschehen zu sein. Und wenn wir, was auch in vielen Vorträgen bereits angeklungen ist, das Ganze dann eben in einen globalgeschichtlichen Horizont stellen, also mit dem Begriff der Globalisierung verknüpfen, haben wir also einen Gleichklang. Moderne Kolonialismus-Globalisierung. Ja, ich möchte darauf hinweisen und vielleicht darf ich meine Ausführungen versuchsweise auch in einen postkolonialen Kontext stellen. Ja, ich möchte also nur bemerken, ja, also dass dieses teleologische Konstrukt gerade in der Globalgeschichte seit längerer Zeit unter Beschuss steht. Ja, und das hinterfragt wird, was Moderne eigentlich sein soll. Ja, und ob mit Modernisierung gleichzeitig auch Kolonisierung gemeint sein soll. Ja, ob dies wirklich zwei Seiten derselben Medaille sind. Wir wissen es nicht so genau. Auch die Globalhistoriker und Historikerinnen wissen es noch nicht so genau. Aber sie kritisieren zumindest mal dieses Konstrukt, weil es natürlich zutiefst eurozentrisch ist. Ja, weil auf diese Weise also die Entwicklung aller außereuropäischen Räume, also die Rolle zufällt, die Entwicklung Europas nachzuvollziehen. Also gewissermaßen als Nachzügler. Ja, und das bereits auch schon angesprochene Begriff der Zivilisierungsmission, ja, ist gewissermaßen Teil dieses Narrativs. Das kann man, ich denke, muss man kritisieren. Da wir aber, so wie ich das sehe, im Moment noch keinen anderen oder besseren Begriff haben als die Moderne. Und wenn wir das Narrativ jetzt mal so akzeptieren, dann bleibt die Frage bestehen, woher diese Moderne eigentlich kommt. Also ist die Modernisierung Berlins, ja, oder Deutschlands oder Europas ein Prozess, der nur aus den internen Ressourcen und Kräften Europas und der europäischen Kultur geschöpft sind, oder kommen diese Quellen vielleicht noch anderswo her. Und wenn ich die bisherigen Vorträge richtig verstehe, deutet sich an, dass dieses anderswo, ja, durchaus in diesem Modernisierungsprozess eine Rolle spielt, gespielt hat. Und wenn das so ist, also wenn die Moderne in Europa auch Quellen und Ursprünge außerhalb Europas woanders haben, Wessen Moderne ist das dann, von der wir hier sprechen? Also das sind alles jetzt so Metafragen, ich weiß, dass es so ist, aber ich denke, und nicht alle können wir heute beantworten, aber ich denke, dass sie gestellt werden müssen und dass unter dieser Perspektive, also der gesamte Komplex, ja, Kolonialismus in Deutschland auch beleuchtet werden sollte. Das ist die eine allgemeine Bemerkung, die ich machen wollte zum Titel. Die andere bezieht sich auf die Epoche, über die wir jetzt sprechen, die frühe Neuzeit oder die vormodernen. Also die frühe Neuzeit ist eine Gelehrtenerfindung als Epoche des 20. Jahrhunderts, ich glaube sogar eine deutsche, ich bin mir noch nicht ganz sicher, doch, und insofern eine Konstruktion. Aber sie liegt natürlich als Konzeption mitten in dieser Erzählung drin. Also es gibt keine frühe Neuzeit, wenn es keine späte Neuzeit gibt. Der Begriff wäre sinnlos, ohne das. Ja, also ist die frühe Neuzeit ihrer Definition nach eine Epoche, also die teilweise noch vormodern oder mittelalterlich ist, teilweise schon modern. Ja, es ist also eine Transformationsepoche, in der dieser Übergang stattfindet. Und das macht sie tatsächlich zu etwas Besonderem. Ja, und ich stehe auch dazu, ich bin ja selber frühe Neuzeitler, wenn man so will, dass sie diese Funktion hat. Aber sie hat sie eben nur innerhalb dieses Narrativs. Und es sei angemerkt, dass in anderen Räumen und Gegenden der Welt die historischen Entwicklungen und Chronologien anders verlaufen können. Ja, also die frühen Neuzeiten, ja, Ostasiens beispielsweise, haben eine etwas andere Timeline, ja, als die europäische. Ja, wobei die frühe Neuzeit als Begriff trotzdem attraktiv genug ist, um dort auch adaptiert zu werden. Gut, aber wenn die frühe Neuzeit eben diese Besonderheit hat, ja, sowohl modern als auch noch nicht modern zu sein, also im Sinne der Theologie, von der ich sprach, ja, dann ist auch der Kolonialismus in der frühen Neuzeit etwas anderes als in der späten Neuzeit. Ja, man könnte also den Begriff der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen nehmen, ja, auch zum Beispiel, weil das auch angesprochen wurde, in Bezug auf die Sklaverei, ja, also man konnte im 16. Jahrhundert bereits Sklaven handeln, Europäer konnten Sklaven handeln, die Portugiesen hatten das auf den Atlantischen Inseln und so weiter, aber den Portugiesen konnte es genauso gut geschehen, selbst als Sklaven im Osmanischen Reich verkauft zu werden. Ja, also die Machtverhältnisse mit anderen Worten waren in der frühen Neuzeit ganz andere als in der späteren Neuzeit, im 19. und 20. Jahrhundert. Deswegen ist der Begriff, den Kolonialismus, den wir in dieser Epoche benutzen, also anders konnotiert, ja, und man muss eben auch dann anders darüber sprechen, denke ich, ja, und das im Gedächtnis behalten. So, und das gilt auch für die räumliche Orientierung, gewissermaßen, ja, also Amerika wurde im Laufe des 16. und 17. Jahrhunderts kolonisiert und vollständig von Portugal, Spanien unterworfen, während es in Asien zu dieser Zeit streng genommen noch keine europäischen Kolonien gegeben hat. Dann im 19. Jahrhundert, also ab 1820, in den USA schon vorher, beginnen dann die amerikanischen Revolutionen, die verlaufen dann über mehrere Jahrzehnte und sind dann irgendwann, ich weiß nicht, 1850 fertig. Dann gibt es keine Kolonien mehr oder fast keine Kolonien mehr in Amerika, zu einem Zeitpunkt, in dem der Kolonialismus in Asien noch gar nicht richtig angefangen hat. Ja, also es gibt räumliche und zeitliche Verschiebungen, die wir also im Sprechen über Kolonialismus in Berlin auch in Abhängigkeit von der Epoche, über die wir sprechen, im Auge behalten müssen. So, das sind die Ende der allgemeinen Bemerkungen. Jetzt kurz zu den einzelnen Beiträgen, die ich also sehr gerne gelesen und jetzt auch gehört habe. Frau Wimmler spricht über die Wirtschaftspolitik aus der Perspektive des Farbstoffhandels und hat uns einen Einblick gegeben, also in die empirische Arbeit sozusagen, der Erhebung wirtschaftlicher Prozesse und auch Austauschprozesse, die so bis jetzt noch gar nicht bekannt gewesen sind. Ja, und das ist, glaube ich, eine der Stärken dieser Arbeit. Ja, es ist noch zu wenig erforscht, denke ich, wie also vor der formalen Kolonialzeit Deutschlands also koloniale Verbindungen in Deutschland eine Rolle gespielt haben. Das ist eben, also lange Zeit aus dem Blick geraten, also auch der historischen Forschung. 2006 zum Beispiel konnte Hans-Urrich Wähler, also der Nestor der deutschen Sozialgeschichte, noch behaupten, dass die Kolonialgeschichte Deutschlands überhaupt eine Marginalie gewesen sei. Also nicht nur in der frühen Neuzeit, sondern überhaupt, ja, kurzlebig, unwesentlich, wirtschaftlich irrelevant und Zeitverschwendung das zu erforschen. Inzwischen, also Hans-Urrich Wähler ist jetzt tot und ich glaube, der Wind hat sich gedreht und ich bin sehr froh darüber, dass das so ist. Jedenfalls, aber es zeigt eben doch, dass gerade in der frühen Neuzeit noch sehr viel Forschungsbedarf ist, existiert und Frau Wilmler und ihr Beitrag, finde ich, tragen dazu also in wichtiger Weise bei. Frau Spielmann hat in ihrem Vortrag über die Lokalflora also einen Aspekt ins Licht gerückt, den ich insofern sehr wichtig finde, weil er das Lokale und das Globale gewissermaßen zusammendenkt. Weil wenn wir globalgeschichtliche Forschung betreiben, heißt es ja nicht, dass wir immer die ganze Welt irgendwie im Blick haben müssen, sondern wir untersuchen als Globalhistoriker und Globalhistoriker immer nur Ausschnitte historischer Praxis und dann in dem Fall also regional übergreifender historischer Praktiken. Und das heißt, das Lokale im Sinne von einem Sense of Place bleibt also, egal wie weit wir ausgreifen, geografisch immer sozusagen erhalten. und das Papier, also der Vortrag, trägt dazu bei, das auch besser zu verstehen und gerade eben auch auf der Ebene der Botanik durchzuexerzieren. Das finde ich wichtig, weil das auch wissenschaftsgeschichtlich einfach wichtig ist, denke ich. Nun wollte ich dazu nur noch die eine Anmerkung machen, also Karl von Linné, als Mastermind sozusagen der aufklärerischen Klassifizierungsprozeduren, hat ja für alles Mögliche Pate gestanden. Er hat auch Pate gestanden, beispielsweise für die Klassifizierung von Rassen, von Menschenrassen. Also die frühen Aufklärer, noch vor Kant natürlich, haben sich Menschenrassen vorgestellt und glaubten, sie klassifizieren zu können, so wie Linné Pflanzen klassifizieren kann. Also die ganze Welt konnte gewissermaßen klassifiziert werden, also auch Menschen. Also ist diese Klassifizierungsart, ja, und man könnte auch sagen, die Klassifizierungswut der Aufklärer, keinesfalls unschuldig. Drittens, Thomas Weisbrich, der ja auch aus meiner Gießener Heimat, also akademischen Heimat, da habe ich mich auch promulgiert, kommt, hat also erfreulicherweise über die Marschmusik, also musikgeschichtlich sozusagen, akzentuiert geforscht. Das finde ich auch extrem interessant. Und was ich dazu sagen möchte, ist, dass der Vortrag hebt ab auf sozusagen auf ein orientalistisch oder ein postkoloniales Motiv, ja, also westlicher Repräsentationsweisen des Fremden. Ja, das zeigt sich, ja, also schwarze Marschmusiker sind sozusagen Repräsentation, repräsentieren etwas, ja, das sind nicht einfach nur schwarze Menschen, die aus Afrika kommen, sondern sie stehen für etwas. Und ich habe jetzt aus dem Vortrag, auch in der schriftlichen Form genommen, dass das doch, dass dahinter jetzt sozusagen keine imperiale Konzeption stünde. Ja, dem würde ich zustimmen, ja, insofern es unrealistisch gewesen wäre, also in dieser Phase der Geschichte von Kolonien zu träumen. Aber doch ist das natürlich eine Form, also eines in dem Sinne eben kolonialistischen Diskurses oder orientalistischen Diskurses, ja, in einem Kontinuum. Also Edward Said und in seinem Buch Orientalism und alle, die nach ihm schrieben und sich darauf berufen haben, haben ja gesagt, dass koloniales Denken gewissermaßen alle Bereiche, ja, des westlichen Diskurses durchdringen, ja. Und dass es also gewissermaßen keine unschuldigen, also gewissermaßen nicht kolonialen Bedeutungen gäbe. Ja, und da passt das natürlich schon ganz gut rein, was Sie gesagt haben, auch Ihre Ausführungen über die Bildsprachen. Also zumindest im Text war das so, also die schwarzen Diener, die da im Bild erscheinen, als untergeordnete, ja, Zutat, ja, haben ja Vorbilder, ne. Also dergleichen gibt es massenweise, ja, in der niederländischen Malerei des 17. Jahrhunderts, in der britischen Malerei des 18. Jahrhunderts, überall tauchen da Inder, Inderinnen, Schwarze auf, ja, die gewissermaßen, also den imperialen Bezug herstellen, ja. Und wenn man diese Bildsprache spricht, auch in Deutschland oder in Preußen spricht, dann hat das was zu bedeuten, denke ich. Also auch das ist nicht ganz so unschuldig, aber das sind nur Marginalien. Und ich habe mich dann nur gefragt, also das jetzt ganz zum Abschluss, und das ist wirklich nur, also die Janitscharen-Musik, also das hat mich besonders beeindruckt. Also die Janitscharen-Musik ohne Janitscharen, gewissermaßen, ne. Also man fragt sich, wie das geklungen haben mag. Und mich hat auch das Zitat beeindruckt, des türkischen Botschafters, der sagt, das klingt überhaupt nicht türkisch, ne. Ja, wie auch, ne. Und die Frage ist, hätte man eigentlich Janitscharen so einfach kaufen können? Und gab es, gab es im 18, ja, ich glaube nämlich nicht, ne. Vielleicht nicht. Also, und ich frage, habe mich dann auch gefragt, ob man als Janitschare oder als afrikanischer Mensch oder Asiate oder Asiatin überhaupt anders nach Europa kommen konnte als Sklave. Vielleicht schon. Weil es gibt ja Beispiele dafür. Für Amo, ne, der als Gelehrter dann in Deutschland gewirkt hat. Es gab also andere Lebenswege, die Nicht-Europäer nach Europa bringen konnten, ohne dass sie Sklaven waren. Vielleicht sollte man da auch mal genauer schauen. Gut, aber das, das, so viel von meiner Seite. Vielen Dank nochmal für die schönen Vorträge und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus Ja, hallo, herzlich willkommen zurück aus der Pause zum Panel 2. Mein Name ist Samuel Elerzer-Wendt und ich habe die Ehre, dieses Panel zu moderieren. Auf dem Bildschirm sehen Sie unseren Kommentator des Panels. Das ist Privatdozent Dr. Felix Bram. Seit August 2023 ist er Lehrkraft für besondere Aufgaben am historischen Seminar der Universität Münster. Davor im Jahr 2021 hat er habilitiert an der Fakultät für Geschichtswissenschaft, Philosophie und Theologie der Universität Bielefeld und seine Promotion hat er im Jahr 2010 an der Philosophischen Fakultät 1 der Humboldt-Universität zu Berlin erlangt. Zwei Monografien möchte ich gerne vorstellen. Das ist einmal Merchandise of Power, der Waffenhandel zwischen Europa und Ostafrika, 1850 bis 1919 im Jahr 2022 erschien. Ich nehme an, das ist die Habilschrift und Wissenschaft und Dekolonisierung, Paradigmenwechsel und institutioneller Wandel in der akademischen Beschäftigung mit Afrika in Deutschland und Frankreich in den Jahren 1930 bis 1970 im Jahr 2010 erschienen. Seine Forschungsschwerpunkte sind die moderne Geschichte Afrikas, das britische Empire, die deutsche Kolonialgeschichte und auch die Geschichte der Sklaverei. Entschuldigung, ich kann Sie gerade nicht sehen, deswegen wollte ich nicht. Ich wollte nur auch Sie kurz grüßen und mich bei den Organisatorinnen und Organisatoren für die Einladung bedanken. Leider kann ich nicht vor Ort sein, bin aber sehr froh, dass ich auf diese Weise trotzdem teilnehmen kann. Vielen Dank. Ja, Dankeschön. Als Nächsten möchte ich gerne Dr. Tristan Ostermann vorstellen. Dr. Ostermann ist aktuell seit September 2022 an der Humboldt-Universität zu Berlin im Projekt Pharmazie und Kolonialismus angesiedelt. Er hat im Jahr 2021 seine Doktorarbeit abgeschlossen, die im vergangenen Jahr auch veröffentlicht wurde mit dem Titel Couch-Up und Arbeit in Kamerun Soziale Mobilität, Zwang und Militanz unter deutscher Kolonialherrschaft. Betreuer waren Prof. Dr. Andreas Eckert in Berlin und Prof. Dr. Peter Krischier in Amsterdam. Seine akademische Ausbildung hat er unter anderem an der Heinrich-Universität Düsseldorf mitbekommen, wo er als sehr beauftragt, als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Hilfskraft tätig war. Ansonsten war er auch Fellow des Leibniz-Instituts für Europäische Geschichte in Mainz und an der Freien Universität Berlin. Studiert, hatte seinen Bachelor an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster und seinen Master of Arts in Geschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin erlangt. Damit würde ich dann auch Ihnen gleich das Wort überlassen. Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung. Und ich möchte zu meinem Vortrag noch eine Vorbemerkung machen. Ich finde es immer ein bisschen problematisch, über Kolonialismus und koloniale Herrschaft zu sprechen oder auch koloniale Wirtschaft, ohne auf afrikanische Kontexte einzugehen und Afrikaner und Afrikanerinnen als Akteure zu behandeln. Ich habe versucht, in dieser doch recht Berlin-zentrierten Darstellung immer wieder so eine Rückbindung zu machen. Sie sagen mir am besten nachher, ob mir das gelungen ist oder nicht. Eduard Schmidt wurde 1860 in Berlin als Sohn eines Bierwirtes geboren. Zeitgenossen beschreiben ihn als klein, witzig und geschäftstüchtig. Daheim in Berlin hatte er für ein Schokoladengeschäft gearbeitet und einmal war er für dieses als Werbemaßnahme mit einem Ballon über Berlin geflogen und hatte von dort aus Bonbons herabgeworfen. In den 1880ern erzählte er diese Geschichte allen, die sie hören wollten und wahrscheinlich auch allen, die sie nicht hören wollten und er tat das an der westafrikanischen Küste, nämlich in der Faktorei der Hamburger Firma C. Wörmann am Kamerun-Estuar. Mindestens seit 1884 leitete Schmidt das Geschäft der Firma in Aquatown. Schmidt stand in gutem Verhältnis zu den wichtigen Duala-Autoritäten, denn seine Firma war einer der wichtigsten Handelspartner. Deswegen war er es, der 1884 mit einem Kollegen von der Firma Janssen und Thormälen im Auftrag des Deutschen Reiches mit den Duala über die Abtretung der Souveränität verhandelte und das Kamerun-Estuar und die benachbarten Gebiete wurden eine deutsche Kolonie. Schmidts Geschichte zeigt, dass Berliner von Anfang an bei der wirtschaftlichen Nutzung der Kolonie Kamerun dabei waren, aber sie deutet auch an, dass Berliner nicht das große Geschäft machten, denn Berlin war zwar das Zentrum des deutschen Kolonialreiches, die Kolonialabteilung, das Oberkommandum der Schutztruppe, das Bedeutendste Ethnologische Museum, der Botanische Garten als Tropenland wirtschaftliche Koordinationsinstanz, alles fand sich in Berlin. Dennoch spielte die Hauptstadt, so die These meines Papers, in der wirtschaftlichen Nutzung der Kolonie Kamerun nur eine begrenzte Rolle. Im Handel, wo das meiste Geld zu verdienen war, machten vor allem die Hamburger das Geschäft. Berliner Firmen hingegen waren führend im Plantagen-Sektor. Sie waren besonders menschenverachtende, aber häufig auch besonders unwirtschaftliche Unternehmen. In meinem Vortrag gehe ich zuerst auf die bisherige Forschung zur Berliner Kolonialwirtschaft ein. Zweitens erläutere ich die Vormachtstellung Hamburgs im Kameruner Handel. Drittens analysiere ich die ökonomische Bedeutung von Fantasiereichen für Berlin und abschließend zeige ich, wie und warum Berlin führend in der Kameruner Plantagenwirtschaft wurde und im Reise, was dies für Folgen in Kamerun hatte. Die postkoloniale Forschung hat Berlin als Kolonialmetropole, als Zentrum der kulturellen Auseinandersetzung des Deutschen Reiches mit seinen Kolonien beschrieben. Zur wirtschaftlichen Verflechtung Berlins mit dem Kolonialreich gibt es aber meines Wissens nach keine aktuellen veröffentlichten Studien. Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der deutschen Kolonien war in den 1960er und 70er Jahren ein wichtiges Thema, nicht zuletzt in der DDR. In den vergangenen Jahrzehnten hingegen dominierten kulturhistorische Ansätze die Forschung. Politische, soziale und wirtschaftliche Aspekte des Kolonialismus wurden kaum noch thematisiert. Die Ausnahme bleibt dabei aber der Völkermord an den Herero und Nama. Neuere Arbeiten versuchen nun, die Ergebnisse der kulturwissenschaftlichen Forschung mit der Geschichte wirtschaftlicher und sozialer Entwicklungen zu verbinden. Das ist auch ein Kontext, in dem ich meine eigene Forschung verorte. 1990 veröffentlichte Cornelia Esner im Band Berlin im Europa der Neuzeit, herausgegeben von der Historischen Kommission Berlin, die uns ja heute auch zusammengeführt hat, den kurzen Aufsatz Berlins Wirtschaft und der Kolonialismus. Esner fasste ihren Befund wie folgt zusammen, Zitat, so wie die spezifische Rolle Berlins in der Kolonialwirtschaft, wenn man überhaupt davon sprechen kann, im Wesentlichen auf die wirtschaftlichen Folgewirkungen in der Reichshauptstadt konzentrierten Kolonialverwaltung begrenzt. Die kolonialwirtschaftliche Bedeutung der Stadt habe sich hauptsächlich darauf beschränkt, dass hier Lobbygruppen wie die Deutsche Kolonialgesellschaft oder das Kolonialwirtschaftliche Komitee politischen Einfluss auf die Kolonialverwaltung nahmen. 2002 erschien der Band Kolonialmetropole Berlin und verfolgte einen postkolonialen Ansatz, der sich ausschließlich mit der Rolle der Stadt im deutschen Kolonialreich befasste. Auf drei Seiten zur wirtschaftlichen Bedeutung Berlins entwirft Joachim Zeller trotzdem ein nuancierteres Bild. Gerade kapitalkräftige Unternehmen aus dem Bergbau, Plantagen- und Bahnbausektor hatten ihren Sitz in Berlin. Diesen Befund werde ich im Weiteren untersuchen und zu erklären versuchen. Die Gründung des deutschen Schutzgebiets Kamerun ging auf die Initiative Hamburger Handelsunternehmen am Kamerun S2A C. Wörmann und Janssen und Tormehl zurück. Generell sind alle wichtigeren Koloniegründungen entlang der westafrikanischen Küste ab 1884 auf hanseatische Kaufleute zurückzuführen. Bremer Kaufleute in Togo und Südwestafrika, Hamburger in Nigeria und Kamerun. 1884 war keine einzige Berliner Handelsfirma zwischen Sierra Leone und Angola aktiv. Das bedeutet nicht, dass Berlin nicht am Westafrika-Handel beteiligt war. Berliner Firmen belieferten die hanseatischen mit Handelswaren oder verarbeiteten westafrikanische Produkte. So wurde etwa 1881 die Palmkernöl- und Schwefelkohlenstofffabrik Rengert & Co. auf Strahlau gegründet, deren Palmkernspeicher von 1883 noch heute zu bewundern ist. Ein Einstieg in den Westafrika- bzw. Kamerun-Handel gestaltete sich für Berliner Firmen sehr schwer und das auch noch nach Beginn der deutschen Kolonialherrschaft. Wörmann und andere hanseatische Firmen verfügten über jahrzehntelange Erfahrungen im Afrika-Handel. Sie unterhielten enge geschäftliche Beziehungen zu lokalen afrikanischen Autoritäten. Sie beschäftigten zahllose afrikanische Händler. Sie besaßen Wissen über die Komplexität des Handels. Allein an der Küste Kameruns gab es nämlich zwei sehr verschiedene Formen des Handels. Im Kamerun-Estuar wurde vor allem Palmöl gehandelt. Hierbei, so berichtete Adolf Wörmann 1880, mussten sich beide Parteien auf den Wert des vom afrikanischen Geschäftspartner gelieferten Palmöls in Crew, dem lokalen Wertmaßstab, einigen. Diesem entsprach eine auszuhandelnde Menge europäischer Warten. Weiter südlich, an der Batanga-Küste, dominierte der Elfenweinhandel. Erst lotete man dort aus, wie viele Gewehre den Europäern das gelieferte Elfenbein wert war. Dann begannen Verhandlungen, wie viele Gewehre denn jetzt eigentlich wirklich übergeben werden sollten und wie viele in Form anderer Waren zu zahlen waren. Hierbei kamen 50 bis 60 verschiedene europäische Warengattungen zum Einsatz, die alle einzeln verhandelt wurden. Einige kann man auf diesem Bild sehen. Das Elfenbein, dann diese Neptuns genannten, Messingbecken, Pulverfässer sind dort auch zu sehen. Wahrscheinlich gehört der Hut auf dem Kopf des einen Mannes auch zu den Handelsgütern. Europäische Waren vom Steinschlossgewehr über Stoffbahnen und Glasperlen bis hin zu kleinen Glöckchen dienten in den westafrikanischen Gesellschaften als Konsum, aber auch als Investitions- und Währungsgüter und waren sehr wertvoll. Welche Waren gerade gefragt waren, konnte sich schnell ändern. Deshalb waren Erfahrungen und Verbindungen notwendig, die Berliner Firmen nicht besaßen. Die Berliner Handelshäuser, die sich schließlich doch in Kamerun versuchten, waren keine altetablierten Familienunternehmen wie in Hamburg oder Bremen, sondern Aktiengesellschaften. Sie entstanden trotz oder vielleicht auch gerade wegen mangelnder Erfahrung vor Ort. Denn sie setzten auf die Macht kolonialer Fantasien und sammelten Kapital aus Kreisen ein, die zwar viel Interesse an, aber wenig Kompetenz in kolonialen Dingen besaßen. 1893 gründete ein gewisser Hans Jäger die Kamerun-Hinterland-Gesellschaft. Seine Idee, während die etablierten Hamburger Firmen ihr Geschäft wie in vorkolonialer Zeit vornehmlich an der Küste machten, sollte die Kamerun-Hinterland-Gesellschaft mit Adamauer im Norden der Kolonie handeln. Sie sehen das eingekreist auf der Karte. Adamauer war das östlichste Emirat des mächtigen Sukkotu-Kalifats. Und deutschen Kolonial-Untersersten galt Adamauer als eine Art Eldorado. Die deutsche Faszination für diese Region rührte von den Expeditionen von Heinrich Barth, Gerhard Roos, Gustav Nachtigall und anderen her, die ab Mitte des 19. Jahrhunderts Adamauer besucht hatten. Und in ihren Büchern hatten diese Leute geschwärmt von der Region, von ihrem Reichtum, ihrer Bevölkerungsdichte, und den staatlichen Strukturen. Befeuert davon und befeuert von, wie Albert Wirz schreibt, der Adamauer-Lobby im Kolonialrat, bestimmte dieses Bild von Adamauer einen großen Teil der deutschen Kolonialpolitik in Kamerun. Also Adamauer war immer das große Ziel. Oh, wir müssen nach Adamauer, da können wir das Geschäft machen. Doch es stellte sich heraus, dass während der gesamten deutschen Kolonialherrschaft Adamauer ökonomisch völlig unbedeutend blieb. Das große Geschäft machten die Hamburger Unternehmen und die blieben vornehmlich in der Regenwaldregion, in der Küste, die den Adamauer-Enthusiasten eigentlich mehr so als Hindernis auf dem Weg ins gelobte Land erschienen waren. Die Berliner Kamerun-Hinterlandgesellschaft wurde 1893 gegründet, aber erst 1897 wurde sie in Kamerun aktiv und niemals erreichte eine ihrer Karawanen Adamauer. Es zog nicht mal eine einzige los. Der Gouverneur von Puttkammer spottete, man könne über die Kamerun-Hinterlandgesellschaft nur sagen, Zitat, dass alles so unpraktisch wie möglich angefangen wird und bei diesem Verhalten von Erfolgen wohl kaum die Rede sein kann. Niemand nehme die Kamerun-Hinterlandgesellschaft ernst. Zitat, wohlwollende Gemüter bedauern die Aktionäre. Tatsächlich waren die Aktionäre bedauernswert, denn 1903 ermittelte die Berliner Staatsanwaltschaft, Jäger und sein Kampagnon hatten nämlich die Gelder der Investoren zum größten Teil in die eigene Tasche gesteckt. Wie lächerlich das ganze Geschäft war, zeigen die Erfahrungen Eberhard von Schkops. Mit nur vier Monaten Afrika-Erfahrung wurde er zum Hauptagenten, also zum Chefmanager, einer der Scheinfirmen der Kamerun-Hinterlandgesellschaft, die er ein Jahr praktisch alleine mit seinen afrikanischen Angestellten leitete. Von Schkop konzentrierte sich richtigerweise auf den Kautschukhandel, baute Netzwerke mit afrikanischen Familienoberhäuptern auf, beschäftigte Dutzende afrikanische Händler, aber letztlich stand er auf verlorenen Posten. Aber von Schkop vermarktete sich selbst und seine inzwischen gewachsene Kamerun-Erfahrung ziemlich geschickt, denn 1906 gründete er eine neue Aktiengesellschaft, die Afrikanische Kompanie AG. Und wieder ging es hier um koloniale Fantasien, die Investoren anlocken sollten, denn mit dem Namen, wir haben das schon öfter gehört, Invention of Tradition heute, mit dem Namen knüpfte er an die alte brandenburgische afrikanische Kompanie an. Bei der Etablierung in Kamerun umging die afrikanische Kompanie die Probleme einer neuen Firma im Afrika-Handel, denn sie kaufte sich einfach Know-how und Netzwerke. Sie übernahm die bedeutende, bereits seit den 1890ern in Kamerun aktive Firma A&L Lubke aus Hamburg. Und zwar mit allen Faktoreien, mit allen Grundstücken, mit allem afrikanischen und europäischem Personal. Und über Jahre war dies ein wirklich sehr gutes Geschäft, denn Kautschuk, das damals wichtigste Handelsprodukt in Kamerun, erzielte Höchstpreise auf dem Weltmarkt. Als jedoch 1913 die Preise ins Bodenlose fielen, hatte sich die Afrikanische Kompanie AG kein anderes Geschäftsfeld überlegt und ging danach ziemlich schnell pleite. Handel war der wichtigste Wirtschaftssektor in Kamerun, aber die bedeutendsten Berliner Kolonialfirmen dort waren Plantagenunternehmen. Zwar hatten Hamburger Kaufleute schon nach der Gründung der deutschen Kolonie am Kamerunberg erste Plantagen angelegt, aber im Gegensatz zum Handel fehlten ihnen hierfür das Know-how. Und das war nun wiederum die Möglichkeit, die es auch Berliner Firmen ermöglichte, in diesen Markt reinzukommen. Dann konnten alle vor sich hinwurschteln und Zoologen irgendwelche Sachen pflanzen lassen, statt Gärtner oder jemand, der sich mit Pflanzen auskennt. Berlin verstrickte sich sehr tief in den von Philipp D. Curtin so bezeichneten Plantation Complex. Produktion beruhend auf europäischem Kapital, Monokulturen, enteignetem Land und Formen unfreier Arbeit. Das erste Berliner Plantagenunternehmen in Kamerun war die 1897 gegründete WAPV, die Westafrikanische Pflanzengesellschaft Victoria, zeitweise die größte Kakaoplantage der Welt. Ihr Gründer war der Kölner Bankier Max Esser mit einer Gruppe von rheinischen Industriellen. Berlin als des Unternehmens wurde wahrscheinlich nur gewählt, wissen Sie nicht genau, wegen des engen Kontakts zur Kolonialmacht, den man dort haben konnte. Zum einen erwarteten die Gründer Profite. Schließlich gab es schon vor der Kameruner Küste auf Fernando Po und auf Saint-Thomé sehr profitable Kakaoplantagen. Aber auch hier spielten koloniale Fantasien eine große Rolle, denn die Gründer wollten eine Initialzündung für deutsche Plantagen am Kamerunberg geben, die mit viel Kapital arbeiteten. Und sie waren dafür bereit, auch Kapital zu versenken. In einer Jubiläumsschrift der WAPV hieß es sogar, Zitat, für die Begründer der WAPV waren patriotische Erwägungen vorwiegend. Tatsächlich war die Gründung der WAPV ein Startschuss. Berlin entwickelte sich zum Zentrum der Kameruner Plantagenunternehmen. Die Molivepflanzung, die Deutsche Kautschuk AG und die Kamerun Kautschuk Kompanie, die verbunden ist mit dem Wilhelm Mertens, der sich diese nette Hütte hier hat hinstellen lassen. Die saßen alle in Berlin. Und Berlins Plantagenunternehmen waren mitverantwortlich für die menschenverachtenden Zustände am Kamerunberg. Für Landraub, für Vertreibungen und unfreie Arbeit. Der WAPV nutzte ein System, das die Forschung als Bali Slave System bezeichnet. Sie verabredete mit Gallega, dem Fond der Bali und seinem Nachfolger von Jonge, die Überlassung versklavter Menschen und andere Abhängiger gegen europäische Waren. Auf diese Weise kam etwa Simon Peter Nguti, der als Sklave bei den Bali lebte, eines Tages als Arbeiter auf die WAPV-Plantagen. Andere wurden gewaltsam von sogenannten Arbeiteranwerbern rekrutiert. Und auf den Plantagen selbst herrschten teils fürchterliche Arbeits- und Lebensbedingungen. Bei einer, bei der Anlage der Miselele-Pflanzung der WAPV etwa starben zeitweise 21 Prozent aller Arbeiter. Viele von ihnen Kinder. Das Kinder kann man auch auf dem Bild sehen. Kinder waren ein großer, großer Teil der Arbeitskräfte auf diesen Plantagen. Ich komme zum Schluss. Berliner Kolonialunternehmen verfügten über einige Gemeinsamkeiten. Sie waren fast ausschließlich Aktiengesellschaften. Sie wählten Berlin höchstwahrscheinlich vor allem als Standort, um leichteren Zugang zur Regierung zu erhalten. Sie beruhten selten auf einer genauen Kenntnis der lokalen Verhältnisse in Kamerun und einer faktenbasierten Einschätzung der Profitmöglichkeiten. Vielmehr war ihre Grundlage oftmals koloniale Fantasie. Sie waren also vor allem spekulative Unternehmen. Die wirtschaftlichen Ergebnisse waren gemischt. Firmen wie die Kameruner Hinterlandgesellschaft waren reiner Betrug. Die WAPV oder die Afrikanische Kompanie machten zumindest zeitweise Gewinne. Berliner Kolonialunternehmen hatten aber trotz ihrer geringen wirtschaftlichen Bedeutung einen großen Einfluss auf das Leben vieler Afrikanerinnen und Afrikaner. Und diese Dimension muss bei der Beschäftigung mit Berliner Kolonialunternehmen stets mitbedarft werden. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für diesen Aufschlag in Panel 2. Ich möchte jetzt gerne die zweite Referentin dieses Panels vorstellen. Das ist Mona Rudolph. Sie wird einen Vortrag halten über den Diamantenhandel im Deutschen Kaiserreich und Einblicke geben in eine andere Kolonie. Jetzt möchte ich etwas zu ihrer Person sagen. Mona Rudolph ist angesiedelt an der Christian-Albrich-Universität zu Kiel. Sie hat im Jahr 2021 ihre Promotion an dieser Universität abgeschlossen mit einer Dissertation zu dem Thema von Bühleritzburg bis Berlin und darüber hinaus eine Globalgeschichte der Diamanten aus dem kolonialen Namibia 1908 bis 1929. Wie ich gesehen habe, war sie Promotionsstipendiatin der Friedrich-Ebert-Stiftung, ist seit 2020 wissenschaftliche Mitarbeiterin auch an der Christian-Albrich-Universität zu Kiel und hat auch ihre akademische Ausbildung an der Christian-Albrich-Universität zu Kiel geschlossen. Genau. Zu ihren Publikationen würde ich gerne zwei hervorheben. Einmal ein Aufsatz »The Global Commodity Chain Narrativ« »Deskriptive und analytische Potenziale und Fallstricke«, das im Jahr 2022 erschienen ist und eins über »Globalgeschichte, Perspektiven für Wissenschaft und Unterricht«, das schon veröffentlicht wurde, oder? Ja, okay. Genau. Also auch im vergangenen Jahr veröffentlicht wurde. Und damit übergebe ich Ihnen das Wort. Auch von meiner Seite vielen, vielen Dank für die schöne Vorstellung. Im Jahr 1884 wurde Deutsch-Südwestafrika das erste offizielle deutsche Kolonialgebiet. Die Hoffnungen in dieses erste Schutzgebiet waren groß, denn es sollte dem Kaiserreich Prestige einbringen und hohe Gewinne erwirtschaften. Aber diese Hoffnungen wurden jäh enttäuscht, denn das deutsch-südwestafrikanische Schutzgebiet musste jedes Jahr mit mehreren Millionen bezuschusst werden. Wegen dieser hohen finanziellen Verluste sprachen manche Abgeordnete im Reichstag nur noch von Deutsch-Südwestafrika als dem Schmerzenskind der Kolonialverwaltung oder von dem unverwertbaren Sandkasten. Andere Politiker spotteten über die hohen Importe an Spirituosen zu Wein, dass das Gebiet die versoffenste aller Kolonien sei. Diese missbilligende Haltung änderte sich, als Mitte des Jahres 1908 die Entdeckung reichhaltiger Diamanten von den Deutsch-Südwestafrika ans Reichskolonialamt gemeldet wurde. Das Reichskolonialamt, wir hatten es heute schon gehört, war die im Kaiserreich ranghöchste Kolonialbehörde und damit zuständig und weisungsbefugt für alle sieben deutschen Schutzgebiete. Im Reichskolonialamt stand der jeweils amtierende Staatssekretär vor. 1908 begleitete dieses Amt der ehemalige Bankier Bernhard Dernbrück. Stolz verkündete Dernbrück die Diamantenfunde nahe der Stadt Lüderitzbucht in Deutsch-Südwestafrika im Reichstag. Aber zunächst erhielt er dafür nur höhnische Kommentare aus den Reihen der Abgeordneten und wurde aufgefordert, die Steine vorzuzeigen oder rauszurücken. Zur großen Überraschung der Reichstagsabgeordneten stellte sich die Nachricht über die Diamantenfunde als wahrhaftig heraus. Die entdeckten Edelsteine entstanden aus oberirdischen, sogenannten alluvialen Lagerstätten. Das hatte den großen Vorteil, dass der Abbau der Edelsteine weder Vorkenntnisse noch schweres Gerät und zumindest anfangs keine größeren Investitionen bedurfte. Denn die Steine konnten recht mühelos von Hand aus den Dünen gesammelt oder gesiebt werden. Das machte ihren Abbau recht günstig und einigermaßen zügig möglich. Dernbrück erkannte die Rentabilität der kolonialen Rohstoffwunde und ließ die Rohdiamanten ihre Förderung und Ausfuhr aus dem Schutzgebiet umgehend besteuern. Neben den Steuererhebungen verfügte er zudem, dass alle in Deutsch-Südwestafrika abgebauten Rohdiamanten nach Berlin transportiert und dort verwertet werden mussten. Für den Verkauf der Diamanten im Kaiserreich ließ er eigens eine eigene Organisation gründen, die sogenannte Diamanten-Regie-Gesellschaft Berlin. Wegen des etwas sperrigen und langen Namens würde die Organisation häufig aber nur kurz Regie genannt. Mit all diesen Vorgaben war der Grundstein für den sich allmählich etablierenden Warenweg der Diamanten vom kolonialen Afrika über Europa bis in die USA gelegt worden. Im Schutzgebiet nahe Lüderitzbucht wurden die Steine geschürft, in Berlin von der Regie größtenteil ins Ausland verkauft, dort verarbeitet und anschließend in die Vereinigten Staaten von Amerika transportiert und dort konsumiert. In meinem heutigen Vortrag widme ich mich nun diesem Warenweg, aber ganz speziell eben diesem Handel und Verkauf der Rohdiamanten in Berlin von 1908 bis 1918. Dabei werde ich den Fragen nachgehen, welche Akteure die Verwertung der Edelsteine prägten, inwiefern es zu Globalisierungsprozessen kam und wie die Steine vermarktet wurden. Da ich für meinen Vortrag heute nur begrenzt Zeit habe, möchte ich Schwerpunkte setzen, an denen sich auch meine Vortragsgliederung orientiert. Ich werde nur sehr kurz auf die Akteure eingehen und mich dann etwas ausführlicher dem deutschen Diamantengewerbe widmen. Anschließend möchte ich kürz über die Handelstätigkeiten der Regie im Ersten Weltkrieg sprechen, ehe ich zum Schluss auf die Vermarktung und Annonciierung der Edelsteine eingehe. Alle Fragen darüber hinaus, die Sie vielleicht auch in meinem Paper gelesen haben, die ich heute aber nicht ansprechen kann, beantworte ich natürlich gerne in der abschließenden Diskussion. In meinem Vortrag möchte ich vor allem zeigen, warum es nicht gelang, das deutsche Kolonialgebiet mittels einer derart lukrativen und prestigeträchtigen Kolonialware wie den Diamanten rentabel zu machen. Es wird sich zeigen, dass die Gründe dafür nur zum Teil in der unsteten Nachfrage, aber vor allem an den am Diamantenhandel involvierten Akteure und den Spezifika des deutschen Diamantengewerbes begründet lagen. Bei der Untersuchung dieser Themenkomplexe werde ich insbesondere drei zentrale Befunde herausarbeiten. So waren erstens die unterschiedlichen Interessen und Ziele zwischen Reichskolonialamt und Regie über die Verwertung der Diamanten ausschlaggebend dafür, dass das Kaiserreich und auch Berlin eben nicht stärker von den Edelsteinen profitierte. Zweitens war das deutsche Diamantengewerbe 1908 noch sehr jung, äußerst kapitalschwach und wenig ausgeprägt. Aus diesen Gründen war es nicht dazu in der Lage, die gut fünf Millionen Karat Rohdiamanten anzukaufen und zu verarbeiten, die in der Kolonie bis zum Krieg gefördert worden sind. Drittens wird sich zeigen, dass die These vom Ersten Weltkrieg als Deglobalisierungsschub in Einzelfällen differenzierter betrachtet werden muss. Gemeinhin gilt die Phase bis zum Ersten Weltkrieg als Zeit intensiver Verflechtung, die mit dem Krieg ihr vermeintlich jähes Ende fand. Beim Diamantenhandel im Kaiserreich war aber genau das Gegenteil der Fall. Bis zum Krieg liefen die Verkäufe enorm schleppend, weshalb es nur zu Recht einseitigen und wenigen Geschäftsbeziehungen kam. Im Krieg entstanden jedoch intensive Verflechtung und die Verkaufstätigkeiten der Regie nahmen an Fahrt auf. Beginnen möchte ich nun mit den Akteuren. Zu den Akteuren, die den Diamantenhandel und Verkauf in Berlin am stärksten prägten, zählten in erster Linie das Reichskolonialamt und die Regie. Dass insbesondere diese beiden Akteursgruppen in Berlin die Verwertung der Edelsteine prägten, lag vor allem daran, wie und unter welchen Vorgaben die Regie einst gegründet worden war. Da der Haushalt Deutsch-Südwest Afrikas, ebenso wie der deutsche Kolonialismus ganz allgemein, enorm defizitär war, sollte die Verwertung der Diamanten kostenneutral erfolgen. Aus diesem Grund stammten die für die Gründung der Regie erforderlichen Gelder nicht aus staatlicher Hand, sondern von insgesamt 18 Banken aus dem Kaiserreich. Der größte Geldgeber war die Berliner Handelsgesellschaft. Eine der größten und renommiertesten Banken im Kaiserreich, die deshalb auch den Vorsitz der Regie zugesprochen bekam. Die Banken entschieden demnach darüber, an wen die Edelsteine verkauft würden, wie viele Rohdiamanten in den Handel gelangten und zu welchen Verkaufspreisen. Da die Banken nun den einzigen Geldgeber darstellten, war das Reichskolonialamt finanziell komplett von ihnen abhängig, um die Diamanten in Berlin überhaupt verwerten zu können. Diese Abhängigkeit kam von Beginn der Verwertungstätigkeiten in Berlin bis zum Ersten Weltkrieg deutlich zum Tragen, denn die Regie und das Kolonialamt verfolgten nahezu entgegengesetzte Interessen. Die Vorstandsvorsitzenden der Regie wollten die Diamanten möglichst rasch mit dem größtmöglichsten Profit und im kleinstmöglichsten finanziellen Risiko verwerten. Das Reichskolonialamt hingegen wollte vor allem das deutsche Gewerbe stärken und den Kolonialhaushalt von den Steuereinnahmen aus der Diamantenverwertung sanieren. Da das Reichskolonialamt eben jedoch so abhängig war, ließ die Kolonialbehörde der Regie weitgehende freie Hand bei der Diamantenverwertung. Ganz konkret bedeutete das, dass die Regie die Rohdiamanten extrem günstig anbot. Die günstigen Verkaufspreise waren jedoch im Fall der Diamanten fatal. Der Grund hierfür war und ist nach wie vor eine Anomalie. Die Steine werden und würden nur dann an- und verkauft, wenn und weil sie teuer sind. Da die Diamanten in Berlin aber außergewöhnlich günstig angeboten würden, schreckten eben Händler vor dem Ankauf zurück, denn sie fürchteten um die langfristige Preisstabilität der Steine und deshalb schien ihnen der Ankauf zu risikoreich. Nur ein Jahr nach Beginn ihrer Verwertungstätigkeiten 1910 zählte die Regie deshalb nur wenige Kunden, an die sie geringe Quantitäten an Rohdiamanten verkauft hatte. Aus diesem Grund entschied sich die Organisationen dafür, von 1910 bis 1914 fast die gesamte Produktionsmenge an Rohdiamanten an ein Händler-Trio aus Antwerpen zu verkaufen. Damit hatte sich die Regie aber zum Zwischenhändler ihrer eigenen Ware gemacht und weitgehende Einfluss- und Profitmöglichkeiten abgetreten. Aber warum würden die Steine so zögerlich von Käufern aus dem Kaiserreich nachgefragt? Und warum fanden die Steine nicht mehr Anklang bei deutschen Schleifern und dem Edelstein verarbeitenden Gewerbe? Dass das deutsche Diamantengewerbe zögerlich auf die deutsch-südwestafrikanischen Steine reagierte, hatte drei wesentliche Gründe. Erstens war die Edelstein verarbeitende Industrie im Kaiserreich noch sehr jung. Die ersten Schleifereien konnten sich im Kaiserreich erst um 1900 in der Pfalz und in Hanau etablieren. Im Laufe der Zeit kamen zwar weitere Schleifereien hinzu, dennoch blieb das Gewerbe gerade im Vergleich zu den langjährig etablierten Schleiferzentren in Amsterdam und an Werben besonders schwach ausgeprägt. Somit war es den deutschen Schleifern zahlenmäßig gar nicht möglich, die enormen Mengen an kolonialen Rohdiamanten zu absorbieren, die ab 1909 recht überraschend in Berlin verfügbar wurden. Zweitens war das deutsche Schleiferwesen relativ finanzschwach, auch weil es noch so jung war. Einige Schleifer fristeten ein prekäres Dasein, vor allem in Auftragsarmenphasen. Somit konnten es sich viele Schleifereien gar nicht leisten, Rohdiamanten zu kaufen. Und drittens lag die Skepsis des deutschen Gewerbes gegenüber der Regie an den charakteristischen Eigenschaften der Diamanten aus Deutsch-Südwestafrika. Die Edelsteine aus der Namibüste waren extrem kleinkarätig, auffällig rein und verwachsen. Das stellte Schleifer vor enorme Herausforderungen, denn die Steine dürften nur mit ihrer Wuchsrichtung geschliffen werden, andernfalls zersprangen sie. Um zu verhindern, dass die Steine zersprangen, mussten sie bei starken Verwachsungen erst gespalten werden. Im gesamten Kaiserreich gab es aber nur einen einzigen Spalter und damit zu wenige, um eben diese verwachsenen Steine vor ihrem Schliff zu präparieren. Zuletzt spielte auch die Wahl des Standorts der Regie eine Rolle, denn für die Verwertung der Edelsteine hätte es nämlich nur wenig ungünstigere Plätze als Berlin geben können. Die Zentren des deutschen Schleiferwesens lagen, wie bereits erwähnt, in der Pfalz und damit weit entfernt von der Hauptstadt. Folglich lagen die Schwierigkeiten der Regie, Käufer für die kolonialen Diamanten zu finden, auch in den spezifischen Strukturen des Edelstein verarbeitenden Gewerkes. Waren die Verwertungstätigkeiten der Regie vor dem Krieg nur mäßig erfolgreich, würden sie im Krieg zu einem vollen Erfolg. Nationale wie internationale Händler, Schleifer, Juweliere fragten bei der Berliner Verwertungsorganisation Rohdiamanten in umfangreichen Mengen nach. Dafür gab es zwei Gründe. Kriegsbedingt musste die größte Konkurrenzorganisation der Regie, das sogenannte Londoner Syndikat in Großbritannien, den Handel mit Rohdiamanten einstellen. Da das Londoner Syndikat keine Rohdiamanten mehr veräußerte, besaß die Regie im Krieg nun ein Monopol auf den Verkauf der Diamanten in Europa. Zweitens stieg die Nachfrage bei der Regie massiv an, weil auch die Nachfrage nach Rohdiamanten im Krieg deutlich zunahm. Zu Beginn des Krieges 1915 brach die Nachfrage nach den Steinen zwar ein, übertraf aber bereits 1916 und 1917 das Vorkriegsniveau. Diese wiedererstarkende Kauffreude, vor allem in den USA, führte dazu, dass Rohdiamanten in Europa enorm begehrt und in Berlin in hohen Mengen nachgefragt wurden. In weniger als zwei Jahren gelang es der Regie im Krieg deshalb, ihre gesamten Vorräte an Rohdiamanten zu verkaufen. Zeitweise waren die Verkäufe so lukrativ, dass die Regie die Rohdiamanten sogar unter erheblichen Risiken in die benachbarten Niederlande schmuggelte, um die britische Rohstoffblockade zu umgehen. Diese Handelstätigkeiten der Regie zeigen, dass kriegsbedingt Verflechtungen zwar gelöst, aber gelöst würden, aber zeitweise auch neue entstanden. Hochglanzmagazine oder Reklametafeln wären heute ohne Bild gewaltige Diamantenwerbung kaum vorstellbar. Vor und während des Ersten Weltkriegs war das aber noch nicht der Fall, vor allem nicht im Kaiserreich. Der größte Diamantenmarkt lag nämlich nicht in Deutschland, sondern in den USA. Aber selbst dort wurden die Steine nur einigermaßen zögerlich nachgefragt und beworben. Das hatte zwei wesentliche Gründe. Zum einen waren Diamanten als Schmucksteine damals weit weniger beliebt als heute. Smaragde, Rubine, Opale, also in erster Linie besonders farbenprächtige Steine entsprachen nämlich viel eher dem zeitgenössischen Modeverständnis als die farblosen Diamanten. Und zum anderen steckte die moderne Produktvermarktung noch in den Kinderschuhen. Anstatt auf bildgewaltige Reklame setzte die Mehrheit der Verkäufer vor dem Krieg noch überwiegend auf Mundpropaganda, Laufkundschaft und die Auslage in ihren Schaufenstern. Kurzum, der Annonciierung von Produkten wurde zur damaligen Zeit weit weniger wertbeigemessen als heute. Das änderte sich tatsächlich erst mitten im Zweiten Weltkrieg, als der Diamantenkonzern De Beers begann, Diamantschmuck in den USA in großen und enorm teuren Werbekampagnen zu vermarkten. Diese Marketingstrategie, die De Beers noch viele Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg fortführte, war enorm erfolgreich, denn langfristig stieg nicht nur die Nachfrage nach den Steinen, sondern auch die Verkaufspreise für Diamanten. Mit ein paar abschließenden Bemerkungen möchte ich nun zum Schluss meines Vortrags kommen. Welche Rückschlüsse lassen sich nun aus den gewonnenen Erkenntnissen für Berlin, für koloniale Warenströme und das Verhältnis zwischen Kolonie und Metropole treffen. Deutlich würden insbesondere zwei zentrale Befunde. Dass der Handel mit der äußerst prestigeträchtigen und potenziell lukrativen Kolonialware Diamant in Berlin bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs nicht rentabel wurde, lag natürlich auch an der unsteten Nachfrage. Darüber hinaus waren aber vor allem die am Diamantenhandel involvierten Akteure und die Spezifika des deutschen Diamantengewerbes ausschlaggebend. Zweitens machten die Befunde ersichtlich, dass die deutschen Kolonien und mit ihnen das Kaiserreich vor 1914 sehr viel stärker in die Weltwirtschaft eingebunden und damit globalisiert waren, als es auf den ersten Blick scheint. Der Export der Diamanten aus der deutschen Kolonie, der Kapitaltransfer zwischen Metropole und Schutzgebiet sowie die sich daraus entwickelten Abhängigkeiten waren untrügliche Anzeichen für die zunehmende Globalisierung. Ein genauer Blick auf diese Globalisierungsprozesse offenbarte dabei, dass das Kaiserreich oder auch Berlin eben nicht zwangsläufig von den Kolonialprodukten aus dem eigenen Schutzgebiet profitieren musste. Am Beispiel des Diamantenhandels zeigte sich deutlich, dass die Edelsteine dem Kaiserreich und Berlin weit weniger Prestige und Profit einbrachten als erhofft. Dankeschön. Vielen Dank für diesen sehr spannenden Vortrag zum Diamantenhandel in Berlin. Ich konnte mir gar nicht vorstellen. Berlin mit Diamanten habe ich nie zuvor in Verbindung gebracht, bis ich dann ihren Beitrag gesehen habe. Vielen Dank. Jetzt möchte ich die letzte Referentin vorstellen. Das ist Vera Felicitas Mayer. Sie studiert gerade noch ihren Master Afrika-Wissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin. Zuvor hat sie Soziologie an der Technischen Universität Berlin studiert von 2013 bis 2018 und sie wird uns heute in einen anderen Ort tragen und ein Gewürz vorstellen, die Gewürzmelke aus Sansibar und die Edeka-Märkte als Orte des Massenkonsums in Berlin. Damit erteile ich Ihnen das Wort. Applaus Sansibar als Sehnsuchtsort Berliner Gelüste. Die Edeka-Gründung als Berlins Tor zur Welt am Beispiel der sansibarischen Gewürznelke. Ich beginne mit einem Zitat. Wir im deutschen Vaterland und nicht zuletzt wir Lebensmittelhändler haben das allergrößte Interesse an den Produkten, die in den ehemals deutschen Kolonien erzeugt werden. Mit der Forderung nach einer sofortigen Revision des Friedensvertrages verbinden wir die Forderung auf Rückgabe unserer Kolonien. Dieses Zitat ist von Fritz Bormann, dem Edeka-Gründer und zu diesem Zeitpunkt ist er Stadtverordneter in Berlin für die Wirtschaftspartei. Mit diesem Zitat verdeutlicht Fritz Bormann, ich bin nicht nervös, einerseits seinen Anspruch als Repräsentant der mittelständischen Lebensmittelbranche. Es zeigt darüber hinaus auch die politische Haltung Bormanns, welche sich auch in seiner Position als Verbandsdirektor Edekas widerspiegelt. Dies wird vor allem dadurch unterstrichen, weil er im Zitat beansprucht wird, das deutsche Vaterland zu sprechen. Das Zitat zeigt also die konkrete Verbindung Edekas zum Kolonialismus auf. Doch zunächst meine Gliederung. Als erstes werde ich die zentrale These dieser Forschung erläutern. Edeka als Berlins Tor zur Welt. Dann geht es kurz um die Einzelhandelsrevolution in Berlin in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Im Detail bespreche ich die Edeka Entstehungsgeschichte. Daraufhin zeige ich am Beispiel der sansibarischen Gewürznelke die Verflechtung Edekas mit kolonialen Warenströmen. Auch die Konstruktion von Sehnsüchten durch Werbungen, die auf imperiale und rassistische Stereotypen zurückgriff, ist Teil des Vortrags und zeigt damit auch eine historische Verantwortung auf, die Edeka auf sich geladen hat. Wie gestaltet sich also die konkrete Verbindung zwischen Edeka und dem Kolonialismus für die Stadt Berlin in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts? Meine zentrale These, die ich in diesem Vortrag beleuchten werde, ist daher, die Edeka-Gründung wurde für die historische Stadtgesellschaft Berlins zum Tor zur Welt. Berlin war das preußische Konsumzentrum seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die vielen Menschen und das angesiedelte Händlerkapital ließen bald eine Konsumgesellschaft entstehen. Die sozialgesellschaftlichen Veränderungen in Berlin, wie der Wegfall des Adelprivilegs, führten zu einer merkantilistischen Öffnung für den Mittelstand. Die wirtschaftliche Entwicklung im späteren 19. Jahrhundert in Berlin war die Folge einer Revolution in der Einzelhandelsbranche. Der frühe Handel mit Kolonialwaren bedingte die Herausbildung von sogenannten Kolonialwarenläden, wie hier auf der Folie zu sehen ist. Diese prägten das Stadtbild Berlins ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Im ganzen deutschen Kaiserreich wuchs die Zahl der Kolonialwarenläden von einer 185.000 auf 300.000 zwischen den Jahren 1875 und 1895. Das recherchierte der Wirtschaftshistoriker Uwe Spickermann im Jahr 1999. Die Kolonialwaren, das haben wir heute schon öfter gehört, waren also schon vor der Gründung der deutschen Kolonien im Umlauf. Doch wie haben es diese kleinen Kolonialwarenläden geschafft, Berlin in die unternehmerische Moderne zu katapultieren? Wie das Tagungsthema ist mit dem Begriff der Warenströme auf den Punkt bringt? Die in den Kolonialwarenläden verkauften Kolonialwaren entwickelten sich schnell zum zivilisatorischen Statussymbol. Zum einen befriedigte der Konsum der Kolonialwaren die Bedürfnisse der historischen Berliner Stadt- und Konsumgesellschaft. Zum anderen steigerte die Bewerbung der Kolonialwaren auch den Konsum. Edeka beeinflusste und nutzte diese gesellschaftliche Veränderung für sich und entwickelte sich Anfang des 20. Jahrhunderts zur mächtigsten kaufmännischen Genossenschaft Europas. Im Folgenden gehe ich genauer auf die Edeka-Gründung und ihre Motive ein. Edeka war der genossenschaftliche Zusammenschluss der einzelnen Kolonialwarenläden. Die Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler, kurz Edeka, gründete sich 1898 im Halleschen Torbezirk zu Berlin unter der Leitung von Robert Schmidt. Initiator war der zielstrebige Fritz Bormann. Dieses Foto hier zeigt ihn während der Reichsausstellung für Kolonialwaren und Feinkost 1927 in Berlin. Edeka war der erste genossenschaftliche Zusammenschluss in der Einzelhandelsbranche. Das wiederum inspirierte weitere Genossenschaftsgründung von Kolonialwaren im gesamten Deutschen Kaiserreich. Grund für den genossenschaftlichen Schulterschluss war die schwache Position, in der sich die Einzelhandelskaufmänner befanden, da sie den enormen Preisschwankungen der Großhändler ausgesetzt waren. Zehn Jahre nach der Gründung im Jahr 1908 vereinte Edeka diese verschiedenen Genossenschaften unter seinem Dach. Daraufhin stieg Edeka durch die zentrale Organisation des Wareneinkaufs und durch die betriebliche Vereinheitlichung zur Verbandsgröße auf. Laut der Edeka Verlagsgesellschaft war Bormanns Ziel, die deutschen Kolonialwarenhändler genossenschaftlich zusammenzuführen, sie in ihrer Geschlossenheit zu einem Achtung gebietenden Machtfaktor zu entwickeln und ihre Existenzbedingungen erträglich zu gestalten. Oder um es in den Worten von Bormann selbst zu sagen, Einigkeit macht stark. Diese Einigkeit äußerte sich in dem gemeinsamen Tool des zentralen Einkaufs von Kolonialwaren. Die hohe Nachfragekraft durch den gebündelten Einkauf sicherte Edeka einen günstigeren Zugang zu Kolonialwaren. Das heißt, Importwaren wurden im großen Stil über den von Edeka eingesetzten Hamburger Makler Herbert Siegert von Berlin aus bestellt und anschließend an den mittelständischen Endverbraucher veräußert. Für die mittelständische Berliner Konsumgesellschaft bedeutete das einen konstanteren Warenfluss von Kolonialwaren. Dank Edeka wurde Berlin zum Monopolbrecher der hanseatischen Handelsökonomie. Doch was war die Auswirkung des Monopolbruchs? Die volkswirtschaftliche Bedeutung von Kolonialwaren wuchs und wuchs und wuchs und Edeka profitierte davon. Aber auch Berlin hatte nun ein eigenes Tor zur Welt. Aber in welche Welten führen uns diese Warenströme, die im historischen Berlin ankamen? Im folgenden Verlauf des Vortrags möchte ich mich noch mal detaillierter mit dem kolonialen Warenstrom nach Berlin befassen. Wie gezeigt war dieser essentiell für den wirtschaftlichen Aufstieg Edekas und beförderte auch Berlin in die Moderne. Das möchte ich exemplarisch anhand der sanzibarischen Gewürznelke darstellen. Zur Bedeutung der Gewürznelke für Berlin wurde bisher kaum systematisch geforscht. Ich möchte mit diesem Vortrag einen Beitrag leisten. Um den kolonialen Warenstrom der Gewürznelke nachvollziehen zu können, habe ich mich an dem theoretischen Gerüst der Commodity Chain Analysis orientiert. Das vorliegende Bild zeigt Erntearbeiten auf den Gewürznelkenplantagen Sanzibars im Jahr 1936, damals immer noch das Exportprodukt der Insel. Die Commodity Chain Analysis wurde 1986 vom amerikanischen Soziologen Immanuel Wallerstein verfasst und ermöglicht ein Verständnis der einzelnen Produktionsschritte von Waren, bis sie schließlich beim Endverbraucher landen. In diesem Fall das historische Verkaufsregal Edekas. Dadurch wird ein transnationaler Raum auf der Grundlage von Ökonomie gespannt. Das wiederum ermöglicht ein Nachskizzieren des Transportweges. Neben dem Ort, wo die Ware zum Endverbraucher gelang, ist der Ort der Produktionsstätte, hier Sanzibars Gewürznelkenplantagen, zentrale Analyseeinheit. Dieses Foto hier fasst die damaligen Umstände gut zusammen, denn ab den 1830er Jahren wurde die Gewürznelke erstmals massenhaft mit Hilfe von kapitalistischer Plantagenwirtschaft und Sklaverei unter dem Befehl von Sultan Said Said auf Sanzibar angebaut. Über hansiatische Großhändler geriet sie dann in den Umlauf deutscher Kleinhändler. Der bereits erwähnte transnationale Raum meint hier den historischen Zwischenraum zwischen Berlin und Sanzibar. In dieser Perspektive wird der etwas abstrakte Zwischenraum des Transportweges der Gewürznelke von Sanzibar bis Berlin zu einem konkreteren Ort. Ich glaube, ich habe nicht so einen Punkt, um das genau zu zeigen, aber ich möchte Ihnen kurz den Transportweg zeigen. Und zwar Sanzibar liegt vor der ostafrikanischen Küste im Indischen Ozean und die Gewürznelken wurden über den Golf von Aden und den Suezkanal und dann übers Mittelmeer nach Europa verschifft. Und durch meine ausführliche Quellenrecherche konnte ich herausfinden, dass die Kolonialwarenhändler die Gewürznelke über den Londoner Gewürzmarkt bezogen. Das ist wenig überraschend, denn Sanzibar war ab 1890 britisches Protektorat. Der reingezumte Kartenausschnitt zeigt, wie die Gewürznelke von Hamburg nach Berlin gelangte, nämlich über den Seeweg, also über die Elbe und die Havel auf Nachfrage der Edeka. Bei der Betrachtung des kolonialen Warenstroms taucht ein weiterer abstrakter Raum auf, nämlich der Sehnsuchtsort. Denn der koloniale Warenstrom war untrennbar verknüpft mit konstruierten Sehnsüchten, die sich meist auf eine unrealistische Vorstellung über den Herkunftsort bezogen, in diesem Fall Sanzibar. Das Koloniale wird also anhand der ökonomischen Verbindungslinie zwischen Berlin und Sanzibar sichtbar und anhand historischer Werbung reflektiert. Sichtbar wurden die eben erwähnten Sehnsuchtskonstruktionen in der imperialen und historischen Werbung, das heißt Vermarktung mithilfe des exotisierten Anderen, welche im späten 19. Jahrhundert und bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein laut der Soziologen Dr. Stefanie Wolter eine neue Ebene erfuhr, nämlich die der lebensweltlich-kulturellen Repräsentation. Dieses Bild ist ein Beispiel für historische Werbung aus der Edeka Handelsrundschau aus dem Jahr 1914. Das Bild zeigt zum einen eine übergroße Darstellung eines schwarzen, fast nackten Körpers und bedient somit rassistische Stereotypen. Zum anderen verdeutlicht es den Einfluss von Kolonialwaren auf die städtische Gesellschaft. Werbung spielte auch bei der betrieblichen Vereinheitlichung Edekas eine wichtige Rolle. Bormann bezeichnete die Abteilung der Edeka Verlagsgesellschaft als die geistige Führerin des Reklamegedankens. Auf der Suche nach historischer Werbung von der Sanzibarischen Gewürznelke begegnete mir Folgendes. In der imperialen und historischen Werbewelt wurde die sanzibarische Gewürznelke kaum als Kolonialware gekennzeichnet oder exotisiert dargestellt. Ich bezeichne die sanzibarische Gewürznelke deshalb als unterschätzte Kolonialware, weil wenn man die damaligen Produktionsverhältnisse auf Sanzibar betrachtet, so steht außer Frage, dass koloniale Ausbeutung, in diesem Fall Sklaverei, eine fundamentale Rolle spielte. Doch als koloniales Produkt taucht die Gewürznelke beständig in den Marktberichten der Edeka Handelsrundschau auf und auch in den weiteren untersuchten Kolonialwaren und Detailistenzeitungen. Diese richteten sich aber direkt an den Kolonialwarenhändler. Sanzibar steht dabei synonym für die Gewürznelke, wie dieser exemplarische Auszug hier belegt. Feinste Sanzibar sind mit 128 Mark, prima Sanzibar mit 124 Mark käuflich. Diese interessante Gleichsetzung des Anbaugebietes mit dem Produkt an sich zeigt zwei Phänomene des Spannungsverhältnisses zwischen kolonialem Warenstrom und Sehnsucht. Erstens, es setzt bereits Kenntnis über den konkreten Ort der Produktion der Gewürznelke beim Publikum voraus und zweitens, gleichzeitig lässt sich dadurch doch eine Exotisierung herleiten, da allein der Klang des Herkunftsortes für deutsche Ohren einen mit kolonialen Sehnsüchten verbundenen Klang hatte. Ziel war dabei stets, diese positive Exotisierung der Warenbezeichnung und den wie selbstverständlich erscheinenden kolonialen Zugriff auf die Ware in die Steigerung des Verkaufs umzumünzen. Ich komme zu meinem Schluss. Der koloniale Warenstrom und die stetig steigende Nachfrage nach kolonialen Gütern waren der eigentliche Beginn des Kolonialismus, bei dem die Wirtschaft, vertreten durch Kaufleute und Kolonialwarenhändler, voranschritt. Wenn auch die hanseatischen Händler und Kaufleute und ihr profitorientiertes Handeln den Weg für die Gründung der deutschen Kolonien ebneten, so muss doch betont werden, dass der Absatzmarkt in Berlin, also die mittelständische Konsumgesellschaft und der Monopolbruch Edekas, den Anspruch und die Nachfrage nach Produkten aus Übersee antrieben. Die Kolonialwarenhändler in Berlin waren Teil eines kolonialen Gefüges, obwohl das Deutsche Reich, und das haben wir heute auch schon öfter gehört, offiziell noch keine Kolonien hatte. Das zeigt der Fall der sansibarischen Gewürznelke. Die Edeka-Gründung wurde also für die historische Berliner Stadtgesellschaft zum Tor zur Welt. Es waren die Einzelhändler der Edeka, die die Gewürznelke massenhaft an die neu entstandene Konsumgesellschaft verkauften. Edeka war also Profiteur der kolonialen Ausbeutungsverhältnisse auf den Gewürznelkenplantagen Sansibars. Die Gewürznelke wiederum verbreitete sich schnell in der deutschen Genusskultur. Sie bildet nicht nur eine der wichtigsten Zutaten des Weihnachtsgebäcks, sondern ist seit dem 19. Jahrhundert auch in den ikonischen Berliner Gerichten wie etwa geschmortes Eisbein oder Kassler mit Sauerkraut vorhanden. Der Konsum der Gewürznelke durch den Berliner Mittelstand machte Sansibar zum Sehnsuchtsort Berliner Gelüste. Vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank auch für diesen auch sehr spannenden Vortrag. Ich möchte gerne das Wort gleich erteilen an Dr. Felix Braben, der den Kommentar zu diesen Beiträgen übernommen hat. Ja, ich möchte mich auch erst mal ganz herzlich bedanken bei den Panelists für die spannenden Vorträge und ja, für die Beiträge, die ich kommentieren darf. Ich möchte vorweg sagen, dass ich diese sehr gerne und mit großem Gewinn gelesen habe. Die Papers ergänzen sich aus meiner Sicht sehr gut, indem sie unterschiedliche Aspekte der Rolle Berlins in den ökonomischen Beziehungen der Metropole zu afrikanischen Regionen und der kolonialen Herrschaft beleuchten. Ich werde auf diese verschiedenen Aspekte auch später noch zu sprechen kommen, werde aber zunächst mal noch die Beiträge kurz zusammenfassen und einige Punkte herausheben, die ich besonders wichtig fand. Tristan Oestermann zeigt mit Blick auf Kamerun, denke ich sehr eindrücklich auf, wie stark privatwirtschaftliche koloniale Unternehmungen in Berlin von Fantasien und Wunschdenken geprägt waren. Das Fantasien, das koloniale Projekt insgesamt mitgetragen und angefeuert haben, ist weithin bekannt. In welchem Maß sie aber konkrete Investitionsentscheidungen motiviert haben und inwieweit sie auch zu einem Instrument windiger Werber und Betrüger geworden sind, wird selten so deutlich wie in Oestermanns Beitrag. Im Berliner Umfeld fiel das Versprechen glänzender kolonialer Geschäfte offenbar auf besonders fruchtbaren Boden, was auch auf die unternehmerische Unerfahrenheit im globalen Handel zurückzuführen ist, auch wenn wir natürlich schon gesehen haben, dass Berlin natürlich schon länger auch in globale Warenströme eingebunden waren, aber gerade im Vergleich zu Hamburg, das macht ja auch der Beitrag von Oestermann deutlich, fehlte es hier an Erfahrung. Trotz des oft enttäuschenden kommerziellen Ergebnisses für die Anleger hatten die kapitalträchtigen Berliner Unternehmungen in Kamerun besonders in der Plantagenwirtschaft starke Auswirkungen, eröffneten zwar für manche Gruppen auch Chancen, hatten aber oft verheerende Konsequenzen vor Ort. Dies wird in Oestermanns Beitrag trotz des Berlin-Fokus gut aufgezeigt und damit beantworte ich auch ihre anfängliche Frage. Ich denke, dass es in diesem Beitrag sehr gut gelungen, trotz dieses Fokus auf die Metropole, auch die Arbeits- und Lebensbedingungen und Konsequenzen vor Ort einzufangen und aufzuzeigen. Mona Rudolph erforscht mit dem Handel von Diamanten aus dem kolonialen Namibia eine wenig beachtete, aber allein schon durch den hohen kommerziellen Wert des Artikels immens wichtigen Gegenstand. Berlin monopolisierte den Handel mit den neu entdeckten namibischen Diamanten umgehend und zog diesen komplett an sich buchstäblich ins Zentrum der Metropole. Zwar war der Handel mit Diamanten ein besonders arkanes Geschäftsfeld, aber einmal mehr zeigt sich hier die weitgehende Unkenntnis des Berliner Kolonialamtes, wenn es um kolonialen und globalen Handel ging. Das ist bereits in anderen Fällen deutlich geworden, auch in meiner eigenen Forschung zum Waffenhandeln. Wie Rudolf verdeutigt überschätzte das Preiskolonialamt im inländischen Markt für Rohdiamanten völlig, entschloss sich aber trotzdem nicht, auf diesem Feld wirtschaftspolitisch fördernd tätig zu werden, wozu offenbar durchaus Gelegenheit bestanden hätte. Stattdessen überließ sie die Entscheidung in jenen Banken, die die Berliner Diamantenregie finanzierte. Nach mangelnder inländischer Nachfrage wurden die Diamanten bis zum Ersten Weltkrieg einem führenden belgischen Konsortium exklusiv veräußert und wie Frau Rudolf er dargelegt hat, hat sich Berlin hier auf die Funktion als Zwischenhändler dann bis zum Ersten Weltkrieg beschränkt. Und für mich wird hier eben deutlich, dass wir eben hier in dem Fall nicht von einem Knotenpunkt des Handels sprechen können, sondern eigentlich eher, dass sich Berlin eben in diese bestehende Warenkette eingeklingt hat. Das hat Frau Rudolf ja auch dann nochmal stärker im Vortrag als im Paper auch dargelegt. Ja, Vera Meyer blickt auf Berlin als wichtigen Ort des Konsums von Kolonialwaren im Kaiserreich. Sie charakterisiert Kolonialwaren zu Recht als Produkte mit Statuskraft für die Mittelschicht und fokussiert auf einen zentralen Akteur in diesem wachsenden Markt in der Stadt, nämlich auf die 1898 gegründete Edeka. Der Beitrag wirft eben am Beispiel eines Handelsartikels der Gewürznelke kontrastierende Schlagdichter auf verschiedene Stationen dieser Warenkette, ausgehend von Sansibar, eben den weltgrößten Produzenten der Gewürznelke, wo deutsche Kaufleute von Sklavenarbeit auf den Melkenplantagen profitierten, über die Distribution im Kaiserreich, einschließlich exotisierender Marketingstrategien in Branchenzeitschriften bis hin zum Konsum, etwa im Eisbein auf Berliner Esstischen. In der Zusammenschau der Beiträge deuten sich mehrere Funktionen und Charakteristika des Standorts Berlin in den kolonialen Wirtschaftsbeziehungen an. Zum Teil müsste das aber noch stärker, denke ich, oder könnte es noch stärker herausgearbeitet werden. Also erstens ganz klar die Nähe zu Politik und Verwaltung. Berlin, das wird deutlich, ist ein Ort des kolonialen Lobbierismus. Dann Berlin als Ort der Regulierung und Monopolisierung kolonialer Wirtschaftsbeziehungen, wie im Fall des Diamantenhandels. Auch die Zuliefererfunktionen, verschiedene Unternehmen zu staatlich finanzierten Unternehmungen, ist angesprochen worden. Korruption und Betrug spielen eine auffällige Rolle. Neben den von Oestermann dargestellten Fällen zeigt die das beispielsweise auch in der bekannten Affäre um den Schutztruppenausrüster von Tippelskirch und Co. Eine Anzeige von Tippelskirch, hatten wir übrigens auch in der exzellenten Keynote von Professor Guafo gesehen. Zweitens fällt Berlin als durchaus finanzstarker Standort auf. Er erscheint als ein Ort, an dem mit Erfolg versucht wurde, Kapital für koloniale Unternehmungen einzusammeln und Netzwerke von Investoren über das Kaiserreich hinweg zu spannen. Drittens war Berlin eben nicht zuletzt aufgrund seiner Größe und der Bevölkerungsstruktur ein wichtiger Ort des Einzelhandels und des Konsums, eben wie wir gerade gehört haben, auch der sogenannten Kolonialwärmung. Ja, noch etwas stärker akzentuiert könnte eben mit Ausnahme vielleicht des Beitrags von Tristan Oestermann die Rolle einzelner Akteure im Ausbau kolonialer Beziehungen in der Metropole als auch in den afrikanischen Ländern selbst. Wann und in welchen Situationen und auf welche Weise richteten unternehmerische Akteure ihr Handeln im Sinne des kolonialen Projekts aus? Wie schalteten sie oft gewaltsam und mithilfe staatlicher Akteure, afrikanische Konkurrenten aus? Und wie wirkte sich die Ausrichtung der kolonialen Wirtschaft auf die Bedürfnisse der Metropole vor Ort aus? Alle drei Beiträge sind durchaus darum bemüht, eben Handlungsräume vor Ort und Konsequenzen ferne Entscheidungen in Berlin auch aufzuzeigen. Aber wie gesagt, kann da meines Erachtens, kann das noch stärker geschehen als bisher. Und das ist eine wichtige Anforderung an die Geschichtsschreibung zum Kolonialismus, auch wenn der Fokus wie hier auf Berlin, also auf der Metropole liegt. Außerdem könnte, denke ich, auch in den Ausblicken einmal etwas stärker auch über die Zäsur des Ersten Weltkriegs hinweg geschaut werden. Also im Fall von Kamerun etwa wissen wir ja durch Forschungsarbeiten, etwa von Caroline Authaler, dass deutsche Akteure auch wieder ins Geschäft kamen. In anderen ehemaligen deutschen Kolonien war das auch zum Teil der Fall. Und es wäre auch interessant, Entschuldigung, mehr zu dem Vermächtnis in der Gegenwart zu erfahren. Auch dies könnte einleiten oder den Fazit angesprochen werden. Denn wir haben ja gelernt, a diamond is forever. Und ja, wohin sind die namibischen Diamanten dann eigentlich weiter geflossen? Wessen Reichtum haben sie gemehrt? Und das ist sozusagen nur ein Beispiel, ein eindrückliches Beispiel, wo man das auch thematisieren könnte. Ja, vielleicht noch ganz kurz zu einer, also einzelne Hinweise zu den Beiträgen. Da beschränke ich mich aber auf jeweils einen Punkt. Also bei Tristan Östermanns Paper habe ich nur eine Frage und Anmerkung. Also vielleicht könnte man noch etwas mehr dazu sagen, wer die Aktionäre und Anteilseigner der genannten Unternehmungen waren und wie sie sich räumlich verteilt haben, damit diese sich auch stärker oder besser beurteilen, wie berlinerisch, in Anführungsstrichen, die jeweiligen Investments eigentlich waren. Bei Mona Rudolfs Paper habe ich mich ein bisschen gefragt, dann habe ich das auch falsch verstanden, was sozusagen hier Globalisierung, ja, in dem Globalisierungsprozess ausmacht. Also wir, es ist ja häufig der Fall, dass jetzt aus afrikanischer Perspektive, ja, der Handel vor der kolonialen Herrschaft wesentlich multipolarer und sozusagen schon globalisierter war und dass das, dass wir dann einen De-Globalisierungsprozess haben, gerade in Form der Ausrichtung des Handels auf die Metropole. In diesem Fall des Diamantenhandels ist es ja so, dass das sozusagen neu, ein ganz neues Geschäftsfeld war und Namibia sozusagen sofort der Diamanten beraubt wurde, diese sofort nach Berlin transportiert wurden und dann aber, ja, Berlin sich eigentlich der etablierten und schon kolonial geprägten Warenkette eigentlich sich da einklingt. Also insofern ist mir nicht ganz klar geworden, wo, wie hier der Globalisierungsansatz dieses, diesen Prozess beschreiben kann. Ja, dann abschließend nur ganz kurz zu Vera Meyers Paper noch. Da wäre einfach, ist einfach mein Eindruck, dass sie noch stärker fokussieren könnten. Sie haben sehr, ja, viele und wichtige Themen angesprochen, Produktionsbedingungen, Konsum, frühe, frühe Geschichte Edekas, exotisierende Werbung. Sie haben das Beispiel der Gewürz, Gewürznelke. Ich denke, für den Beitrag wäre es wahrscheinlich gut, wenn Sie sich da etwas stärker fokussieren. In dem Fall vielleicht tatsächlich auch dann Berlin noch stärker in den Vordergrund rücken. Ja, das war es von meiner Seite und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank für diese ausführliche Einschätzung der Beiträge und auch für diese, wie ich verstanden habe, ersten drei Fragen an die Panelistinnen. Und ich würde sagen, wir können gleich mal mit diesen drei Fragen starten und dann das Feld eröffnen für Fragen aus dem Publikum. Möchten, wer möchte den Anfang machen? Gut. Ja, vielen Dank für den Kommentar. Da waren schon ein paar wichtige Punkte dabei, die ich mir auch notiert habe. Und zu der Frage, wer denn jetzt eigentlich diese Aktionäre und Anteilseigner sind. Ich kann jetzt sehr wenig sagen über den Streubesitz von Aktien, den es natürlich auch immer gibt bei diesen Aktiengesellschaften und gerade viele von diesen Aktiengesellschaften im kolonialen Bereich waren sogenannte deutsche Kolonialgesellschaften, wo die Anteile tatsächlich sehr, also der Wert der Anteile konnte sehr, sehr niedrig sein. Das wurde sonst vom deutschen Aktienrecht verboten, aber für die Kolonialgesellschaften, die deutschen Kolonialgesellschaften war das erlaubt, um Kapital für diese kolonialen Unternehmen zu sammeln. Also wie gesagt, zum Streubesitz gibt es ganz, ganz selten mal Unterlagen in den Archiven. Aber bei vielen der genannten Aktiengesellschaften gibt es dann relativ große Aktienpakete, die dann zum Beispiel bei den Gründern geblieben sind. Bei der WAPV zum Beispiel waren es halt vor allem diese rheinischen, industriellen, ja, wie, fällt jetzt gerade kein Name ein, aber die sind eigentlich ziemlich bekannt. Pönsken ist das eine, das ist glaube ich aus Düsseldorf. Ja, also da waren diese Gründer aus dem Rheinland immer noch weiterhin sehr, sehr stark beteiligt und mit Berlin hatte das Ganze dann tatsächlich auch relativ wenig zu tun, so wie ich das einschätze. Also es gab bei einigen dieser Plantagenunternehmen schon Berliner, die da federführend waren, aber nicht so viele. Ich würde weitermachen, wenn das okay ist. Erst noch vielen, vielen, vielen Dank für den sehr hilfreichen Kommentar. Was macht eigentlich diese Globalisierung aus, beziehungsweise wie lässt sich dieser Globalisierungsansatz beschreiben? Ich würde sagen, das Charakteristische an dieser Globalisierung war tatsächlich diese Abhängigkeiten, die entstanden durch die Verbindung zwischen Kolonie, Metropole und dann letztendlich auch den USA, also eigentlich zwischen Produktion, Verkauf und Konsum. Letztendlich konnte in Berlin, konnten nur die Steine verkauft worden, die in der Kolonie gefördert würden. Es konnten aber nur die Steine gefördert werden, die die Arbeitskräfte schürften und an den Produktionsorten herrschte tatsächlich ganz massive Arbeitsmangel. Also die Minengesellschaften vor Ort hatten ganz massive Probleme, eben indigene Wanderarbeiter überhaupt zu finden, um die Diamanten zu schürfen. Und Berlin konnte nur dann verkaufen, wenn die Nachfrage bestand. Die Nachfrage bestand aber ganz, ganz selten eben nicht. Und sie hatten eben auch das Problem, und das war nochmal eine Abhängigkeit dieser Globalisierung eigentlich, dass sobald die Nachfrage in den Staaten einbrach, und das tat sie vor dem Ersten Weltkrieg sehr, sehr häufig, hatte die Regie in Berlin das Problem, dass sie auch dann nicht verkaufen konnte. Also ich würde sagen, das Charakteristische an dieser Globalisierung war, Abhängigkeiten, die bestanden, und das sind eben keine einseitigen Abhängigkeiten. Und das, finde ich, lässt sich eigentlich ganz schön am Diamantenhandel zeigen. Natürlich war das Schutzgebiet abhängig von der Metropole. Letztendlich, und das zeigt sich am Warenweg, war aber die Metropole ganz massiv abhängig von seiner eigenen Kolonie, am Beispiel dieses Warenwegs. Ich hoffe, ich habe die Fragen mir richtig aufgeschrieben. Ich glaube, erst mal zur Politik und Verwaltung. Ich habe in meinem Vortrag Bormann als zentrale Person Edekas herausgestellt, weil Bormann in seinem Werdegang immer mehr zu einer politischen Person wurde. Er ist beispielsweise 1933 auch der NSDAP beigetreten und war 1924 Mitglied des Deutschen Reichstages. Genau. Wenn ich jetzt auf die einzelnen Akteure in den afrikanischen Ländern selbst schaue, also das war, glaube ich, der Kommentar, der gemeint ist. In diesem Fall Sansibar war auf jeden Fall dominiert von Hamburger Händlern. Ich wollte HändlerInnen sagen, aber das stimmt nicht, weil es waren Händler. Auf jeden Fall zu nennen ist die Firma Oswald und die Firma Hansing & Co. und die Firma Herz, die irgendwann von Oswald übernommen wurde. Jene Akteure waren ja schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts aktive Händler in Sansibar. Das heißt, sie haben, beispielsweise Kauri-Muscheln an der ostafrikanischen Küste sammeln lassen und diese wiederum an der westafrikanischen Küste verkauft. Und die Hamburger Händler haben beispielsweise auch einen verdeckten Handel mit Gewürznelken betrieben. Das heißt, die haben einen Decknamen für Gewürznelken verwendet, um dieses Handelsmonopol beizubehalten. Da tauchen jetzt gar keine Berliner Akteure auf und das hatte sozusagen auch einen Grund, weil die Hamburger Händler wollten wirklich den Handel für sich behalten. Die Gewürznelken waren 1840, 1860 wirklich auf Peak produziert und total lukrativ. Und nachdem sich die Politik aber eingemischt hat, es gab vorher einen Berufskonsul auf Sansibar von der Firma Oswald. Und viele HändlerInnen, die keine Hanseaten waren, beschwerten sich daraufhin bei Bismarck oder beim Auswärtigen Amt. Und daraufhin wurde ein Wahlkonsul von Bismarck ernannt, der Gerhard Rolfs. Und der sollte wiederum die einzelnen Interessen der verschiedenen Händler versöhnen auf eine Weise, aber vor allem auch diese Vormachtstellung der hanseatischen Händler aufweichen. Ähnlich ist es ja auch passiert in Berlin oder im Kaiserreich, als man mit der EDEKA-Gründung, wie ich es behaupte, die hanseatische Handelsökonomie aufgeweicht hat. Und die einzelnen Akteure auf Sansibar, die sozusagen nicht Europäer waren, sind natürlich auch zentral für meine Forschung. Und ich würde sagen, wenn ich mit der Methode der Commodity Chain Analysis weitergehe, setze ich einen Fokus auf Sansibar und werde mich mehr mit den superalternen Subjekten auf den Gewürznelkenplantagen Sansibars beschäftigen. Ich hoffe, ich habe alles beantwortet. Ja, vielen Dank. Ja, auch von mir ganz lieben Dank für die Antworten. Genau, ich habe den Eindruck, das ist ein Work in Progress, in dem Sie sich befinden, Frau Mayer, und da noch sehr viel dazukommen wird. Genau, jetzt würde ich das Forum eröffnen und Fragen aufnehmen. Ich habe da hinten schon die erste Meldung gesehen und würde dann so nach und nach das Mikro zirkulieren lassen. Das ist nett, vielen Dank. Christian Dietrich vom Institut für Landesgeschichte in Halle an der Saale. Also zunächst einmal vielen Dank an alle drei Referentinnen. Das fand ich sehr inspirierend. Meine Meinung ist da nicht maßgeblich, aber ich fand das wirklich toll. Und ich habe auch mehrere Fragen, von denen ich aber nur eine stelle, an Tristan Oestermann. Und es geht auch um die Aktionäre. Sowohl beim Lesen Ihres Textes, als auch beim Hören Ihres Vortrags, musste ich denken an Berliner Start-ups. Also Unternehmen, die gar nicht so richtig wissen, was sie machen wollen. Vielleicht auch nicht die allergrößte Expertise haben, aber wahnsinnig gut darin sind, das zu verkaufen. Und das würde mich interessieren, ob Sie das auch so sehen und wenn nicht, dann interessiert es mich auch. Aber diese Start-ups funktionieren ja nur, wenn es erstens Kapital gibt, das man anlegen kann, also überhaupt Geld zur Verfügung ist als Investment. Und zweitens, man die richtigen Leute anspricht. Jetzt habe ich schon ein bisschen in Ihrer ersten Antwort rausgehört, wer da angesprochen werden könnte. Aber ich wollte es nochmal ganz explizit fragen. Gibt es denn beispielsweise bei der Hinterlandgesellschaft eine spezifische Sprache, mit der man so ein Aktienpaket anwirbt oder die Reklametrommel rührt? Oder ist das gar nicht nötig, weil es sowieso sozusagen Streuaktien sind, die komplett sozusagen verschiedene Kolonialprojekte abdecken? Dankeschön. Ja, vielen Dank für die Frage und den doch recht treffenden Vergleich mit den Start-ups. Vielleicht ist es einfach das, wie Wirtschaft funktioniert in, sagen wir mal, ökonomischen Sektoren, wo sich gerade so eine Art Frontier eröffnet. Oder es gibt eine neue Idee oder eine neue Möglichkeit, irgendwo Geschäfte zu machen. Dann kommen ganz viele Leute mit ganz vielen Ideen und vielleicht zehn Prozent davon sind machbar und gängig. Die Kolonien funktionieren mit Sicherheit genauso. Also jetzt hat man diese Kolonien und jetzt muss man auch was damit machen, ist so ein bisschen so die Idee. Und dann ist aber die Frage, was machen wir denn jetzt eigentlich? Und dann gibt es so einen Ideenwettbewerb, bei dem zum Beispiel Hans Jäger ziemlich viel Erfolg hatte, weil er, wie Sie schon gesagt hatten, die richtige Sprache sprechen konnte und an Ideen einfach anknüpfen konnte, wie zum Beispiel diese Adamawa-Idee und Leute, die sich halt irgendwie für Afrika interessierten. Also der sogenannte Afrika-Reisende war ja auch eine interessante Sozialfigur des frühen Kaiserreichs und deren Sachen wurden auch relativ breit gelesen, soweit ich das weiß. Und da war halt Adamawa im Hinterland von Kamerun halt so das Ding. Und es ging dann darum zu sagen, jetzt müssen wir das machen, wir haben jetzt den Zugriff, wir haben jetzt diese Kolonie, sonst fließen die ganzen Reichtümer von Adamawa rüber nach Nigeria oder über die Franzosen im französischen Sudan. Ja, das war so ein bisschen die Sprachregelung. Und sie haben auch insofern recht, dass es um die richtigen Leute ging, die richtigen Fürsprecher, die man sich holen musste. Hans Jäger hat das relativ gut gemacht. Also es ist eigentlich sehr häufig bei diesen Unternehmensgründungen, selbst bei denen, die jetzt nicht einfach nur Hokuspokus waren, sondern Hand und Fuß hatten, dass man sich Leute holte, die man da hinstellen konnte und sagen konnte, diese haben Ahnung von der ganzen Sache, die finden das gut, was ich mache. Die investieren vielleicht gar kein Geld, weil die das gar nicht flüssig haben, aber sie stellen sich dahin und werben für die Sache. Und Gerhard Roos, der Name ist schon gefallen eben, der zum Beispiel, der war ja auch selber in Adamawa und den konnte Jäger an seine Seite ziehen und auch Paul Reichardt. Paul Reichardt hat sehr viele Jahre sich in Katanga aufgehalten und der wurde auch sein Kompagnon und hat sich das Geld mit in die Tasche gesteckt. Aber dieses ganze Betrugsmasche und dieses Start-up und irgendwie so seinen Pitch machen, das erreichte dann eigentlich auch so seinen Höhepunkt während des Kautschuk-Booms. Und in Großbritannien wurden, glaube ich, innerhalb weniger Monate irgendwie 50 Kautschuk-Unternehmen gegründet, die irgendwo irgendwelche Plantagen aufmachen wollten, selbst wo man irgendwie gar keinen Kautschuk anbauen konnte. Ich erinnere mich aus der Gummi-Zeitung, die gibt es wirklich, an eine Glosse, wo dann irgendwie damit geworben wurde, dass man jetzt in Sibirien neue Kautschukpflanzen entdeckt habe und dann eine Plantage anlegen würde. Also so, ja, war so ein bisschen die Stimmung. Ja, vielen Dank. Professor Guafo hatte sich gemeldet, genau. Meine Frage richtet sich an Frau Rudolf. Und in ihrem Vortrag kam deutlich hervor, wie man am Diamantenabbau die Geschichte der Extraktion von Mineralien aus Afrika rekonstruieren kann. Und sie haben in ihrem Vortrag deutlich gezeigt, dass das Auswärtige Amt über das Reichskolonialamt eine relative Kontrolle über diese Mineralien hatte. Manchmal war das Geschäft erfolgreich, manchmal nicht. Mich würde interessieren, also Diamanten verfaulen nicht, wo der Rest oder diese Diamanten jetzt liegen. Sind in welchen Reserven in Privathänden oder gibt es irgendwelche Museen, die das als Bestand irgendwo in einem Keller hat. Und genauso wie Ethnologiker, die jetzt in den Museen liegen, mich würde interessieren. Und ob sie da Statistiken haben, wie viele Kilos oder wie wir das gemessen, ja, da für die ganze Zeit der Kolonisierung mit nach Deutschland verschleppt worden sind. Ja genau, Diamanten vergammeln tatsächlich nicht. Wo sind die Diamanten heute? Also ich kann vielleicht sagen, diese Diamanten waren so auffällig rein, dass sie nur in die Schmuckindustrie gegangen sind. Die wurden tatsächlich dann nach Anwerten gegeben, dort wurden sie geschliffen und von Anwerten sind sie in die USA gegangen. Und in den USA sind sie dann meistens in vorgefertigte Ringschienen eingesetzt worden und dann eben konsumiert worden. Und das war eben auch zur Zeit des sehr stark erstarkenden US-amerikanischen Massenkonsums. Das heißt, sie wurden tatsächlich eben überwiegend in den USA als Schmuckstücke konsumiert. Es gab keine Steine, die beispielsweise in den Tresoren von Banken verschwunden sind als Kapitalanlage. Es gab auch keine Steine, die quasi roh veräußert worden sind, aber dann nicht verarbeitet worden sind zu Schmuckstücken. Das gab es tatsächlich nicht. Die, ja, etwa 5 Millionen Karate unter deutscher Kolonialherrschaft ausgebeutet worden sind, ging also in die USA. Es gibt keine Museen, die das ausstellen. Es gibt selbst dort unten vor Ort auch keine Ausstellungen, die eigentlich darauf hinweisen. Es werden in Namibia bis heute in diesem sogenannten Sperrgebiet Diamanten gefördert. Die gehen aber inzwischen in die Industrie, weil sie eben so klein sind. Das sind nur noch Diamantpartikel, die eigentlich dort gefördert werden können. Einmal zu den Statistiken. Es gibt Statistiken darüber. Es sind Kolonialstatistiken. Die sind natürlich immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aus mehreren Gründen. Und dann muss man sagen, dass die Regie sehr findig war. Felix Bram hat es angesprochen, die Korruption in Berlin. Tatsächlich hat das Reichskolonialamt versucht, immer wieder zu verschleiern, was die eigentlichen Profiteure der Regie waren. Und das habe ich in den Unterlagen sehr, sehr deutlich gesehen. Es gibt eigentlich kaum Statistiken, die zusammenpassen, auch wenn sie eigentlich das Gleiche untersuchen. Das heißt, die Statistiken gibt es. Sie sind mit sehr viel Vorsicht zu betrachten. Und auch, wo fließt das Geld eigentlich hin? Wer profitiert am meisten davon? Das ist wirklich sehr, sehr schwierig zu sagen. Ja, vielen Dank für die drei Vorträge und für den Kommentar, die ich allesamt sehr interessant fand. Ich habe also wirklich darauf zwei Fragen. Eine Frage betrifft eigentlich alle, den gesamten Panel. Und zwar richtet er sich auf den Begriff der kolonialen Fantasien und Sehnsüchte, von denen in den Titeln immer die Rede ist und auch in den Vorträgen. Also ich kenne den Begriff der Colonial Fantasies von Suzanne Santop. Ende der 90er Jahre hat sie den in die Welt gesetzt, in Bezug auf Deutschland. Ja, das eben noch keine Kolonien hatte, aber gerne welche wollte. Und Santop bezog sich da vor allem, glaube ich, auf die romantische Literatur, Kleist und so weiter. In denen das zum Ausdruck gekommen sind. Ich habe mich aber dann doch gefragt, auch bei der Lektüre von Santop, wie tragfähig dieser Begriff eigentlich ist und inwieweit er also auch jetzt verallgemeinbar ist, ja, im Sinne von, dass diese Fantasien eben gewissermaßen reichsweit zirkulierten und auch weite Teile der Bevölkerung erfasst haben. Weil man ja einerseits weiß, dass Bismarck, also das koloniale Projekt, nur sehr zögerlich und gebremst enthusiastisch angegangen ist und es auch in Deutschland doch sehr viele antikoloniale Stimmen gab, die also dezidiert davon abgeraten haben. Also nicht nur aus moralischen Gründen, sondern auch, weil man das für einen Millionengrab hielt. Also die Profitabilität des Kolonialismus stand also nicht außer Zweifel. Ja, also das ist die eine Frage, also wie tragfähig und verallgemeinerbar ist der Begriff der kolonialen Fantasie. Die zweite Frage ist nun eine Detailfrage, die geht an Frau Meier. Und zwar weiß ich also aus meiner eigenen Arbeit, dass Gewürznelken doch vor allem im heutigen Indonesien angebaut wurden. Und Indonesien war ja eine niederländische Kolonie dann im 19. und 20. Jahrhundert. Aber die Frage ist dann, wie kamen die nach Samsibar? Wurden die also praktisch rübergebracht und dann dort angepflanzt? Und wenn ja, dann fragt man sich, woher kam das Know-how? Wahrscheinlich dann von den Niederländern, aber wenn das Konkurrenten waren, war das nicht sozusagen dann Herrschaftswissen. Ja, wirtschaftliches Herrschaftswissen. Oder wo kam das her? Oder waren die sogar beheimatet in Samsibar? Das weiß ich jetzt nicht. Also wie kamen die da hin? Okay, das waren meine Fragen. Dankeschön. Ja, eine sehr wichtige und zentrale Frage. Woher kam die Gewürznelke? Also wie kam die Gewürznelke nach Samsibar? Weil die sogenannte Molukeninsel oder die Gewürzinseln wurden von den Niederländern beherrscht seit dem 16. Jahrhundert. Und wenn dort zu viele Gewürznelken gewachsen sind, dann wurden die rigoros verbrannt, einfach um künstlich den Preis nach oben zu treiben. Und während meiner Forschung begegneten mir zwei Antworten auf diese Frage, wie die Gewürznelke tatsächlich nach Samsibar gelangte. Als erstes habe ich herausgefunden, dass in irgendeiner Sekundärliteratur, dass die Gewürznelke über einen britischen Händler nach Samsibar kam. Und dann habe ich Literatur von Abdul-Sherif gelesen und verstanden, dass es gar nicht stimmte, dass ein arabischer Händler die Gewürznelke, nachdem sie irgendwie über die Kumoren, also damals auch französisch und ich glaube heute immer noch französisch, geschmuggelt wurde, der hat wiederum die Gewürznelke in den 1820er Jahren das erste Mal in Samsibar einfach so gepflanzt und innerhalb von acht Jahren hat man gesehen, das wächst sehr, sehr gut. Und dann wurde sie massenhaft unter dem Befehl des Sultans angebaut. Also erst gab es eine Irreführung, dass es die Briten waren, aber es waren nicht die Briten, es war ein arabischer Händler. Ja, einmal zu dem Konzept Fantasien und Sehnsüchte. Ich kann das ganz kurz machen. Für mich und das, was ich sage zum Diamantenhandel, ist das Konzept nicht tragfähig, beziehungsweise ist nur insofern tragfähig, dass ich sagen kann, es trifft dir einfach nicht zu. Die Diamanten oder auch die Kolonie in Kombination mit den Diamanten hat tatsächlich einfach keine Sehnsüchte, keine Fantasien gestillt, überhaupt nicht. Das lag zum Teil an den Diamanten, die eigentlich nicht beworben worden sind, weil der Diamantenhandel eben sehr diskret vonstatten ging. Es gab immer wieder ganz kurze Momente, wo dann koloniale Zeitschriften beworben haben, allerlei von unseren Diamanten und dann einen kurzen Artikel gebracht haben. Also da wurde versucht, Identifikationsfläche zu schaffen, aber das war die Ausnahme der Ausnahme. Ja, ich fühle mich ein bisschen ertappt, muss ich gestehen, bei der leichtfertigen Verwendung von Konzepten und Begriffen. Ich habe mich da auf Birte Kundrus, ist es glaube ich die Autorin, dieses Fantasiereiche, ich glaube das ist von Kundrus, bezogen. Und in meiner Forschung habe ich mich eigentlich selber wenig mit solchen Konzepten beschäftigt, sondern mit eher den knallharten Praktiken vor Ort, was wird da eigentlich in der Kolonie gemacht. Und jetzt habe ich mich in diesem Vortrag mit der Metropole beschäftigt und ja, muss dann feststellen, dass es vielleicht dann doch ein bisschen dünnes Eis manchmal ist. Aber ich denke, die kulturwissenschaftliche Forschung hat schon gezeigt, dass verschiedene Akteure in Deutschland bestimmte Ideen von Kolonien, dem deutschen Kolonialreich in Afrika, ausreichend verbreitet haben über verschiedene Medien. Dass es zumindest während dieser richtigen Kolonialzeit, also nicht Mitte des 19. Jahrhunderts, doch schon bestimmte Fantasien und Vorstellungen gab, die fest mit der deutschen Kolonial, mit den deutschen Kolonien verbunden waren. Dann ist natürlich aber noch die Frage, wer wird denn überhaupt von solchen Angeboten angesprochen? Also das sind dann vielleicht aber auch Leute, die irgendwie auch so ein Schwärme oder das Kapital haben, aber dann vielleicht auch eine schwärmerische Idee, weil sie viel gelesen haben von irgendwelchen Reisenden. Also ein bisschen zugegebenerweise ein bisschen leichtfertig verwendet vielleicht. Also ich würde sagen, der Begriff ist tragfähig, weil im Falle meiner Forschung geht es um den Konsum von Lebensmitteln oder einem Lebensmittel. Und die Werbung war zentral, um diese Konsumgüter in den Umlauf zu bringen. Und dort hat man bewusst mit Sehnsuchtsorten gespielt und wollte das Produkt natürlich vermarkten. Die von mir zitierte Soziologin Dr. Stephanie Wolter hat in ihrem Buch die Vermarktung des Fremden ein bisschen genauer erläutert, was der Unterschied zwischen imperialer und historischer Werbung ist. Und die imperiale Werbung hat beispielsweise zuvor einfach einen Sehnsuchtsort gewählt und jetzt, also als deutsches Beispiel, haben sie vielleicht irgendeinen Fleischextrakt unten als, das ist mir tatsächlich öfter begegnet, unten als wir verkaufen das Fleischextrakt und dann war da einfach eine Kulisse, die überhaupt gar nichts mit Deutschland zu tun hatte. Und das war diese imperiale Werbung, die sozusagen diese Sehnsüchte wirklich in diesen Ort reinprojiziert haben. Und die historische Werbung ging dann weiter und hat die kolonialen Produkte sozusagen in unser Setting gebracht. Und das hat das Beispiel, was ich aus der Edeka Handelsrundschau herausgenommen habe, ja auch verdeutlicht, dass sozusagen es gab einen Wandel in der Werbung und ich würde sagen, der Begriff ist tatsächlich tragfähig, wenn man sich die Bewerbung von Kolonialwaren anguckt. Ja, vielen Dank. Wir nehmen die nächste Frage auf. Vielen Dank. Ich habe zwei Fragen und zwar an Sie, Frau Mayer, sehr unterschiedlicher Art. Das eine ist, Sie haben jetzt zweimal betont, dass die Plantagen auf Sansibar von den einheimischen Sultan gegründet worden ist. Wie hat sich das weiterentwickelt? Also wie war das Verhältnis dann der in dem Falle ja wohl englischen Kolonialherrn zu diesen einheimischen Plantagenbesitzern? Ist die Plantage dann in englischen Besitz übergegangen oder wie hat sich das überhaupt entwickelt? Und das Zweite, wir haben ja natürlich heute das Thema Metropole Berlin, aber Edeka gibt es heute ja nicht nur in Berlin, sondern deutschlandweit. Das heißt, wann hat sich diese Genossenschaft über die Berliner Stadtgrenzen hinaus im Reich ausgebreitet? Die Einflussnahme auf der Plantagenwirtschaft. Zunächst möchte ich sagen, dass die Plantagenbesitzer nicht nur arabischstämmig waren. Es gab die großen Finanziers der Plantagen, das waren die indischen Händler. Es gab aber auch eine Swahili-Elite, die haben Plantagen besessen. Und ich kann das nur spekulativ beantworten mit Großbritannien und der Einflussnahme, aber dadurch, dass ich nachweisen konnte über den Transportweg, dass die Gewürznelke über den Londoner Gewürzmarkt verkauft wurde, würde ich sagen, dass es sicherlich eine Art Kalkül gab, um diesen lukrativen Gewürznelkenhandel an sich zu reißen. Zumal die Geschichte des Gewürznelkenanbaus ja auch eine Aushandlung verschiedener europäischer Mächte gewesen ist. Es gab ja auch den Gewürznelkenkrieg zwischen Portugal und Spanien. Beantwortet das die Frage soweit? Ja, dann komme ich zur zweiten. Ja, vielleicht ist das in meiner Aufregung nicht ganz deutlich geworden. Die Genossenschaft hat sich ausgebreitet relativ schnell, weil es gab natürlich im ganzen Deutschen Kaiserreich Genossenschaftsgründungen. Und das Genossenschaftskonzept an sich, das war nicht Edekas Idee, aber Edeka hat das eben in der Einzelhandelsbranche das erste Mal gemacht. Und kurz nachdem sozusagen diese erste Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler in Berlin sich gründete, inspirierte das wiederum weitere. Und als Edeka 1908 zur Verbandsgröße aufstieg, gab es Inspirationen von einem Herr Eilers aus Oldenburg, der sich da eine Genossenschaft gegründet hatte. Eigentlich war es darauf folgend, sofort ging es los, dass sich das überall verbreitet hat, dieses Konzept. Weil es insgesamt einfach, hatten die es im Wirtschaftsgefüge schwer. Und dieser Zusammenschluss hat dafür gesorgt, dass sie eine finanzielle Entlastung hatten, dadurch, dass ja bald dieser zentrale Wareneinkauf dafür sorgte, dass sie günstigeren Waren Zugang bekommen haben, aber auch, dass sie als private, mittelständische Personen einfach nicht mehr alleine da standen, wenn die Miete beispielsweise zu hoch war. Also es wurde tatsächlich genossenschaftlich aufgefangen. Dieses Konzept hat sich sehr schnell verbreitet. Paula Appermann, Historische Kommission. Vielen Dank für die drei wirklich spannenden Vorträge, die auch sich so gut ergänzt haben. Ich habe sehr viel gelernt, weil ich mit meiner Forschung ganz woanders unterwegs bin. Deswegen sind das vielleicht auch so ein bisschen naive Fragen sozusagen. Einerseits an Frau Rudolf, über diese, dass man sich quasi abhängig von dieses, also Sie haben globale Abhängigkeiten erwähnt von diesem Geschäft. Und ich habe mich gefragt, warum man sich davon so abhängig gemacht hat und ob es auch Initiativen gab, zu sagen, jetzt haben wir diese Rohstoffe und wir investieren in eine nationalen Verarbeitungskette. Also Sie haben gesagt, es gab nur eine Person, die diese Rohdiamanten wirklich verarbeiten konnte. Gab es Initiativen zu sagen, jetzt machen wir ein zweites Antwerpen sozusagen. Oder genau, ob man dieses willentlich in Kauf genommene, ich sage jetzt mal Verlustgeschäft oder auf jeden Fall, sind Diamanten da eine Besonderheit oder gab es das vielleicht auch noch mit anderen Rohstoffen, dass es da irgendwie so kompliziert war? Und dann eine zweite Frage an Frau Meier, eine reine Interessensfrage. Wie geht Edeka heute damit um? Gibt es eine Art von Aufarbeitung und wird die vielleicht sogar auch vermarktet? Also so Aufarbeitungsweltmeister mäßig nur im Privatbereich. Das würde mich interessieren. Danke. Okay. Für dich Anfang, vielen Dank. Warum hat man sich eigentlich abhängig gemacht? Weil man tatsächlich gar keine andere Alternative hatte und weil man eigentlich gar nicht so richtig wusste, dass man sich abhängig macht. Das heißt, man ging eigentlich davon aus, man verkauft das in Berlin und Berlin wird zum Zentrum des Diamantenhandels, nicht nur im Kaiserreich, sondern tatsächlich europaweit. Also sie hatten tatsächlich diese Vorstellung, Regie und Reichskolonialamt, wir machen dem Londoner Syndikat wirklich massiv Konkurrenz und wir übernehmen eigentlich dieses Monopol im Diamantenhandel. Erst als sie angefangen haben, diese Ware zu verkaufen und keine Abnehmer gefunden haben, haben sie festgestellt, irgendwie funktioniert das hier nicht so richtig. Warum gab es keine Investitionen? Weil man tatsächlich eben Kolonialismus für die schmale Markt betreiben wollte. Also die höchste Vorgabe war tatsächlich, diesen Kolonialhaushalt Deutsch-Südwestafrika zu sanieren. Der ist zu dieser Zeit so um die 10 Millionen, später 13, 14 Millionen bezuschusst worden. Und man wollte das eigentlich auf Null bringen mithilfe der Diamanten. Hätte man jetzt angefangen, in das Diamantengewerbe zu investieren und die Kapital kräftiger zu machen, wäre das letztendlich, wären das Unsummen gewesen, die man aber gar nicht in das koloniale Produkt investieren wollte. Es gab vom Auswärtigen Amt keine Vorschläge dazu, nicht von der Regie, nicht vom Reichskolonialamt. Die einzigen, die darauf gehofft hatten, waren tatsächlich die Schleifer vor Ort, aber die waren zahlenmäßig einfach zu wenige. Sind Diamanten in diesem Kontext eine Besonderheit? Ich würde sagen, tatsächlich nein. In dem speziellen Kontext nicht, in vielen anderen sicherlich, weil es natürlich eine ganz außergewöhnliche Luxusware ist, die überproportional teuer verkauft wird. Allerdings muss man sagen, dass das Kaiserreich auch von vielen anderen prestigeträchtigen Kolonialwaren nicht profitieren konnte in derartigem Umfang. Also sei es eigentlich Kobra, Sisal, Kautschuk, das hat einfach nicht funktioniert, teilweise auch, weil man die Investitionen tatsächlich gescheut hat. Ja, ich bin sehr froh, dass diese Frage kommt. Wie geht Edeka, hier übrigens auf unserem Zucker, den wir heute alle in unseren Kaffee gerührt haben, auch vertreten, wie geht Edeka mit dieser kolonialen Vergangenheit um? Ich habe versucht, dazu ein paar Sachen rauszufinden über die Edeka-Seite selbst und darüber hinaus habe ich etwas bei TripAdvisor gefunden. Und ich musste gerade noch mal nachschauen, wie dieser Name ausgesprochen wird, aber Bernd Kastel-Küß, das liegt in Nordrhein-Westfalen. Oh, Kuhs? Okay. Bernd Kastel-Küß, es gibt Menschen, die nicht schon dort waren, offensichtlich. Dort wurde 2014, ich weiß nicht, ob ins Leben gerufen, aber zumindest bei TripAdvisor ein ganz netter Kommentar hinterlassen, dass es ein Kolonialwarenladenmuseum direkt neben dem Einkaufszentrum von Edeka gab. Das heißt, sie haben mit sehr viel Stolz, würde ich mal sagen, und mit wenig, mit auch sehr viel Geschichtsverdrehung ihren Kolonialwarenladen dort präsentiert, wie er damals so aussah. Ich persönlich würde sagen, nein, es gibt keine gute Aufarbeitung dieser Geschichte. Wenn man sich auf der Homepage umschaut, dann gibt es eher mit stolz behaftete Aussagen, wie unsere Handelsrundschau gibt es schon seit 1908. Aber was in dieser Handelsrundschau steht, das möchte man eigentlich nicht wissen. Und ich meine, wir sprechen über ein Unternehmen, was im letzten Jahr einen Umsatz von 66,2 Milliarden Euro hatte. Und man kann sich natürlich fragen, weil es ein genossenschaftlicher Verband ist, als ob es eine zu zerstreute Unternehmensorganisation für ein gemeinschaftliches, geschichtliches Verantwortungsbewusstsein gibt. Aber ja, ich würde sagen, das kann man schaffen, das kann man, sollte man aufarbeiten, aber bislang sieht es da sehr schlecht aus. Ja, vielen Dank für die spannenden Vorträge. Ich, es klang auch vorhin schon mal an, aber ich glaube auch in allen drei Vorträgen, diese Hamburg-Berlin-Konkurrenz, die ist mir als autoktonen Westberliner jetzt emotional nicht unbedingt unverständlich, und hier geht es ja um ganz knallharte wirtschaftliche Interessen, das ist alles sehr nachvollziehbar, aber meine Frage an eigentlich alle drei ist, also die erste Frage, ich habe noch eine, ist, inwieweit konnten Sie vielleicht in Ihren Quellen auch feststellen, ob das noch eine weitere Ebene hat? Und zwar vielleicht so ein bisschen in die Richtung Hamburg, ist schon viel länger eine Handelsmetropole, hat den Zugang zur See, ist schon länger mit der Welt verbunden, Berlin ist irgendwie das Zentrum dieser Nix-gegen-Glauben-Pieper, ich bin selber einer, aber sozusagen diese Kamerun-Gesellschaft, was Sie gezeigt hatten, das wirkte alles ein bisschen, das Wort provinziell kam auch, also inwieweit ist da vielleicht auch sozusagen ein ideologischer Nachhalt zu spüren in dieser Hamburg-Berlin-Konkurrenz? Das würde mich einfach interessieren, ob da in den Quellen was zu finden war oder ist, oder ob Sie was dazu sagen möchten, das ist die erste Frage. Die zweite Frage nach den Arbeitsbedingungen, inwieweit, kommt hier sozusagen überhaupt an, dass diese Arbeitsbedingungen nicht mit den Standards, die zu der Zeit schon hier ausgehandelt worden sind, vereinbar sind? Also sowohl in Kamerun als auch auf Sansibar. Also inwieweit ist diese Sklaverei vielleicht bei Sozialisten ein Thema? Da bin ich auch völlig unbedarft und weiß das einfach nicht, das ist eine reine Interessefrage, aber inwieweit wird das mal thematisiert, ja oder nein sozusagen? Und wenn ja, wie? Dankeschön. Ja, vielen Dank für die Fragen. Der ideologische Nachhalt in der Hamburg-Berlin-Konkurrenz, das kann ich so gar nicht beantworten. Da wüsste ich jetzt eigentlich gar nicht so richtig was dazu. Aber also diese Kamerun-Hinterland-Gesellschaft zum Beispiel ist eigentlich so, ist ja die erste Berliner Gründung eines Kamerun-Unternehmens und die Kolonialabteilung, die findet das schon sehr gut. Also die finden schon sehr gut, dass es jetzt auch ein Berliner Unternehmen kommt und je mehr Unternehmen kommen, desto besser. Also die wollen das auch fördern und was für die machen und die strecken denen ganz viel Geld vor und so, weil die Kamerun-Hinterland-Gesellschaft auch eine große Schnorrerin ist. Gerade weil die Kolonialabteilung möchte, dass auch Berliner Unternehmen oder Unternehmen aus dem ganzen restlichen Reich in Kamerun Fuß fassen. Also vielleicht, also inwieweit das eine Hamburger Kolonie war, am Anfang, will vielleicht ganz deutlich dadurch, dass als die Bremer Westafrika-Gesellschaft gegründet wird und ihr Geschäft auch in Kamerun machen möchte, dass die Besitzer erst an die Kolonialabteilung schreiben und fragen, ob das denn okay sei, wenn die jetzt auch da Handel treiben würden, sie ja gar nicht aus Hamburg kommen. Was die Arbeitsbedingungen auf diesen Plantagen angeht, weiß ich gar nicht, wann das wirklich thematisiert wird, aber es gibt, ich glaube, 1914 einen relativ großen Skandal. Also da werden die Arbeitsbedingungen in Kamerun skandalisiert, auch im Reichstag, ich glaube da vor allem vom Zentrum. Der Anlass ist, dass der Gouverneur quasi so heimlich am Reichskolonialamt vorbei eine Art Arbeitszwang eingeführt hat und zwar, dass die Kolonialmacht diese Plantagen, die immer darunter leiden, dass sie nicht genug Arbeitskräfte bekommen, mit Zwangsarbeitern versorgt. Das wird dann stark skandalisiert und diese Sache soll dann auch rückgängig gemacht werden, aber es kommt noch nicht dazu, denn dann bricht der Erste Weltkrieg aus. Dieser Arbeitszwang, das ist natürlich eine furchtbare Sache, aber es ist noch ein bisschen grauer, als man das so auf den ersten Blick denken könnte, weil die privaten Anwerber, die vorher die Plantagen mit Arbeitskräften versorgen, die nehmen halt auch alle Leute, die sie kriegen können und da sind auch vor allem viele Jugendliche und Kinder dabei, die müssen dann irgendwie wochenlang zu Fuß bis zu den Plantagen laufen, dann kommen die natürlich auch in einem entsprechenden gesundheitlichen Zustand da an und dann sterben die relativ schnell weg. Und diese Verstaatlichung der Arbeitskräfteanwerbung, die dann skandalisiert wird, als Zwangsarbeit, was sie ja auch ist, die wird vorangetrieben von den lokalen Stationschefs, den Beamten des Kolonialstaats, die sagen, das geht so nicht, das können diese Arbeiteranwerber nicht machen, die bringen da nur Leute hin, die am Ende sterben. Also es ist dann besser, wir machen das als Staat und fangen dann irgendwelche Leute, die das wenigstens aushalten. Also das ist so eine perverse Logik, die da irgendwie dahinter ist. Aber das wird dann schon skandalisiert. Ich bin ganz schnell, Hamburg-Berlin-Konkurrenz gab es im Diamantenhandel nicht so richtig, weil es war vollkommen unstrittig, dass eben die Regie in Berlin gegründet wird. Zu den Arbeitsbedingungen und zur Skandalisierung, diese Arbeitsbedingungen auf den Feldern waren wirklich katastrophal. Es starben unglaublich viele indigene Arbeitskräfte, weil sie einfach unterversorgt und ausgebeutet worden sind. Allerdings muss man sagen, es waren keine Sklaven im eigentlichen Sinne. Also die wurden offiziell angeboben. Es gab Arbeitsverträge, die sind bezahlt worden. Allerdings die Arbeitsbedingungen, da findet man sehr viele und sehr starke Parallelen zur Sklaverei. Etwas, was relativ spannend war, zu sehen war, was Tristan auch angesprochen hat, ein hoher Prozentsatz an indigenen Kindern wurde herangezogen, um diese Diamanten zu sammeln. Und Kinderarbeit war um 1900 im Kaiserreich sicherlich nicht mehr richtig groß üblich, aber natürlich würden sie in der Landwirtschaft immer noch herangezogen. Es waren günstige Arbeitskräfte. Und da gibt es tatsächlich eine spannende Parallele zwischen Kaiserreich und Kolonie. In beiden Kontexten würden Kinder für die Verrichtung teilweise stark körperlich anstrengender Arbeiten herangezogen. Ich würde nur sagen, in der Kolonie war der Rassismus natürlich sehr viel stärker und die Arbeitsbedingungen noch sehr, sehr viel brutaler. Also es würden Kinder unter 10 für 5 Mark den Monat wirklich auf diese Diamantenfelder geschickt. Ja, die Konkurrenz zwischen Berlin und Hamburg, das wollte ich unbedingt finden. in meiner Forschung, weil ich mit meiner These Berlins Tor zur Welt einen Hamburger Begriff eigentlich verwende, der in den 1920er Jahren für den Hafen auserkoren wurde, das Tor zur Welt. Genau, ich habe verschiedene Forschungsstränge versucht auszuarbeiten, um diese Konkurrenz stark zu machen. Denn einerseits gab es in Hamburg überwiegend diese Großhändler, die die Waren verteilt haben und Edeka, die kleinen Kolonialwarenhändler, waren halt den Preisschwankungen dieser Großhändler ausgeliefert. Deswegen waren die einfach jetzt nicht unbedingt fein miteinander. Dann gab es eigentlich bei Edeka zwei Gründungsphasen. Die zweite Gründungsphase, nachdem sich die Genossenschaft in Berlin gegründet hatte unter Robert Schmidt und Fritz Bormann, war die Ebene der zentralen Einkaufsgesellschaft. Es gab Tendenzen, diesen zentralen Einkauf zu regeln, nicht nur in Berlin, sondern auch in Hamburg. Die ZEG wurde unter der Leitung von Hugo Papst 1904 ins Leben gerufen, aber durch eine Misswirtschaft und weil jetzt nicht gebündelt da eingekauft wurde, sondern einzelne Akteure sich da gemeldet haben und es einfach zu wenig Warennachfrage gab über die ZEG damals noch in Hamburg, liquidierte Fritz Bormann dieses Unternehmen. Und dann wurde das Ganze von Berlin ausgesteuert. Da würde ich sagen, das ist eine Konkurrenz. Genau. Und was die Großhändler, die Hanseatischen anbelangt, so verwendete Edeka in der Handelsunschau immer eine sehr scharfe Rhetorik in diesem Zusammenhang. Also genau, das mündete dann irgendwann in einem sehr deutlichen Patriotismus, wo der Mittelstand sozusagen das vaterländische Ich darstellte und die Großhändler waren per se erstmal blöd. Und genau, zur Sklaverei. Also da gibt es eine ähnlich starke Rhetorik und ich würde mal sagen, es gab eine sehr deutliche Doppelmoral, denn die Sklaverei auf den Plantagen wurde ja nicht von europäischen Kolonialmächten initiiert oder die Sklaven wurden nicht von Europäern erstmal direkt ausgebeutet, sondern das war eine arabische Führung. Das war das Sultanat Oman Sanzibar. Die gesellschaftlichen Entwicklungen in Großbritannien, aber auch im Deutschen Kaiserreich waren erstmal so, dass man natürlich Sklaverei anprangerte. Und das, was auf der Ebene der Gesetzgebung passierte, war beispielsweise das Brüsseler Konferenzgesetz von 1890. Und da konnte Großbritannien durchbringen, dass der Sklavenhandel von Sanzibar hatte einen enormen großen Sklavenhandel in die arabische Welt überwiegend. Naja, der wurde verboten, aber die Sklaverei an sich auf den Plantagen wurde nicht angeprangert. Und auch diese Entwicklungen führten dazu überhaupt, dass nicht mehr die Sklaven verschifft wurden unter der Hand vom Sultanat, sondern dass sie auf der Insel gehalten wurden. Das heißt, es gab eine Art Verschiebung im Sklavensektor, so hat es Abdul-Sherif genannt. Und die Sklaverei an sich wurde erst sieben Jahre später von Großbritannien angepackt. Aber das Gesetz auch eher mühselig auf den Weg gebracht. Denn die Wirtschaft war damit natürlich irgendwie doch ganz zufrieden, weil die Waren dadurch günstiger verkauft und gekauft werden konnten. Das heißt, die Wirtschaft und die Gesellschaft ging bei dieser Meinung sehr stark auseinander. Und wenn man sich die deutschen Akteure in diesem Zusammenhang anschaut, dann ist es da noch ein wenig drastischer mit der Rhetorik, weil der Bülow forderte ein biologisches Ende. Das heißt, ich hoffe, ja. Ich möchte es eigentlich nicht so gerne erklären, weil ich es sehr drastisch finde, dass sozusagen der Mensch so lange versklavt wird, bis er stirbt. Und das wäre bei dem Umstand, wenn Deutschland sozusagen die Kolonien behalten hätte, es geht jetzt gerade nicht um Sanzibar, sondern es geht eher um Tansania, aber dann wäre das bis ins Mitte des 20. Jahrhunderts hinein so weitergelaufen. Und ja, so viel dazu. Genau, danke schön. Nur ganz kurz, angesichts, dass die Zeit ja schon überschritten wurde und wir aber noch zwei Wortmeldungen haben, die ich nicht unter den Tisch fallen lassen möchte, schlage ich vor, dass wir die beiden bündeln. Ich würde sagen, zwei kurze Fragen und dann sechs kurze Antworten, wenn sich die Frage an alle richten, damit wir auch in die Pause gehen können. Danke. Ja, danke schön. Ich halte mich wirklich kurz. Leo Ritschko von der FU. Meine Frage an Frau Meier. Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden hatte, meinten Sie, dass die Werbung für die Gewürznelke nicht so exotisierend geführt wurde, wie irgendwie für andere Produkte. Wenn ich das Fall verstanden habe, korrigieren Sie mich gerne. Da würde mich interessieren, was Ihre Einschätzung ist, warum das so ist. Meine Ad-Hoc-Vorstellung war jetzt irgendwie, dass eben diese Einbindung dann in so lokale Produkte wie das Eisbein oder der Lebkuchen dann eher hinderlich waren, dass es so ein exotisches Kolonialprodukt ist, sondern weil das dann irgendwie so für eine heimisch wurde oder so. Genau, das ist meine sehr kurze Frage. Genau, also das haben Sie richtig verstanden. Also ich habe tatsächlich wenig dazu gefunden, dass die Gewürznelke exotisiert als Bild dargestellt wurde. Ich vermute dahinter, dass die Gewürznelke einfach schon lange im Umlauf der kleinen Händler waren, weil, genau, die kolonialen Warenströme gehen ja weit zurück und die Nachfrage nach Gewürznelken kann man jetzt nachweislich im Mittelalter finden, als die Gewürznelke beispielsweise als Zutat zu einem Glühwein, so würde ich das mal bezeichnen, schon verwendet wurde. Wenn man sich diese Edeka-Werbung anschaut, dann steht da Kolonialwaren und da Gewürze. Aber die Gewürze waren Kolonialwaren und das ist sozusagen nicht richtig deklariert und ich vermute einfach schon diese lange Geschichte in dieser deutschen Genusskultur und europäischen Genusskultur. Wunderbar, vielen, vielen Dank an die Beitragenden, vielen, vielen Dank an alle für die sehr, sehr spannenden Fragen und für die Diskussion hier vor Ort. Damit ist auch dieses Panel abgeschlossen. Ich bedanke mich bei allen und entlasse Sie in die Pause und hoffe Sie alle dann zur Podiumsdiskussion hier wiederzusehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Herzlich willkommen vor allen Dingen an alle unsere TeilnehmerInnen, die im Zoom sitzen. Und Ibo Diop wird auch gleich hier sozusagen in groß über uns schweben. Es ist ein bisschen der Vorteil und das Nachteil des Hybriden, dass wir jetzt hier in dieser Anreihung sozusagen sitzen. Mein Name ist Lila Rumfowe und als Teil der Tagungsvorbereitungsgruppe heiße ich Sie ganz herzlich willkommen zu einem Tagungspunkt, wenn man so möchte, der für uns wirklich ganz integraler Bestandteil war, auch von zu Beginn an dieser Konferenzorganisation. Wir haben sehr viele detaillierte Vorträge heute schon gehört über die Warenströme, jetzt vor allen Dingen noch mal ganz intensiv im letzten Panel zur Tragfähigkeit des Konzeptes der Sehnsüchte. Da werden wir auch morgen noch mal zukommen. Also es bleibt sozusagen auch eine spannende Debatte. Bevor wir sozusagen ins Inhaltliche stellen und ich dann auch gleich alle TeilnehmerInnen noch mal bitten werde, sich selbst vorzustellen, weil das doch, glaube ich, diejenigen sind, die Sie hören möchten. Ganz kurz noch mal von unserer Seite aus ein großes Dankeschön an Holger Schmidt von NICO 21, vor allem für diesen technischen Support, der uns ja wirklich hier auch in dieses hybride Setting überhaupt befördert hat. Also ganz herzlichen Dank dafür und ganz herzlichen Dank auch unsere, genau, wir können ruhig mal ganz kurz da mitmachen. Und vor allen Dingen auch ganz herzlichen Dank an die studentischen MitarbeiterInnen, die so wunderbar dieses Buffet auch betreut und organisiert haben und damit wir hier sozusagen auch durchhalten bis abends. Das sind Josef Meinberger, Jan-Marius Rodler und Antonia Kaufhold und dafür wirklich noch mal ganz herzlichen Dank. Ja, vielleicht nur noch wenige einleitende Sätze von mir. Während sozusagen die Erfrischungsbedenkliche Tränke noch klimpern. Was in unserer Aufregung auch ein bisschen noch zu kurz gekommen ist, einmal noch mal auf unser Tagungsbild hinzuweisen, unter dem wir ja auch nicht ganz zufällig sitzen. Wir redeten über die Fantasien und die Sehnsüchte. Es ist ja eine steingewordene Kolonialfantasie, das muss man so sagen. Der Relief vom Ermeler Haus, der eben im Hintergrund diese zwei Dome sozusagen zeigt und dann eben auch diese Szenerie von Sklaverei, Zwangsarbeit, kolonialer Produktion und auch diesen kolonialen Zugriff auch zeigt. Was wir jetzt mit der Podiumsdiskussion versuchen werden, ist auch noch mal, wie man didaktisch immer so schön sagt, auf die lebensweltlichen Bezüge auch noch mal einzugehen. Denn wir haben natürlich nicht nur ein wissenschaftliches Interesse an Kolonialgeschichte aus den verschiedenen Disziplinen, sondern es gibt ja verschiedene Kreise, Communities, Institutionen, die sich auch mit diesem Thema sehr praxisnah auch auseinandersetzen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute noch mal diese Runde zusammenbringen konnten. Ich würde einfach ganz kurz die TeilnehmerInnen sich bitten, selbst einfach noch mal kurz zu präsentieren. Ich hoffe natürlich, Ivo Diop kann uns gut hören und sehen und sich dann, super, das klingt gut, der Winker von Herrn Guafo hier vorne. Ja, vielleicht möchten Sie noch mal ein paar Worte zu sich sagen, Herr Guafo. Sie sind ja jetzt schon quasi gut bekannt, aber wer weiß, wer sich noch dazu geschaltet hat. Vielleicht noch mal eine kurze, kleine Vorstellung. Ja, also ich heiße Albert Guafo. Ich unterrichte deutsche Literatur und Kultur an der Universität Chang in Westkameron, sowie interkulturelle Kommunikation und ja, ich arbeite an der deutschen Kolonialen Vergangenheit seit über einem Vierteljahrhundert schon, also ziemlich, in fünf Jahren gehe ich in die Rente. Ich sehe immer noch jung aus, aber ja, also meine Arbeitsschwerpunkte sind Provenienzforschung. Ich habe vor zwei Monaten einen Atlas mit Benedikt Savoie herausgegeben. Der Titel ist Atlas der Abwesenheit. Und es ging darum, also die Abwesenheit kamerunischer Kulturgüter in Kamerun und ihre Anwesenheit hier in der Schlange. Ja, das Projekt wurde von der DFG gefördert, aber ich bin auch eher verwickelt in anderen Projekten, vor allem neue Konzeptionen von Museen der Zukunft, die auch von der VW-Stiftung finanziert wird. Ja, und ich bin auch Mitglied in der DZK. Ja, ich arbeite dort seit schon fünf Jahren nicht im Beirat. Ja, soweit zu meiner Person. Dankeschön. Imo de Jok, vielleicht wollen Sie fortfahren, damit wir gleich mal gucken, wie es mit dem Ton aussieht. Guten Abend, ich hoffe, dass ich gut zu hören bin. Super. Mein Name ist Imo de Jok, wie gerade gesagt wurde, und es wäre schön, dich wieder zu sehen. Wir hatten uns vor etwa zehn Tagen in Berlin gesehen, beim Koloniales Festival. Und ich lebe und arbeite in Berlin. Ich bin beim Stadtmuseum angedocktes Projekt, nennt sich die Koloniale, und bin auch im Stadtmuseum dort für das Kompetenzstelle mit Lorraine Brüsch tätig, versuchen anhand von Beispielen, wie man die Kolonisierung angehen kann. Zu meiner Person, ich lebe seit ungefähr 20 Jahren in Berlin und habe an der Technischen Universität Literaturwissenschaften studiert und Deutsch als Fremdsprache. Danach eine Promotion bei Ottmar Ette an der Universität Oztam, sich mit dem Werk Michael Wellbeck auseinandergesetzt hat und hat versucht damals zu erfassen, was eigentlich zeitgenössische Literatur über die Gegenwart und Zukunft bzw. Vergangenheit erzählt anhand des Werk von Michael Wellbeck. Danach war ich an der HU, an der Humboldt-Universität zu Berlin als Presse-Referenz-Saxias tätig. Danach kuratorische Tätigkeiten und im Humboldt-Forum zwei Jahre, nachdem wir uns dann, also ich mich mit dem Humboldt-Forum nicht gut erschaffen habe, die Stelle gekündigt und seitdem für Berlin ein Erinnerungskonzept schreibe. Also seitdem heißt es seit Februar 2022. Ich bin, ich bezeichne mich als wissenschaftlicher Aktivist und versuche anhand von Wissenshaft zu erklären, was Aktivismus eigentlich ist bzw. welche Rolle ein Aktivismus für ein Zusammenleben spielen kann. So viel zu mir. Herzlichen Dank. Frau Kömira, möchten Sie vielleicht weiter übernehmen? Dann haben wir so ein bisschen die institutionelle Folge. Sehr gerne. Ja, schönen guten Abend in die Runde. Mein Name ist Frau Kömira. Ich arbeite seit gut zwei Jahren am Stadtmuseum Berlin als Kuratorin, Ausstellungskuratorin. War zuvor lange selbstständig als Kuratorin. Bin von der Ausbildung her Politologin und habe mich viel mit Migration befasst und Fragen der Diversität und Intersektionalität. Ich habe promoviert zum Thema Migration aus Polen nach Berlin. Das ist schon eine Weile her. Also die Promotion ist schon eine Weile her. Und ich habe in meiner Selbstständigkeit den Schwerpunkt gelegt. Ich habe zusammen mit Lorraine Blüsch gearbeitet, die hier schon erwähnt wurde, die auch jetzt am Stadtmuseum ist. Wir hatten zusammen ein Ausstellungsbüro und hatten zu den Themen Stadtgeschichte und Migration und wie man das gemeinsam erzählen kann, eben nicht als Sondergeschichte, gearbeitet und auch viele partizipative Projekte gemacht. Und im Rahmen der Selbstständigkeit haben wir dann auch seit 2016 für damals noch Kulturprojekte GmbH, die sind wir in das Projekt Berlin Global, also damals noch Berlin Ausstellung im Humboldt Forum, eingestiegen von Anfang an unter der Federführung von Paul Spies, der ja dann neu ans Stadtmuseum geholt wurde. Und genau, bis zu, also die Eröffnung überschnitt sich quasi dann mit meiner Einstellung am Stadtmuseum und seitdem bin ich da und da jetzt für verschiedene Dinge zuständig. Unter anderem bin ich involviert in den Prozess der Neukonzeption eines neuen Standorts vom Stadtmuseum, nämlich das Museums- und Kreativquartier am Kölnischen Park. Das steht noch sehr am Anfang, aber das ist, insofern ist diese Tagung für mich hochinteressant, was jetzt die Geschichte, was jetzt die aktuelle Forschung angeht. Und mein, ja, ich habe weitere andere Aufgaben. Kooperation mit der Koloniale ist aktuell auch ein Projekt, das Stadtmuseum macht jetzt für das nächste Jahr. Und genau das ganze Thema Rassismus kritisch Ausstellungsarbeit machen und Museumsarbeit machen treibt mich sehr um. Ganz herzlichen Dank. Dann last but not least sozusagen. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Jan Hüsken. Ich bin wissenschaftlicher Referent im Fachbereich Kultur und Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten am Deutschen Zentrum Kulturgutverluste. Jetzt bereits seit viereinhalb Jahren tätig mit meinen Kolleginnen Larissa Förster, Sarah Fründ und Anna Wickes-Neira. Das ist ein Fachbereich, der 2019 neu an die Stiftung gekommen ist. Und die Stiftung als solches ist für die dezentrale Förderung von Provenienzforschung in Deutschland zuständig. Das ist eine der Aufgaben neben den Bereichen auch Dokumentation und Veröffentlichung von Forschungsberichten. Aber das ist ein großer Teil meiner Tätigkeit. Und ich bin insbesondere für den Bereich der Grundlagen- und Kontextforschung zuständig, also auch mich auseinanderzusetzen mit Themen, die sammlungsübergreifende Bedeutung haben, in dem es zum Beispiel um die Erforschung bestimmter Strukturen oder historische Ereignisse geht, die das Sammeln im kolonialen Kontext ermöglicht und bedingt haben, wie zum Beispiel den sogenannten Boxerkrieg oder das Plündern im Raub militärischer Expeditionen. Zu meinem Hintergrund. Ich bin Historiker. Ich habe in Hannover Geschichte studiert mit einem Schwerpunkt in der außereuropäischen Geschichte und einer anschließenden Promotion im Bereich der Geschichte versklavter Menschen in der Karibik und habe anschließend in einigen Projekten zur Kolonialgeschichte in Westafrika gearbeitet, bevor ich über ein Museumsrollentariat und anschließende Anstellung in Dresden an den Staatlichen Kunstsammlungen dann zum Deutschen Zentrum Kulturgutverlust gekommen. Ganz herzlichen Dank für die Vorstellungsrunde. Ich sage noch mal das Thema der Podiumstagung, denn das setzt natürlich schon auch noch mal einen anderen Akzent. Also wir haben es eben jetzt zu tun mit dem Thema umstrittenes Erbe. Also wir gehen jetzt auch wirklich noch mal stärker in die Jetzt-Zeit in Berlin auch als Ort, wo eben auch die Strategien und die Herausforderungen kolonialer Erinnerungsarbeit, postkolonialer Erinnerungsarbeit, Fragezeichen, eben auch lebendig werden. Wir sind auf das Humboldt-Forum heute schon ein paar Mal gestoßen. Wir sind auf die Umbenennung der M-Straße gekommen. Die Frage, wie setzen sich Museen, Institutionen mit diesem kolonialen Erbe auseinander und wie kann es auch gelingen, dass die Berliner Stadtgesellschaft auch noch mal mehr Teil dieses Aufarbeitungsprozesses wird? Denn das muss ja letztendlich das Ziel sein, auch diese Forschung hinauszutragen über unseren Raum. Vielleicht noch mal als Einstiegsfrage die Frage, ist Berlin in dem Sinne schon ein postkolonialer Erinnerungsort oder sind wir da eigentlich erst noch so richtig auf dem Weg dahin? Das ist auch ein bisschen die Frage, die ich mir selbst bei der Konzeption noch mal gestellt habe. Ist es eigentlich die richtige Frage, die wir stellen? Vielleicht gibt es dazu schon eine Idee? Wenn ich anfangen darf, möchte ich zunächst mal mich fragen, warum das Erbe umstritten ist bis zunächst mal. Das ist die grundsätzliche Frage und erst dann sehen, ob da man von einer postkolonialen Zukunft Berlin sprechen darf oder kann. Ja, das Erbe ist umstritten. Wer betrachtet, aus welcher Perspektive liegt das am Mangel an Informationen über die Geschichte oder an dem sogenannten Phänomen der Aphasie, dass man eigentlich etwas weiß, aber ungerne darüber spricht oder liegt diese, also differenzierte sich über das gleiche Phänomen in der Art und Weise, wie man dieses Phänomen betrachtet. Phänomene der Nostalgie oder ob da eigentlich darum geht, dass jeder von seiner Ecke die Sache betrachtet, ohne zu wissen, dass es einen Gegenblick von der anderen Seite gibt. Ich denke, diese Frage, grundsätzliche Frage, muss zunächst mal beantwortet werden, bevor man von einem alle Strategie spricht, sonst redet man irgendjemandem. Ich glaube, Kolonialismus als Phänomen ist eine, sagen wir mal, eine interkulturelle Auseinandersetzung. Es geht um Aufarbeitung der Geschichte, aber auch um Trauer. Also eine Trauerarbeit kann nicht eine Einbahnstraße sein. Die Trauerarbeit muss gemeinsam als kokonstruktives Vorgehen angesehen werden. Solange dieser Konsens nicht herrscht, ist es ein bisschen schwierig, eine Geschichte zu teilen. Die Geschichte ist da, aber ist sie geteilt, ist doch eine andere Frage. Und erst dann, wenn wir eine Antwort auf diese Frage haben, können wir hier sehen, wie gehen wir zueinander, auf welche Basis und welche Strategie entwickeln wir, um zu diesem Ziel, gemeinsamen Ziel zu kommen. Ja, wenn Sie mir erlauben, kann ich hier direkt auch mein Statement weiterführen und dann kann ich auf die Wortmeldungen reagieren, wenn ich kann. Also eine Strategie kann man nur entwickeln, wenn man ein gemeinsames Ziel hat. Und es heißt, dass alle diese Orte zunächst einmal aufgelistet werden sollen. Also es muss eine Bestandaufnahme aller Orte, die eigentlich diesen kolonialen, also Kontakt im Raum und in Geschichte auch festbar machen oder hörbar oder sichtbar machen. Also mental, aber auch physisch, dass man zunächst einmal diese Aufgabe der Bestandaufnahme macht. Und dann kann man jetzt sehen, wie eine Kokonstruktion möglich sein kann, als diesen Dialog, der zwischen einer Mehrheitsgesellschaft und einer Minderheitsgesellschaft konstruiert wird, weil die Sichtweisen auf das gleiche Problem nicht die gleichen sind. Also ich höre zunächst einmal hier auf. Ich habe ein paar Gedanken, die ich als Vorschlag angeben, geben wollte. Weil ich den Eindruck, ich komme gerade, hat der Ibuziob schon gesagt, wir waren vor zwei Wochen hier in Berlin. Und es ging um ein Festival, eine gute Initiative, wo eigentlich der afrikanischen Diaspora die Möglichkeit gegeben wird, sich im Raum und hörbar und sichtbar zu machen. Aber ich glaube, das ist eigentlich eine Möglichkeit, sich zusammenzutreffen und eine gewisse Solidarität unter sich zu bilden. Aber ich glaube, das kann nur ein Anfang sein. Denn der eine gibt die Mittel zur Verfügung und stellt sich aus der Spirale heraus und der andere bekommt die Mittel. Also das sieht so aus wie eine Einbahnstraße und kann nur in eine Sackgasse führen. Denn die Konstruktion bedeutet, dass die Jugend, auf die wir unsere Hoffnung bauen, eigentlich auch dabei sein. Sowohl von der postimperialen und postkolonialen Seite, als auch von der Diaspora. Und so ein Zusammentreffen, das auch nicht immer gut laufen kann. Dass man eigentlich darauf vorbereitet ist, dass bis man eigentlich eine Richtung gemeinsam findet, dass bestimmte Sachen passieren, die nicht immer angenehm sein können. Und daran geht kein Weg vorbei. Ja, zunächst mal für jetzt. Vielen Dank. Ich weiß nicht, ob jemand direkt anschließen will. Ich gucke immer so ein bisschen hoch, dass ich niemandem nichts übersehe. Also das ist natürlich die Frage, auch vielleicht für die Institutionen, für die Begleitenden, die sozusagen auch nicht immer, das kann man schon so sagen, freiwillig in den letzten Jahrzehnten in diesen Prozess auch gegangen sind. Da wäre es ganz spannend, wenn vielleicht Hemiskin, Frau Mira, wenn Sie da nochmal was aufgreifen. Ja, ich finde den Punkt mit der Sichtbarkeit sehr wichtig, den du ausgeführt hast, Albert. Dass 2019 dieser Fachbereich eingerichtet wurde am Deutschen Zentrum Kulturgutverluste, geht ja zwar zurück, formell jetzt auf einen Beschluss im Koalitionsvertrag der damaligen großen Koalition, aber es ist natürlich eigentlich der Erfolg wissenschaftlicher und vor allem auch zivilgesellschaftlicher Initiativen, die sich seit Beginn der 2000er Jahre kritisch ja mit diesem Thema beschäftigt haben und das wiederum in eine Institutionalisierung für den kleinen Bereich der Provenienzforschung geführt hat. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass etwas das auch ist, was nicht abgeschlossen ist. Und wenn wir jetzt den Bereich der Provenienzforschung vielleicht nur am Beispiel der Projekte, die wir in Berlin haben, betrachten, ist es natürlich zwar keine generelle Aufarbeitung der Erinnerungskultur über Provenienzforschung, aber es ermöglicht natürlich auch im Rahmen der Projekte viele Anknüpfungspunkte dazu. Also sei es zum Beispiel, dass man sich mit der Institutionengeschichte auseinandersetzt, wenn man sich mit Sammlungskomplexen wie dem sogenannten Boxerkrieg beschäftigt, dass man sich mit oder dem Sammeln des Museums für Naturkunde und seiner Rolle als zentrale Sammlungseinheit im 19. Jahrhundert auseinandersetzt, bis hin zur Frage der Rehumanisierung von menschlichen Überresten in Sammlungen in Berlin, Berlin, aber auch deutschlandweit. Also das sind, glaube ich, Punkte, wo Provenienzforschung einen Beitrag und Ansatzpunkt für Erinnerungskultur leisten kann, wenn das wiederum später in Publikationen und Ausstellungen und so weiter mündet und für ein breiteres Publikum offen ist. Das große, also ich würde auch sagen, dass dieser Prozess noch nicht abgeschlossen ist, denn das eine große Problem, das ich sehe, ist natürlich, dass wir zwar eine Förderung jetzt für den Bereich der Provenienzforschung haben und wir haben seit 2019 64 Projekte mit ungefähr siebeneinhalb Millionen Euro gefördert, aber wir können zum Beispiel nicht fördern eine allgemeine Aufarbeitung des Kolonialismus. Es gibt bei der Beauftragten für Kultur und Medien ein Referat Aufarbeitung des Kolonialismus, aber bei uns zum Beispiel im Fachbereich könnten Sie keinen Antrag stellen, der sich jetzt weiter weg von sammlungsbezogenen Fragen allgemeiner mit Themen des Kolonialismus beschäftigt. Das ist ein großes Problem und ein anderer Punkt, der auch wesentlich in meiner täglichen Arbeit ist und den Albert auch gut angesprochen hat, ist natürlich die Ermöglichung von kooperativer Forschung, also Forschung gemeinsam und gleichberechtigt mit internationalen Projektpartnern und das ist auch ein Weg, der maximal am Anfang ist, weil ich aus dieser Stiftung, für die ich hier sitze, im Rahmen der Bundeshaushaltsordnung agieren muss und natürlich internationale Projekte in diesem Rahmen äußerst schwer zu entwickeln und auch vom, also es hat sehr lange gedauert, bis wir zum Beispiel englischsprachige Anträge durchsetzen konnten über unseren Stiftungsrat für diesen Bereich der internationalen Kooperation. Das ist, glaube ich, etwas, wo man immer dranbleiben muss und wo wir erst noch am Anfang stehen. Danke. Also ich teile die Skepsis, was den Titel angeht. Ich kann, also aus der Sicht des Stadtmuseums oder aus meiner Perspektive als Mitarbeiterin im Stadtmuseum, würde ich auch sagen, wir sind, wir sind am Anfang, wir sind alles andere als an einem, an einer postkolonialen Erinnerungsarbeit angekommen, wobei auch postkolonial vielleicht auch nicht, auch ein bisschen schwierig ist. Und die, also die Herausforderung, die wir haben, denke ich, sind die, dass wir als Institution, als Museum, was für Wissensproduktion und Wissensvermittlung die Aufgabe ist und in einem kolonialen Kontext eben auch entstanden ist, also in dem kolonialen Diskurs haben wir sozusagen, das Problem ist die eigene Kolonialität. Und da jetzt mal eben zu sagen, jetzt fangen wir an, jetzt erinnern wir an Kolonialismus, ist alles andere als einfach. Also auch da geht es darum, also tatsächlich geht es, glaube ich, darum, eine dekoloniale Museumsarbeit zu erarbeiten, also zu lernen, überhaupt zu entwickeln. Da sind ja auch andere Museen und Institutionen dran, aber auch das ist alles am Anfang. Und da kann man jetzt nicht sagen, oh, jetzt haben wir das Rezept und so machen wir es jetzt. Und die Auseinandersetzung betrifft eben auch diese verschiedenen Ebenen, bei uns eben auch die Geschichte der Institution. Wir haben im kommenden Jahr das 150-jährige Bestehen des Märkischen Museums. Und in dem Zusammenhang wird jetzt Forschungsangestoßen für, was hat es mit dem Gründeraufsicht, wie sind die kolonialen Verflechtungen zum Beispiel. Und also diese Selbstreflexion der Institution, dann natürlich das große Thema der Sammlung als Kern der Institution und aus dem sich dann auch wiederum immer die Narrative speisen bisher oder auch, ja, in irgendeiner Weise auch weiterhin. Und natürlich ist die auch kolonial geprägt. Das ist ganz interessant, Sie sagten heute Morgen, sprachen Sie ja von dem medialen Dispositiv des Kolonialismus. All diese Materialisierungen, Werbeplakate, Fotografien von der Kolonialausstellung, Kolonialwaren, Puppenhäuser, all solche Dinge sind bei uns in der Sammlung. Und das sage ich jetzt so, als sei das allen genau bekannt. Das ist allerdings auch schon wieder Resultat von einem ersten Pilotprojekt zur Sichtung von Spuren, wurde es bis dahin genannt, in der Sammlung. Und das ist ein Anfang. Dann komme ich zum nächsten Punkt. Es geht natürlich auch um die eingeübten Kategorisierungen, das eingeübte Denken, die eingeübte Sprache, die wir als weiße, überwiegend weiße Institutionen haben. Und letztendlich auch der immer, der in uns allen inhärente Rassismus, der da eine wichtige Bedeutung hat, weil es dann gar nicht so einfach ist, einfach mal von diesen Dingen loszulassen. Also dann kommen diese Diskussionen darum, ja, wieso das Bezeichnungen bei rassistischen Bezeichnungen, ja, wieso sollen wir die jetzt, das können wir nicht einfach ändern, das ist historisch, das ist original. Ja, und also da einen Umgang zu finden und da eine gemeinsame Sprache oder überhaupt einen Dialog zu finden in der Institution ist eine sehr große Aufgabe. Dann kommen die Narrative, die Ausstellungen, die Ausstellungen selber. Auch da ist eine Menge, vielleicht kürze ich das jetzt auch mal ab und komme dann nachher nochmal drauf, weil das ist auch ein ganz großes Thema. Dann das Thema der Kommunikation, also der Vermittlung der Kommunikation nach außen. Also die Narrative selber, damit meine ich die, welche Geschichte erzählen wir, welche Geschichte denn, aus welchen Perspektive. Dazu kommt aber auch, welche Sprache, welche Bilder verwenden wir und wie machen, wie gehen wir mit rassistischer Sprache um, mit Bildern, wie gehen wir damit um und wie machen wir das kenntlich oder nicht, wie irritieren wir das. Und dann kamen wir aber immer wieder auch noch das Unbehagen, den Widerstand oder das Unwohlsein innerhalb der Institution und außen bei den BesucherInnen. Das ist auch eine Frage, wie können wir so vermitteln, dass wir möglichst viele mitnehmen, dass wir möglichst viele Räume öffnen für Perspektiven, die uns ja nicht vorkommen. Und genau, da wäre das Stichwort auch noch Kooperation, das haben Sie auch angesprochen. Da kommen wir vielleicht auch noch drauf. Soweit erst mal. Ich glaube, Imo Diab ist auch schon anmutet. Ich finde die Frage tatsächlich sehr schwierig und ich würde jetzt nicht alles nochmal wiederholen, was meine Vorrednerinnen gesagt haben. Aber die Frage, die ich mir immer stelle oder immer gestellt habe, vor allem in den letzten Jahren, ist eigentlich, was meinen wir, wenn wir von einem postkolonialen Erinnern sprechen, was meinen wir eigentlich und was ist eigentlich Postkolonialismus? Ein Wort von etwa Zahid, also zumindest in seinem Werk zum ersten Mal benutzt. Und das meinte eigentlich ein imaginäres Ort. Also Zahid spricht von imaginärer Geografie, das heißt die Vorstellung von Welten, in denen wir gewesen waren und die Beschreibung dieser Orte. Im Raum Berlin von Postkolonialismus zu sprechen und wohl wissend, dass wir in einem Ort leben, aus dem der Kolonialismus hervorgegangen ist. Das heißt, die Geografie in dieser Erde, von der die Karte des Kolonialismus gedacht wurde. Und gleichzeitig ist in diesem Ort nicht zu sehen, dass es von dort ausgegangen ist. Wie können wir von einer Geschichte sprechen, die eigentlich nicht existiert? Sie existiert nicht in unserer Mentalitätsgeschichte. Oder wenn sie existiert, dann existiert sie aus einer Position von vermeintlich betroffenen Menschen, die farblich markiert sind oder nach außen nicht als Teil einer Gesellschaft gesehen werden. Wenn wir uns die Auseinandersetzung mit dem Kolonialismus vor Augen führen, außer die Geschichtswissenschaftler, die sich natürlich in deren Themen sich am Rande oder intensiv damit auseinandersetzen, ist sie nirgendwo present in unserem Alltag. Wenn ich in Deutschland zur Schule gehe und nicht im Gymnasium gekommen bin und mein Lehrer sich nicht für das Thema interessiert hat, könnte ich eine Schule besuchen bis zum Ende und werde nicht mit dem Thema konfrontiert sein. Das heißt, Kolonialismus wird, wenn dann, in der 13. Klasse behandelt. Und das können nur diejenigen, die ein Abi machen. Und das ist auch kein Pflichtfach, das ist ein Wahlfach. Wenn wir uns die Geschichte von Provenienzforschung anschauen in Deutschland, dann geht sie parallel mit Humboldt-Forum. Das heißt, es scheint so zu sein, dass die Provenienzforschung eigentlich legitimiert das Haus, was eigentlich im 21. Jahrhundert mitten in dieser Stadt nicht nur DDR übermalt, sondern auch eine koloniale Nostalzigkeit hervorruft. Können wir von so einem Ort überhaupt von Strategien oder von Fallbeispielen sprechen? Ich wäre sehr, sehr vorsichtig, weil ich glaube, dass wir weder am Anfang noch in der Mitte, noch irgendwie mit dem Kolonialismus über Postkolonialismus als Wort eigentlich in diesem Thema hantieren sollten, sondern wenn, dann müssen wir von Kolonialismus sprechen. Denn ausgehend nur von dem Plakat und von dem Relief, das wir jetzt hier haben, sehen wir, wie eigentlich, wie umgeübt, wie wir eigentlich ständig Bilder reproduzieren, ohne das Wissen oder bewusst das Wissen zu haben, dass wir damit eigentlich einen Teil dieser Gesellschaft negieren, dass sie teilweise nicht existiert. Und wenn sie existiert, existiert sie nur in einer Situation, wo sie dominiert wird. Deswegen würde ich, glaube ich, vom Kolonialismus sprechen, vor allem im Raum Berlin. Und wenn wir von Erbe sprechen, postkoloniales Erbe, glaube ich da auch an eine, auch sehr, sehr vorsichtig. Ich war beim Internationalen Literaturfestival und da wurde das Hochatlas der Abwesenheit vorgestellt. Und da habe ich zum ersten Mal gehört, dass 70 Prozent der Kulturgüter Kamerun befinden sich in Deutschland. Während wir in Museen, die 41.000 Objekten, ich weiß es nicht, aber das weiß Albert definitiv, Objekten in Museen zwischen Berlin, Dresden und Lindenmuseum haben, sind gerade mal vier bis siebentausend Objekten in Kamerun. Das ist ein Land, mit dem wir eine gemeinsame Geschichte haben. Und nicht irgendeine Geschichte. Denn von hier aus, Berlin aus, wurden nicht nur die Grenzen zwischen Kamerun und anderen Ländern gezeichnet, sondern wir waren dort anwesend. Wir haben unsere Sprache dorthin gebracht. Wir haben Kulturgüter zerstört. Wir haben Menschen getötet. Und das, was noch übrig war, haben wir nach Deutschland mitgenommen. und in unseren Museen. Und wir stellen die heute noch aus, ohne zu wissen, was diese Objekte sind, wofür sie sind, wem sie gehören, wer hat sie gezeichnet, wer hat sie erschaffen. Und diejenigen, denen diese Objekte gehören, können diese Objekte wenn dann sehen, wenn sie in Europa sind. Und um nach Europa zu kommen, müssen sie eine Visum beantragen. Und in den meisten Fällen zu 90 Prozent bekommen sie kein Visum. Das heißt, wie können wir über Postkolonialismus reden, wenn wir uns in kolonialen Strukturen und zu befinden. Ich glaube, das ist eine sehr schwierige Übung, die eigentlich die Sprache, die wir haben, es nicht reicht, um es zu benennen, zu überwinden, aufzuarbeiten. Dankeschön. Ich sehe, alle haben sich auch Notizen gemacht, ich würde einfach gleich übergeben. Erstmal das, nochmal herzlichen Dank, auch nochmal diese Dimension, dass das, was wir als Geschichte betrachten, sozusagen, ja immer noch in einem Prozess auch ist, der sozusagen aktiv ist, letztendlich in einer Form, anwesend ist, in den Depots, in den Museen, in den Schulbüchern oder eben nicht anwesend ist, das ist ja die, genau diese, was ist sichtbar, was ist unsichtbar, Frage. Ich weiß nicht, Herr Hüsten, Frau Mirrabsen, antworten, Herr Guafo. Also, ich möchte jetzt als Literaturwissenschaftler sprechen, also, an einem Beispiel. Ich habe vor fünf Jahren versucht, als Gast-Dozent in Saarbrücken, er versucht, die deutsche Literatur im Seminar zu behandeln. Ich möchte nur von den Nählen, die ich daraus gezogen habe, ich hatte festgestellt, zunächst mal am Anfang hatte ich mehrere Studierende im Raum und ab und zu mal, als ich meinen, der Kurs sich vorsetzte, dass ich immer weniger Studierende im Raum hatte. Mir ist der Gedanke gekommen und das ist mir zum Teil auch gelungen, die deutsche Literatur nicht mehr als koloniale Literatur zu behandeln, denn die meisten hatten, ja, das waren unsere Vorfahren, also, wir waren, was habe ich damit zu tun und ich bin auch nicht dafür, ich hafte nicht dafür, dass meine Vorfahren so und so, was habe ich dann gemacht? Ich habe jetzt versucht, diese Literatur, die in keiner Literaturgeschichte der deutschen Nation nachweisbar ist, obwohl die gleichen Phänomene im bürgerlichen Realismus stattfanden oder im Vormärz, aber es gibt keine Fußnote in der deutschen Literaturgeschichte über die deutsche Kolonialliteratur, die eigentlich ich habe vor, also, in Liesig da entweder von Kolonialisten geschrieben, aber auch von Leuten, die mit der Kolonisation nicht, also, berühmte Schriftsteller geschrieben haben, aber die Texte sind heute vergriffen, also, das ist auch ein Erinnerungsort, der eigentlich unmarkiert gewesen ist und das kann man auch nachvollziehen, warum das so ist. Was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, es geht nicht mehr um Kolonialliteratur, sondern um deutsch-kameronische oder deutsch-afrikanische Literatur der Kolonialzeit. Sehen Sie, wir haben, ich habe das gleiche behandelt, aber mit einer anderen Perspektive und das kam an und ich habe da auch theoretisch mit Argumenten von Eduard Sahib weitergemacht und habe gesagt, okay, wir machen jetzt eine kontrapuntische Lektüre. Wir lesen die koloniale Geschichte gegen den Strich. Wir versuchen halt Leerstellen im Text herauszufinden, wo der kolonisierte spricht über die Reaktion des kolonisierenden Erzählers. Und da haben wir in dem Text und habe ja auch gesagt, also mit rein deutschen europäischen Literaturtheorien kann man an diesem Literatur eigentlich nichts anfangen, aber es gibt in den Texten, also das ist eine Fungrube historischer Tatsachen, aber wie bringt man das heraus? Also im Moment habe ich auch festgestellt, da ich mit der Providenzforschung zu tun gehabt habe, dass manche Museen, die Direktoren immer gesagt haben, jo, wir also unsere Sammlung, als ob da um Pilzesammlung ginge, also eigentlich keine Probleme hat, also wir haben alle Referenzen, wer das geliefert hat, als Geschenk und so weiter und so fort. Aber wenn man jetzt die Quellen nicht in den Archiven dreht, aber wenn man jetzt die Berichte, also die Reise, fiktionale, die literarische Auseinandersetzung von diesen Sammlern selbst liest, da bekommt man viele Informationen, die in den wissenschaftlichen Berichten nicht vorkommen. Und von daher denke ich, also vielleicht kann man, ich entwickle jetzt die These über Unembelligkeit der Literatur in der Provinienst Forschung, denn da haben die Historiker keine Chance mehr, weil da eigentlich der Sammler selbst wusste nicht, dass irgendwann mal Afrikaner Deutsch lesen werden können. Und das sind Quellen. Ich habe in Gießen vor drei Wochen auch ein Kolloquium, wo Juristen da sich gestritten haben, ob da positives Recht oder eigentlich eingeborenes Recht benutzt werden. Da brauchen sie kein Kopfzerbrechen zu machen. Hier habe ich eine Quelle, wo alles gezeigt wird, in einem Reisebericht semifiktional ist, wo eigentlich der Sammler als Autor sagt, wie er mit Flinten und alles gesammelt haben. Und man kann dann von dort auch in den Museen gehen und schauen, wo die Sachen liegen. Er sagt, das war Hans Dominik, er sagt, ich habe so viele Ziele an den Garten geliefert, ich an die Anatomie, anatomische Sammlung von so und so geschickt und wenn man jetzt guckt, das stimmt, dass die Schäden da sind, also warum zahlt man nicht so viel Geld, also das ist keine Kritik aber ich denke, was die Strategie angeht, müssen wir eigentlich uns überlegen, wie wir die Sachen schmachhaft machen und die Leute durch die Hintertür interessante Sachen rüberbringen können, weil konfrontativ geht das nicht, denke ich mir. Ja, vielen Dank Albert, vielen Dank Herr D. Jupp für den Kommentar auch in Bezug auf Provenienzforschung und da würde ich gerne einfach nochmal ansetzen, weil also ich finde das ein schönes Bild, Provenienzforschung als koloniale Nostalgie oder es gibt ja auch diese Angstsammlung reinzuwaschen oder als Verhinderungsgeschäft. Ich glaube, es ist so ein bisschen die Frage, von welcher Art oder wie definieren wir den Begriff Provenienzforschung für uns? Ich glaube, es ist erstmal so ein sehr deutsches Konstrukt. Provenienzforschung in Kamerun ist vielleicht ganz anders in der Vorstellung, als wir es aus einer deutschen institutionellen Perspektive betrachten würden. Und wir, jetzt vielleicht nicht ich als Stiftung, aber als fachwissenschaftlicher Mensch, der sich mit Provenienzforschung auseinandersetzt, versuchen ja eher eine postkoloniale Provenienzforschung zu erreichen, zumindest in diesem Themenfeld, die ja bewusst auch Perspektiven anderer Personen international mit einbezieht, die eine kritische Selbstreflexion der eigenen Position und ähnliches berücksichtigt und auch unterschiedliche Methoden, die jetzt nicht nur die Standardvorstellung, ich arbeite, beforsche ein Objekt auf Grundlage schriftlicher Quellen und so weiter, sondern auch mündliche Überlieferung und anderes gleichberechtigt in den Forschungsprozess mit einbezieht. Nun ist es aber so, dass wir als Stiftung eine Institution sind, die in der Breite fördert. Wir machen praktisch die Gießkanne. Das heißt, es gibt ja bei uns Projekte im ländlichen Raum, im Vogtland oder ähnliches, die diese Standards postkolonialer Provenienzforschung und ich würde auch nicht sagen, dass man die überall schon bei uns oft erreicht hat, nicht erfüllen werden oder kaum erfüllen können, weil sie dazu nicht in der Lage sind, aber trotzdem als kleines Stadtmuseum ihre Sammlung aufarbeiten wollen, dass sie aber auch vermehrt Projekte haben, die gerade, weil sie von Partnern aus Ghana oder Togo an uns herangetragen werden, natürlich eine ganz andere Interessenlage und Ausrichtung auch der Provenienzforschung haben. Und ich glaube, das ist etwas, was wir viel mehr brauchen, ob es dann wirklich eine postkoloniale Provenienzforschung sein kann. Das ist wiederum eine andere Frage, weil wir natürlich immer noch die strukturellen Benachteiligungsunterschiede haben, einfach aufgrund der Vorgaben, an die wir als Institution und staatsgeförderte Einrichtung gebunden sind. Danke. Ich weiß nicht genau, ob es noch eine, ob es eine Frage gab, aber ich habe jetzt, aber zu, also, also Provenienzforschung am Stadtmuseum ist natürlich noch mal, obwohl, sie sagen ja jetzt auch, die Sprachen auch von Stadtmuseen, aber wir haben ja nicht die klassischen Objekte aus kolonialen Zusammenhängen, also geraubte Objekte, wie jetzt die ethnologischen Museen, aber eben ganz zahlreiche Objekte, die eben, die man als Rezeptionsobjekte bezeichnen kann, aus kolonialen Zusammenhängen und da beginnt die Forschung dazu und ich hatte ja vorhin gesagt, es gab diese Pilotstudie, wo in einzelne Bereiche hineingegangen wurde, zusammen mit den verschiedenen SammlungsleiterInnen und einer externen Expertin und da wurden einzelne Objekte identifiziert und die verschiedenen Problematiken besprochen, festgehalten, es gibt einen interessanten Bericht eben auch dazu und als nächster Schritt, das spreche ich jetzt eigentlich auch über die Arbeit von Ivo und Job und Lorraine Blüsch, es sind vertiefte Recherchen zu einzelnen Objekten und das kann man jetzt auch Provenienzforschung nennen, also wirklich der Versuch, auch gerade wenn es um Personen, um Darstellungen oder Abbildungen geht von schwarzen Personen, von Personen, die als, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich es bezeichnen soll, aber die exotisierend bezeichnet werden oder als sogenannte Freaks, also genau und da geht es dann darum herauszufinden, was wissen wir über diese Person, weil dieses, ja, diese kolonialen Erfassungen natürlich die Perspektive der Subjekte nicht mit erfasst und so und dann gibt es da intensivere Forschungswege und einzelne Funde und da kommt schon, also das ist schon immerhin teilweise interessant, wie schnell man doch Informationen bekommt, wenn man mal immer mal anfängt und teilweise ist es einfach, geht es halt auch nicht weiter und eine Überlegung war auch von jetzt aus weißer Perspektive, dass man doch jetzt auch BIPO-Personen daran beteiligen sollte und an dieser Forschung und so und von wegen Kooperation und da, also gab es eben auch den, dann wiederum den Hinweis, nein, macht macht ihr das alleine, also diese, diese toxischen Objekte, Unterschreibungen, da möchten wir uns gar nicht mit auseinandersetzen und das führt eben auch wieder zu dem ganzen Thema, die Verantwortung der der weißen oder überwiegend weißen Institutionen mit, mit sich selbst sich zu befassen und das zu reflektieren und transparent zu machen und daraus zu lernen und zu handeln. Also das, genau, finde ich einfach einen ganz zentralen Punkt, einen ganz schwerwiegenden Punkt, eben auch im Hinblick auf, wie Sie vorhin sagten, Herr Goffo, wie kommt man zu, zu, zu einem, zu was gemeinsamen, also letzt, also gemeinsame Trauerarbeit, ich glaube, ich bin noch sehr weit von entfernt. Ich wollte betonen, dass die Auseinandersetzung der weißen Institutionen, der weißen MitarbeiterInnen mit der eigenen Geschichte und der Institution und der Sammlung ganz zentral ist und das, dass es letztendlich auch um diese Trauer, also eine Grundlage für so eine Trauerarbeit geht, dass eben auch der Rassismus, um den zu verlernen, ja, da diese Offenheit dafür sein muss und eben auch dieses letztendlich dann gemeinsame Trauern, das individuelle Trauern und das gemeinsame Trauern dann ermöglicht werden kann. Nur so, vielleicht nur ganz kurz, ich würde niemals an Koordinanzforschung als Nostranghier, das ist nicht das, was ich sagen wollte, was ich sagen wollte, ist, dass wenn man sich anguckt, seit wann wir sehr viel, vor allem Provenienzforschung, Kulturgüter, die aus dem afrikanischen, afrodiasporischen oder aus ehemals kolonialisierten Gesellschaften, seit wann wir uns damit auseinandersetzen, werden wir ganz schnell merken, dass das einhergeht mit der Bebauung und mit der Programmstruktur vom Humboldt-Forum. Ich kann mich daran erinnern, als damals, das war vor 10 Jahren, vor sogar 15 Jahren, hatten wir, damals war ich bei Afrika Avonir und wir hatten eine Plakat-Kampagne, wo wir die einzelnen Objekten, die eigentlich in Symbol von damals ging, die diskussionslos, dass die Sammlungen in Mitte kommen sollen und wir haben eine Plakat, eine Plakataktion gemacht, wo wir einzelne Objekte fotografiert haben und Plakaten und dann ein bisschen damit provoziert haben und gesagt haben, erst mal shoppen und dann sich Raubgut, Raubgut sich anschauen. Damals hatte uns Spatzinger gesagt, dass es keine Objekte gibt im Humboldt-Forum oder in den Sammlungen, die aus kolonialen Kontexten sind, dass alle Wege legal sind. Heute bei der Eröffnung von Humboldt-Forum, das letzte Flügel Ost-West-Flügel war das, sagte auch Arzinger in seiner Eröffnungsrede, dass, ich weiß nicht, mit wie vielen Stellen, dass man tausend Jahren gebraucht hätten, bis man überhaupt weiß, wie viele Objekte und woher sie kommen. Da sehen wir schon die Dimensionen. Wollen wir zum Beispiel, wirklich, das ist jetzt nur ein Beispiel von Museen, wollen wir so lange warten, bis wir Objekte überhaupt zurückgeben oder nicht? Das ist, deswegen sage ich einfach, dass es, wenn man sich anguckt, seit wann wir eigentlich mit dieser Provenienzforschung und uns damit auseinander gehen, habe ich das Gefühl, dass diese ganzen Stellen unter der Struktur geschaffen worden sind, um das Humboldt-Forum an sich zu legitimieren. Weil das heißt, wir machen Provenienzforschung, wir machen dies oder jenes, aber die Objekte überhaupt die Möglichkeit, wirklich die zurückzugeben. Und hier meine ich jetzt nicht wirklich Benin, wo es richtig ist, dies zurückzugeben, sondern auch die Länder, mit denen wir eine romantische Geschichte haben, weil wir sie damals kolonisiert haben. Und wirklich sich da damit auseinanderzusetzen. Und wenn man sich wirklich auch diese Auseinandersetzung richtig anschaut, dann hat man das Gefühl, dass zivilgesellschaftliche Organisationen seit 30 Jahren sich damit auseinandersetzen. Aber wenn es darum geht, diese Struktur zu übersetzen, dann sitzt die Zivilgesellschaft nicht da, sondern da sitzen anderen hochwissenschaftlichen Menschen, die sich damit auseinandersetzen, was auch alles richtig ist. Nur, wir merken auch, dass diese Auseinandersetzung weiterhin Personen marginalisiert, die sich, die vielleicht keinen Doktortitel haben, die keinen akademischen Beruf haben, und sitzen in diesen Stellen nicht. Was wir machen, ist nicht, dass wir jetzt sagen, hier aus Deutschland und hier aus unseren Kommunen, die sich damit auseinandersetzen, sondern ganz schnell, wir müssen Präparation machen mit den jeweiligen organisierten Gesellschaften. Wissen wir denn überhaupt, ob es für die ein Thema ist? Und im Sinne, weil wenn ich mir darüber Gedanken mache, was eigentlich diese Erbe ist, dann habe ich in erster Linie Menschen, die hier in Deutschland leben. Das heißt, welche Verantwortung jenseits davon, mit welcher Beziehung wir mit welchen Ländern haben? Was wollen wir unseren Kindern überlassen, unsere Kindeskinder? Also welche Erbe möchten wir eigentlich dieser Kinder überlassen? Und was sind die Konsequenzen daraus? In einem Land, wo wir heute noch das M-Wort benutzen, in einem Land, in dem das N-Wort problemlos benutzt werden kann, es ist halt, glaube ich, ein Problem. Und bevor wir nach außen schauen, müssten wir wirklich nach innen schauen. Also was, was wollen wir hier als Gesellschaft zu dieser Thematik und welche Konsequenzen müssen wir ziehen, in einem Land, in dem in der Wilhelmstraße 92 das Kontinent aufgeteilt wurde, wo wir keine angemessene, keine angemessene Auseinandersetzung, Erinnerung überhaupt haben. Das, was wir da haben, ist ein Kampf von Zivilgesellschaft. Das sind Stellen, das sind kleine Markierungen, die von zivilgesellschaftlichen Perspektiven kommen, aber nicht in Wissenschaft eingeschrieben sind. Und wenn wir von Kolonialgeschichte in Deutschland sprechen, dann sprechen wir etwas, was am Rande ist. Wir sehen das nicht als Mentalitätsgeschichte des Deutschseins. Und ich glaube, das ist ein Problem. Und deswegen ist auch die Auseinandersetzung so schwierig, weil wir die Sprache nicht haben. Und Albert sagte jetzt gerade, welche Strategien, vor allem die Literatur. Ja, in der Literatur, die von vor allem Menschen geschrieben sind, die aus Kamerun, aus Nigeria, Senegal, Martinique, Guadalupe kamen, sie haben eine Sprache dafür gefunden. Diese Sprache, die in den 1931er, 1940er, 1950er, 60er hatten eine Auseinandersetzung. Und sie haben Begrifflichkeiten gefunden, wie sie damit umgehen. Deswegen gab es Worte wie Negritid, Migritid und so weiter und so fort. Aber was entwickeln wir aus unseren Perspektiven? Und ein Weg ist ja zu schauen, was bietet die Literatur? Und tatsächlich, ich bin auch Literatur, ich glaube, dass die Literatur auch Wege zeigen kann, wie man dem entkommt. Alles spätestens seit Shinua Achebe seinen berühmten Satz gesagt hat, solange wir die Geschichte aus der Perspektive der Gewinne erzählen, dann ist ein Teil der Geschichte nicht da. Wie man da sagt, ich spreche von einer Gefährlichkeit einer Einzelgeschichte, also einer Single-History. Eleonora Mianu sagt, wenn wir beschwungen sind, die Welt von morgen mit den Menschen, wie wir damals kolonisiert haben, zu bauen, zu entwickeln, dann müssen wir eine angemessene Geschichte, eine angemessene Sprache und eine angemessene Auseinandersetzung mit der Geschichte, die wir gemeinsam haben. Aber da müssen wir in erster Linie wirklich nach innen schauen. Und nach innen schauen heißt nach Deutschland. Was haben wir mit dieser Geschichte zu tun? Nicht nur von der Kolonialzeit, sondern von der Versklavungshandel über Kolonialzeit und was wir heute Post- oder Dekolonisierungsprozesse nennen. Ganz herzlichen Dank. Ja, es tut mir leid, ich gucke schon wieder auf die Zeit und ich merke, wir müssen sozusagen so langsam uns bewegen, damit wir auch noch genügend Zeit auch haben für Fragen und Raum. Ich nehme jetzt schon sehr viel mit. Ich habe auch, glaube auch, hoffe, dass auch die Beiträge dieser Tagung zeigen, dass diese Aufarbeitung, diese Innschau, das, was dort ist, auch als Verantwortung zu übernehmen. Vielleicht nochmal die Frage an Sie, an die Runde. Nun sitzen Sie vor Historikerinnen, Historikern, durchaus auch interdisziplinäre Forschende. Ja, was ist vielleicht auch eine Hoffnung, die man haben kann, diesen Disziplinen gegenüber? Das kann eine methodische sein. Sie haben es angesprochen, die Literaturwissenschaft da sozusagen einzubeziehen, auch die zu sozusagen zu beforschen, als Teil diese Geschichte eben multiperspektivisch zu sehen. Vielleicht das nochmal so als so eine sanfte Überleitung. Nein, es tut mir leid, Schlussrunde. Ja. Also mich würde sehr interessieren vom Publikum, von den Forschenden, wie kann man eine dezentrierte Berlin-Geschichte erzählen im Museum? Also das sind dann wahrscheinlich mehrere Geschichten. Ich finde es heute Morgen ganz schön, den Begriff von Entprovinzialisierung von Berlin und Berlin-Geschichte. Das, was wir lange als Dauerausstellung im Märkischen Museum haben, würde ich tatsächlich als provinziell nennen. Ich habe jetzt wahrscheinlich die paar KollegInnen gegen mich, aber mein Ziel wäre schon, mein Wunsch wäre, dass die Ausstellung, die wir in Zukunft machen, an dem neuen, also wieder im Märkischen Museum, aber an diesem neuen Standort, also es ist ja dann ein Komplex aus zwei Orten am Kölnischen Park, das Ziel wäre, von dieser Idee von Zentrum und Peripherie wegzukommen und eben dezentrierte Geschichte und intersektionale Geschichte und eine, die Kolonialität durchgängig mit einbezieht, darzustellen. Dafür ist es fantastisch, dass jetzt Forschungsprojekte entstehen, entstanden sind. Das ist ja auch noch nicht so lange und ich glaube, da ist auch noch, oder das heißt, ich glaube, da ist ja auch noch viel Bedarf. Und ich denke auch, dass wir vom Stadtmuseum überlegen sollten, identifizieren sollten, was wir dann noch wichtig fänden, auch für Forschung. Aber für mich ist es auch wirklich eine Frage der Methode, also wie man dann sowas in den Raum setzt. Dann vielleicht noch, was ich jetzt nicht dazu genannt habe, ich meine, das ist ja fast ausschließlich weißes Publikum. Natürlich wäre die, und das ist auch unser Ziel, oder ja, wäre eine Methode zu kooperieren mit verschiedensten Akteuren aus der Zivilgesellschaft und insbesondere eben mit warzen und BIPOC-Perspektiven zusammenzuarbeiten, mit der entsprechenden Expertise oder dem Erfahrungswissen. Und ja, also genau, das ist was, was jetzt hier nicht Thema war bisher. Ja, vielen Dank. Nochmal danke, Herr Diop, dass Sie mich hingewiesen haben auf mein Missverständnis. Ich setze vielleicht gleich da nochmal an. Also das wäre, glaube ich, das, was mich interessieren würde. Ich habe es ja am Bild der Gießkanne versucht darzustellen. Also für mich wäre interessant zu wissen, oder das ist die Frage, die mich bewegt, ist es eigentlich bei Provenienzforschung sinnvoll, kleckerhafte, kleinere Projekte zu haben, oder braucht es nicht eigentlich auch vielmehr eher erst große Projekte, wie zum Beispiel, also jetzt nicht personell mega groß ausgestattet, aber das Atlas-Projekt von Benedikt Zavar und Albert oder auch zum Beispiel das Namibia-Interventar von Larissa Förster. Also braucht es nicht eigentlich erst Projekte, die grundlegende Sammlungsstrukturen erst mal darstellen, um dann dort ansetzen zu können und auch zielgerichtet zu sorgen, dass Prävenienzforschung nicht wirklich irgendwo versickert. Danke. Okay. Also mein Schlusswort wäre, dass Aufarbeitung der Kolonialgeschichte ist zugleich eine Restitution der Würde. Diese Restitution der Würde kann nur gemeinsam ausgedacht werden und dieser Diskurs muss eigentlich transgenerationell gedacht werden. Also wir haben alles verloren, würde ich sagen, aber wir haben die Verantwortung für die zukünftige Generation eine bessere Zukunft auch zu gestalten. Ich habe immer eine Metapher, die ich jedes Mal erzähle, wenn ich öffentlich auftrete, dass die Kolonialgeschichte eine verflochtene Geschichte ist und dass diese Geschichte wie die Geschichte von zwei Krokodilen in einer Lagunesee ist. Also der eine Krokodil beißt den Schwanz und der andere den Kopf. Aber sie sind beide auf das Wasser angewiesen. Das heißt, wenn man rausgeht, wird die Haut trocken und man muss da rein. Die Geschichte fängt vom Neuen. Also keiner kann die Übermacht. Also so stelle ich mir die Kolonialgeschichte vor. Es kann nur zeitweise einen gewissen Frieden herrschen, aber auf lange Sicht muss man eigentlich sich fragen, ja, die zwei Fahrer in der Nacht, der eine hat Scheinwerfer und man feinwerter hat. Ja, was will ihr von mir? Und da muss man dieses, aber diesen Punkt haben wir noch nicht erreicht. Wir sind in der Richtung. Aber wir müssen zunächst mal da ankommen und fragen, ja, was will eigentlich von mir? Und gemeinsam können wir dann über die umstrittenen Punkte diskutieren. Wahrscheinlich nicht für uns, aber diesen Dialog müssen wir führen, für diejenigen, die eigentlich aus Unwissenheit nicht wissen oder kein Interesse haben über das, was uns verbindet. Denn ich habe die Einführung, den Kommentar sehr gut genossen, als er von der Moderne und der Kolonialismus als zwei Seiten eine Medaille ist. Also die eine Seite hat Wissen gehabt bisher und die andere Seite hat ein Misswissen gehabt. Aber wir müssen eigentlich die beiden Seiten der Medaille irgendwie symmetrisch betrachten und schauen, warum ist es hier hell hier und dann ist es dunkel da und wie bringen wir eine Grauzone zwischen den beiden Seiten. Also das wäre mein Schlusswort. Im und Job, Sie dürfen gerne. Und Schlusswort vielleicht, was ich nicht angesprochen habe, ist, glaube ich, die Geschichte des Widerstands vom Kolonialismus zu reden oder vor Erinnerungserbe oder Auseinandersetzung mit den Erinnerungen ist auch eine Geschichte des Widerstands, den man erzählen muss. Ich glaube, es wird uns helfen, zu sehen, dass wir vor ungefähr 230 Jahren in einigen Ländern marschierten, dass wir auf Widerstand gestoßen sind. Und auch diese Geschichte zu erzählen, wäre es, glaube ich, würde uns helfen, zu verstehen, wie viel Geld es uns gekostet hat, wie viel Menschen es uns gekostet hat und was wir eigentlich alles in dieser Welt, wovon wir heute noch nach Verantwortung tragen. Gleichzeitig ist auch diese Geschichte des Widerstands, und erzählen oder erklären, wie der lange Widerstand auch strukturell marginalisiert wurde, bewusst marginalisiert, weil es für uns nicht angenehm war, bis jetzt zu wissen, dass es Menschen gab in der Kolonialzeit, die dafür gekämpft haben, dass sie angemessen entlohnt werden und nicht nur sie, sondern dass sie sich solidarisiert haben mit anderen Communities. 1915, glaube ich, oder 1925, keine Ahnung, ich rede mit Historiken zusammen, da muss ich aufpassen, das ist die Dibobes-Pedition, dass diese Dibobes-Pedition auch mit erzählt wird. Ich glaube, dass, ja, das wäre erst alles von mir. Ganz herzlichen Dank in die Runde. Ich glaube, man merkt, wir könnten jetzt noch, glaube ich, mehrere Stunden uns darüber unterhalten, weil man dann auch merkt, die Frage, die wir gestellt haben, die ging vielleicht vorbei, aber nichtsdestotrotz, ich nehme mit, ein Plädoyer für mehr Graustufen, für auch eine Verantwortung, die auch eine emotionale Arbeit sein kann und vielleicht das auch mitzunehmen, eine wissenschaftliche Perspektive. Mit Blick auf die Zeit würde ich jetzt noch die Runde sozusagen, zumindest wenigstens noch für die letzten Minuten, öffnen für Fragen aus dem Publikum, beziehungsweise vielleicht auch aus Zoom. Ich notiere wieder hier so eine kleine Liste, dass wir so ein bisschen Überblick behalten. Und, genau, gerne Fragen. Ja, ich würde vielleicht gleich an die letzte Aussage anschließen. Und zwar habe ich das Gefühl, wenn ich mir Geschichtsschreibungen zum Widerstand gegen koloniale Strukturen angucke, dann ist das Narrativ, das da verfolgt wird, auch immer noch ein sehr koloniales. Nämlich, dass man zwar von Widerstand berichtet und das auch nicht besonders viel, aber dann sagt man, ja, und der Widerstand wurde niedergeschlagen und er hatte auf die kolonialen Strukturen keine Auswirkungen. Was aber dieser Widerstand für die Communities vor Ort bedeutet hat, allein, dass es diese Taten gab, ich glaube, das ist ein Projekt oder das wäre so ein Ansatz, den man verfolgen könnte. Und da wäre jetzt die Frage, ob Sie denken, dass es da Sinn ergeben würde, Forschungsprojekte anzustoßen, die quasi beide Seiten zusammenführen und wo man dann quasi die Narrative, die an den Orten selber in den Communities vielleicht bis heute erhalten sind, mit dem zusammenführt, wie man das hier erinnert. Definitiv. Und ich glaube, da kommt auch noch etwas dazu, wenn man von dieser Geschichte von Widerstand kennt, als schwarzer Deutscher oder als BIPOC-Person in Deutschland, das gibt, es ist ein sehr empowernder Moment, wo man dann merkt, weil ich komme aus dem Senegal, aber ich habe Kinder, die in Deutschland geboren sind und ich habe erst, nachdem ich mein erstes Kind geboren, verstanden, was eigentlich Rassismus in Deutschland bedeutet. Denn Kinder werden zu Deutsch, wenn sie weiß sind. Das ist Fakt. Und das hat mich gleichzeitig erschüttert, aber auch gezeigt, was brauchen eigentlich Menschen, die nicht als Deutsche gelesen werden und Deutsche sind. Ich glaube, dass, wenn ich als Kind in Deutschland geboren wäre und in Büchern lesen würde, dass es diesen Widerstand gab und dass die Menschen, die diesen Widerstand geleistet haben, mir ähneln, das ist etwas anderes mit mir. Und ich glaube, das wäre auch in dieser Hinsicht interessant für Deutschland. Vielen Dank. Gibt es weitere Meldungen oder auch aus Zoom? Ich habe das Gefühl, es heilt alles gerade noch so richtig nach in uns. Das ist, glaube ich, auch eine wichtige Dimension nach einem langen Tag. Nichtsdestotrotz zögern sie nicht. Also ich kann immer nur betonen, dass auch für uns das ein nicht immer einfacher Weg ist. Wie gehen wir auch um mit dieser kolonialen Geschichte? Wir haben diese Ahnung. Es gibt diese Kontinuität. Wie gehen wir damit um als WissenschaftlerInnen? Und das merkt man, glaube ich, auch als jemand, der dann historisch forscht und arbeitet. Es kommt ein Punkt, an dem man auch eine bestimmte Form von Haltung auch in eine wissenschaftliche Identität überführt, um bestimmte Nuancen, diese Graustufen, die beiden Seiten der Medaille nebeneinander zu ersehen, erfordert auch ein gewisses Einlassen und Zuhören. Und ich glaube, wir als Tagungsgruppe haben auch einen kleinen Prozess in dieser Hinsicht durchlaufen in Vorbereitung. Gibt es weitere Fragen? Da kommen jetzt ganz hinten und einmal vorne. Ja, fangen wir euch hinten an. Ja, vielen, vielen Dank. Genau, es heilt noch vieles in mir nach, auch vom ganzen Tag. Ganz viele Bezüge, die ich da im Kopf herstellen kann. Ich komme jetzt, bin zwar auch Historiker, aber komme aus einer ganz anderen Ecke. Zwei Sachen, die mir, glaube ich, über die ich auch noch weiter nachdenken muss, denke ich. Aber, dass ja Geschichte immer sehr messy ist. Ja, also alle, die historisch forschen oder sich mit historischen Themen, sie werden ein Liedchen davon singen können. Das wäre sozusagen, wenn wir von zwei Kollektiven ein bisschen sprechen, dass es ja vielleicht aber auch innerhalb dieser Kollektive, also beides waren Klassengesellschaften, wenn es man jetzt mal klassisch ausdrücken will, oder Gesellschaften, in denen es starke soziale Gegensätze gab, sowohl bei den Kolonisierten als auch bei den Kolonisierern. Und wie wir diesen Aspekt noch irgendwie reinbringen können, oder wie wir uns darüber klar werden können, historisch jetzt, also die materiellen Realitäten irgendwie in den Kolonien und bei den Kolonisierern, ist was, was mir einfach irgendwie im Kopf rumschwirrt auch noch. Und das andere ist, dass wir, glaube ich, dass ich es total wichtig fände, wenn, ich weiß, Said ist sehr zentral, ich habe das im Studium gelesen und fand das auch alles ganz toll, wenn man es schafft, sichtbar zu machen, ja, Said ist wichtig, aber erst an vielen Punkten gibt es da sehr starke Kritik dran, an der Darstellung, weil es auch andere orientalistische, wenn man so will, oder Orientforscher und Forscherinnen gab, es gab auch Forscherinnen, also dass man, wenn man das hinkriegen würde, in dieser ganzen Aufarbeitung, auch die Aufarbeitung aufzuarbeiten, die läuft ja jetzt auch schon ein bisschen. Sie haben es ja erwähnt, dass die zivilgesellschaftlichen Initiativen wissenschaftlicher Aktivismus schon länger an diesem Thema ist, als die deutsche Öffentlichkeit. Das finde ich einen sehr wichtigen Aspekt. Aber dass man, also sozusagen mit Said, gegen Said, wie auch immer, also dass man sich darüber klar ist, dass das zwar wichtig ist, aber es entscheidende Kritik daran gibt und diese ganze orientalistische oder Orientforschung zwischen Orientforschung und Orientalismus vielleicht trotzdem auch noch ein Unterschied besteht. Ich glaube, das hat es mehr als eine Ergänzung wahrgenommen. Ja, es widerhalten. Genau. Es gab hier vorne noch eine Frage. Frau Gemera kann gerne noch antworten. Ich möchte ganz kurz sagen, weil bei mir widerhält gerade die Zweiteilung von Zivilgesellschaft und deutscher Öffentlichkeit, die Zivilgesellschaft gehört zur deutschen Öffentlichkeit. Ja, vielen Dank. Bei mir halt auch noch alles nach und es ist sicherlich jetzt irgendwie so auch noch ein bisschen unausgegoren, ich bitte, das zu entschuldigen, meine Gedanken. Ich komme aus der Faschismus- und Holocaustforschung, also eine andere Ecke, aber da ist es eigentlich jedenfalls so in dem Kontext, in dem ich mich bewege, relativ normal, dass jüdische und nicht jüdische Forscher miteinander zu diesen Themen forschen und das auch keine Rolle spielt. Und hier höre ich jetzt schon so raus, dass ein Unterschied gemacht wird und ich frage mich, ich weiß nicht so genau, wie ich das ausdrücken kann, was ich mich gerade frage, aber wie zielführend das ist und ob es nicht gerade die Idee von Wissenschaft ist und auch von Menschlichkeit, sich in andere Erfahrungen hineinversetzen zu können und ob das, also ob Sie dazu vielleicht noch mal was sagen können, wie Sie das wahrnehmen und einschätzen, wer auch immer sich dazu berufen fühlt. Das ist eine Illusion, dass in der Wissenschaft es sozusagen neutral und objektiv zugeht. Also es gibt einfach die Tradition durch den Kolonialismus und den Rassismus, die das Wissen, weißes Wissen über schwarzes Wissen stellt. Und das ist was, was sich weiterführt. Und es ist in einer Kooperation, ist es immer mitzudenken, also wer spricht, wer nimmt wie viel Raum ein, wer definiert Dinge, wer bekommt das Geld, wie ist eine Kooperation, wer steht hinter, wessen Name steht hinter. Das sind alles hochsensibel und politische Fragen. Und also wir haben jetzt im Stadtmuseum, beginnen wir einen Prozess mit eben Kooperationen mit, also eine kleine Reihe ist es bisher, die aber hoffentlich auch weitergeführt wird, mit WIPOC-Akteuren, die in Kooperation mit der Institutionen und wir lassen das begleiten von einer schwarzen Prozessbegleiterin, weil es immer auch darum geht, eben genau auf diese Dinge zu achten. Vielen Dank, das nehme ich gerne mit. Nein, aber ich habe ja selber auch solche Erfahrungen gemacht, dass ich in einer Diskussion, also zusammenhängend mit schwarzen und weißen AkteurInnen, mich in einer bestimmten Weise verhalten habe und dann von einer weißen Kollege danach angesprochen wurde und darauf hingewiesen wurde, dass das jetzt eigentlich eine Grenzüberschreitung war. Also und das war mir in dem Moment nicht klar, als ich es gesagt habe. Also ich lerne natürlich auch immer wieder dazu und es ist ein sehr, ja, es ist einfach ein langer Prozess. Also ich empfehle Literatur zum kritischen Weitsein und auch entsprechenden Austausch mit anderen darüber. Also das machen wir halt auch unter Kolleginnen. Hugo Diopp hat sich... Seit Dokumenta und Kausa und Bembe ist es total schwierig, vor allem in Deutschland darüber zu reden, was das eine und das andere und wo sind die Vergleichbarkeiten, wo nicht. Ich glaube, die eine Methode kann man nicht in die andere übersteigen oder genauso herangehen, weil sie einfach unterschiedlich sind, in deren Spezifizität. Aber ich glaube, dass es total schwierig ist, die eine Methode auf die andere zu steppern. Ich erzähle nur jetzt eine Anekdote. Ich war dieses Wochenende, letztes Wochenende war ich in Davos bei einem Gipfeltreffen und da ging es um Expressionismus, die Gesichter von Expressionismus und wir haben über Kirchner und so weiter und so fort gesprochen. Ein Mensch, jüdische Herkunft, hat das N-Wort benutzt, weil er meinte, dass in jüdischen Gemeinschaften auch, wenn Begrifflichkeiten wehtun, dann muss man, also dann kann man das aussprechen, kann man das sagen. Er hat das N-Wort zwei-, dreimal wiederholt. Daraus wurde die Tagung gesprengt. Also damit war die Tagung beendet, weil einfach viele Menschen im Raum sich echauffiert haben, weinend rausgegangen sind, weil sie sagten, sie sind nicht so weit gekommen, um solche Dinge zu hören. Und da habe ich nochmal gemerkt, obwohl es diese Person, die sich geäußert hat, im Sinne einer Solidarität, einer Kollaboration gesprochen hat, etwas getan hat aus einem methodischen Ansatz her, die nicht jetzt für Themen, die Scharzen, BIPOC-Menschen oder ehemals polinizierten Gesellschaften nicht anwendbar ist. Zumal wir über dieses Thema sprechen. Wir haben sehr wenig Professorinnen und Professoren, die Schwarzen, die in den Fakultierten sitzen. Wir haben in öffentlichen Räumen sehr wenig schwarzen Menschen. Die Museen wollen jetzt alle überall ganz schnell schwarze Menschen, aber es gibt nicht genug, die ausgebildet oder die ausgebildet sind, wollen nicht da drin und so weiter und so fort. Ich glaube, dass es, also, das eine kann man, sollte man, aber ich glaube, dass es nicht möglich ist, die eine Methode auf die andere hinzuwenden. Dankeschön. Ich habe noch eine dritte Wortmeldung hier vorne und das wird dann auch die letzte Frage unglücklicherweise sein. Ja, zur Erinnerungskultur. Also vorweg, ich studiere am Institut für Afrika- und Asienwissenschaften und ich weiß, dass es auch zu dem kolonialen Erbe gehört und finde es auch total wichtig, darüber demütig nachzudenken. Nichtsdestotrotz begegnete mir in dem Studium ein Widerstand gegen deutsche Kolonialmächte, der Maji-Maji-Krieg. Und der war Anfang des 20. Jahrhunderts. Und durch das Studium hatte ich die Möglichkeit, die Swahili-Sprache etwas näher kennenzulernen und genau mich darin auch in gewisser Weise wohlzufühlen, sodass ich historische Texte übersetzen konnte zu dem Zeitpunkt. Ich weiß nicht, wie es jetzt mittlerweile mit meinem Sprachtalent aussieht, aber das ist gar nicht der Punkt. Ich möchte eigentlich auch eine Anekdote erzählen, weil wir in dem Kontext über den Maji-Maji-Krieg einen Text von einem Historiker aus Dar es Salaam gelesen haben und dort ging es zum Beispiel darum, dass die Deutschen hätten sozusagen aus dem Verbrechen, diesen kolonialen Widerstand an der ostafrikanischen Küste niedergeschlagen zu haben, gelernt. Und was chronologisch danach folgte, wissen wir. Und ich war ziemlich baff, weil ich nicht wusste, wie geht man mit so einer Information um? Ich als Person, die erst mal dachte, okay, ich möchte jetzt diese Information ohne meine Haltung wiedergeben, aber andererseits funktionierte das in dem Moment nicht. Und ich frage mich, wie kann man sozusagen mit so einer Erinnerung an kolonialen Widerstand umgehen? Und wie kann man eventuell auch transnationale Räume der Erinnerungskultur schaffen, um einfach noch einen größeren Austausch zu wagen an der Stelle? Also zu Ihrer Frage würde ich einfach mal sagen, vielleicht habe ich nicht die gleiche Auffassung, wenn man von Erinnerungskultur spricht. Denn was wir hier behalten, ist Erinnerungsarbeit. Also Erinnerungsarbeit ist aktiver. Und Erinnerungskultur ist Beschreibung von Sachen, die schon existieren und korporiert und weitergeführt und tradiert werden. Aber Erinnerungsarbeit, ja, in dem Fall, ist eigentlich die Wiederherstellung von Fakten. Und in ihrem Fall, wenn man feststellt, und das ist auch, die Nostalgie existiert nicht nur in Deutschland, aber sie existiert auch in Afrika und Kamerun. Es gibt immer Leute, die daran glauben, dass die Deutschen besser Koronialatoren gewesen sind als die Franzosen. Das liegt einfach darin, dass sie eigentlich zu den Quellen nicht kommen könnten, wegen der Sprachbarriere. Und auch zu erfahren, wie brutal die Deutschen da waren. Und das ist eigentlich Geschichtsschwung. Also die Leute reden von Sachen, die sie nicht verstehen können oder auch nicht wissen. Denn Deutschland eigentlich kam nach Kamerun, um nicht in 30 Jahren wegzugehen. Aber Deutschland wurde dazu gezwungen. Und Frankreich wusste, dass Kameruner keine richtige französische Kolonie war und dass sie irgendwann mal weggehen. Also es ging ihnen darum, so viel auszubeuten, wie es geht. Denn die Kameruner werden irgendwann mal unabhängig. Das sind zwei unterschiedliche Auffassungen von Herrschaft. Aber jemand, der eigentlich die deutsche Kolonialherrschaft nicht versteht, denkt einfach mal, ja, vielleicht waren die Deutschen noch besser. Weil man sieht ja, sie haben strapazierfähige Brücken da. Also wenn sie wussten, dass sie irgendwann mal weggehen, solche Brücken werden da nicht aufgebaut. Also das ist eine ähnliche Situation. Es sind keine guten Kolonialisatoren. Kolonialismus ist Ausbeutung. Punkt fertig. Ich glaube, das ist das Schlusswort. Und es trifft es auch auf den Punkt. Ganz herzlichen Dank in die Runde. Danke, Ibu Diop, fürs Zuschalten. Und wir freuen uns, dass das technisch alles geklappt hat. Danke an Frau Kemira, danke an Jan Hösgen, danke an Albert Guafot, der wirklich einen sehr langen Tag mit uns bestritten hat. Ich bedanke mich bei allen im Saal, bei allen auf Zoom fürs Dabeisein. Ich kann Sie nur alle noch mal herzlich einladen, auch morgen bei den Panels dabei zu sein. Wir werden weitergehen. Und es wird auch knirschen. Es wird nicht einfacher. Aber das Plädoyer für mehr Graustufen in diesen Narrativen, das nehme ich mir jetzt so als Aufgabe für morgen mit. Und insofern ganz herzlichen Dank auch an die Technik. Und ja, ich entlasse uns jetzt sozusagen in den Abend und wünsche gute Erholung. Vielleicht auch ganz kurz durchatmen von vielen Inhalt. Gute Gespräche beim Bein. Gute Gespräche beim Bein. Applaus Gute Gespräche beim Bein.